Arthur Schnitzler Frau Bertha Garlan Gelesen von Bettina Gmoser Kapitel 1 Langsam schritt sie den Hügel hinab, nicht über die breite Fahrstraße, die in Windungen zur Stadt hinunterlief, sondern über den schmalen Weg zwischen den Weingeländen. Ihr kleiner Bub, den sie an der Hand hielt, ging immer einen Schritt voraus, denn für beide war nicht Platz genug. Die späte Nachmittagssonne strahlte ihr entgegen und hatte noch so viel Kraft, dass Bertha ihren dunklen Strohhut ein wenig tiefer in die Stirn drücken und den Blick senken musste. Auf den Hängen, an die die kleine Stadt sich lehnte, flimmerte es wie ein goldener Nebel, die Dächer unten glänzten und der Fluss, der dort, außerhalb der Stadt, zwischen den Auen hervorkam, zog leuchtend ins Land. Die Luft war ganz regungslos und die Kühle des Abends schien noch fern. Bertha blieb einen Augenblick stehen und sah um sich. Sie war ganz allein mit ihrem Buben und eine merkwürdige Stille war um sie. Auch oben auf dem Friedhof hatte sie heute niemandem begegnet, nicht einmal die alte Frau, die sonst die Blumen begoss, den Gräberschmuck in gutem Stand hielt und mit der sie manchmal plauerte. Es kam Bertha vor, als wäre sie schon recht lang vom Hause fort und hätte schon lang mit niemandem gesprochen. Jetzt schlug es von einem Kirchturme sechs Uhr. So war noch kaum eine Stunde verflossen, seit sie ihre Wohnung verlassen und noch kürzere Zeit, seit sie auf der Straße mit der schönen Frau Rupius geplaudert. Und selbst die wenigen Minuten, die verstrichen waren, seit sie am Grabe ihres Mannes gestanden, schienen ihr schon weit zu liegen. Mama, hörte sie plötzlich ihren Buben rufen. Er hatte sich von ihrer Hand losgemacht und war vorausgelaufen. Mama, ich kann schneller gehen als du. So warte doch, Fritz, rief Bertha. Du wirst die Mama doch nicht allein lassen. Sie folgte ihm und nahm ihn wieder bei der Hand. Gehen wir schon nach Hause? fragte der Kleine. Ja, Fritz, wir wollen uns zum offenen Fenster setzen, so lang, bis es ganz dunkel wird. Bald waren sie am Fuß des Hügels angelangt und spazierten nun unter den schattigen Kastanien neben der staubweißen Reichstraße dem Städtchen zu. Auch hier trafen sie nur wenige Menschen. Auf der Fahrtstraße kamen ihnen ein paar Lastwagen entgegen. Die Kutscher trotteten daneben, die Peitsche in der Hand. Zwei Radfahrer kamen aus der Stadt und fuhren landeinwärts, Staubwolken hinter sich lassend. Unwillkürlich blieb Bertha stehen, sah den beiden nach, bis sie beinahe ganz verschwunden waren. Indes war der Kleine auf eine Bank geklettert. Schau, Mama, was für eine Kunst ich kann, rief er aus und machte sich bereit, herunterzuspringen. Die Mutter fasste ihn bei den Armen und hob ihn sorgsam herab. Dann setzte sie sich. »Bist du müde?« fragte der Kleine. »Ja«, sagte sie und wunderte sich selbst, dass es so war. Denn jetzt erst fühlte sie, dass die schwüle Luft sie bis zur Schläfrigkeit ermattet hatte. Sie erinnerte sich übrigens nicht, jemals Mitte Mai so warme Tage erlebt zu haben. Von der Bank aus, auf der sie saß, konnte sie den Weg zurückverfolgen, den sie gekommen war, wie er zwischen den Weingeländen in der Sonne hinauflief, bis zu der hellglänzenden Friedhofmauer. Es war ein Spaziergang, den sie zwei- oder dreimal in der Woche zu machen pflegte. Schon lange hatte dieser Weg für sie nichts anderes zu bedeuten. Wenn sie dort oben auf dem gepflegten Kies, zwischen den Kreuzen und Steinen umherwandelte und am Grab ihres Mannes ein stilles Gebet verrichtete oder auch ein paar Feldblumen hinlegte, die sie auf dem Hinweg selbst gepflückt, empfand sie kaum mehr die leiseste, schmerzliche Bewegung. Freilich waren nun drei Jahre hingegangen, seit sie ihn begraben, ebenso viele, als sie mit ihm zusammen verlebt hatte. Ihre Augen schlossen sich. Sie gedachte ihrer Ankunft in der Stadt, wenige Tage nach ihrer Hochzeit, die noch in Wien stattgefunden. Sie hatten eine kleine Reise gemacht, wie sie sich eben ein Mann in geringen Verhältnissen gestatten konnte, der eine Frau ganz ohne Mitgift geheiratet. Sie waren mit dem Schiff von Wien aus stromaufwärts gefahren und hatten in einem kleinen Ort in der Wachau, ganz nahe ihrem künftigen Bestimmungsort, ein paar Tage zugebracht. Bertha erinnerte sich noch deutlich des kleinen Gasthofs, in dem sie gewohnt, des Gärtchens am Fluss, wo sie nach Sonnenuntergang zu sitzen pflegten, an diese ruhigen und etwas langweiligen Abende, die so völlig anders waren, als sie sich, ein ganz junges Mädchen, die Abende einer jungen Ehe vorgestellt hatte. Freilich, sie hatte sich bescheiden müssen. Sie war 26 Jahre alt und stand ganz allein, als Victor Matthias Garland um sie anhielt. Ihre Eltern waren eben gestorben. Der eine ihrer Brüder war schon lange vorher nach Amerika gegangen, um dort als Kaufmann sein Glück zu versuchen. Der Jüngere war beim Theater, hatte eine Schauspielerin zur Frau genommen und spielte auf deutschen Bühnen dritten Ranges Komödie. Zu ihren Verwandten stand sie kaum in Beziehung, nur im Haus einer Cousine, die einen Advokaten geheiratet, verkehrte sie zuweilen. Aber auch diese Freundschaft war mit jedem Jahr kühler geworden, da die junge Frau mit einer Art Inbrunst sich ausschließlich ihrem Mann und ihren Kindern widmete und wenig Interesse mehr für die unverheiratete Freundin übrig hatte. Herr Garland war ein entfernter Verwandter von Berthas verstorbener Mutter. Er hatte in früheren Jahren viel im Hause verkehrt und dem jungen Mädchen in etwas unbeholfener Weise den Hof gemacht. Damals hatte Bertha keinen Grund, ihn zu ermutigen, das Leben und das Glück zeigte sich ihr in anderen Gestalten. Sie war jung und hübsch, die Verhältnisse im Hause ihrer Eltern waren behaglich, wenn auch nicht reich, und ihr lag die Hoffnung näher, als eine große Klaviervirtuosin, vielleicht als Gattin eines Künstlers in der Welt umherzuziehen, denn im Frieden der Familie eine bescheidene Existenz zu führen. Aber diese Hoffnung verblasste bald, da ihr Vater eines Tages in einer Aufwallung seiner bürgerlichen Anschauungen ihren weiteren Besuch des Konservatoriums nicht mehr gestattete, wodurch sowohl ihre Aussichten auf eine Künstlerlaufbahn als ihre Beziehungen zu dem jungen Violinspieler, der seither so berühmt geworden war, ein Ende nahmen. Dann verflossen ein paar Jahre in einer sonderbaren Dumpfheit. Anfangs mochte sie wohl etwas wie Enttäuschung oder gar Schmerz empfunden haben, aber das hatte gewiss nicht lange gedauert. Später waren Bewerber gekommen, ein junger Arzt und ein Kaufmann, die sie beide nicht hatte nehmen wollen. Den Arzt war er zu hässlich, den Kaufmann, weil er in einer Provinzstadt ansässig war. Die Eltern redeten ihr auch nicht lebhaft zu. Aber als Bertha 26 alt wurde und der Vater durch einen Bankrott sein kleines Vermögen verlor, musste sie verspätete Vorwürfe hören, wegen aller möglichen Dinge, die sie selbst zu vergessen anfing. Wegen ihrer früheren künstlerischen Pläne, wegen jener längst vergangenen, aussichtslosen Geschichte mit dem Violinspieler, wegen ihrer ablehnenden Haltung gegen den hässlichen Arzt und den Kaufmann aus der Provinz. Zu dieser Zeit war Viktor Matthias Garland nicht mehr in Wien ansässig. Die Versicherungsgesellschaft, in der er seit seinem 20. Jahr als Beamter tätig war, hatte ihn vor zwei Jahren auf seinen eigenen Wunsch als Leiter einer neu gegründeten Filiale nach der kleinen Stadt an der Donau versetzt, wo sein verheirateter Bruder als Weinhändler lebte. Als er damals in Berthas Hause Abschied genommen, hatte er in einem längeren Gespräch, das auf Bertha einen gewissen Ausdruck übte, erwähnt, dass er besonders deshalb um seine Versetzung nach der kleinen Stadt angesucht, weil er sich alt werden fühlte, nicht mehr zu heiraten gedächte und doch gern eine Art Heim bei Leuten hätte, die ihm nahe ständen. Die Eltern hatten damals über seine Auffassung, die etwas hypochondrisch schien, gescherzt, denn Garland war kaum 40 Jahre alt. Bertha aber fand sie sehr vernünftig, denn ihr war Garland nie eigentlich jung vorgekommen. Im Laufe der nächsten Jahre kam Viktor Matthias Garland öfters geschäftlich nach Wien und versäumte niemals, die Familie aufzusuchen. Dann pflegte Bertha nach dem Nachtmahl, Klavier vorzuspielen und er hörte ihr mit einer gewissen Andacht zu, sprach wohl auch von seinem kleinen Neffen und von seiner kleinen Nichte, die beide sehr musikalisch wären und der er oft vom Fräulein Bertha erzählte, als der vorzüglichsten Klavierspielerin, die er je gehört. Es schien sonderbar und die Mutter konnte gelegentlich ihre Bemerkungen darüber nicht unterdrücken, dass Herr Garland seit seiner schüchternen Werbung in früherer Zeit auch nicht mehr die leiseste Anspielung auf Vergangenes oder gar auf eine mögliche Zukunft gewagt hatte und zu den anderen Vorwürfen, die Bertha zu hören bekam, gesellte sich nun auch der, dass sie Herrn Garland mit zu großer Gleichgültigkeit, ja mit Kälte begegnete. Bertha schüttelte nur den Kopf, denn sie selbst dachte auch damals noch nicht daran, den etwas unbeholfenen Mann, der vor der Zeit alterte, zu heiraten. Nach dem plötzlichen Tod der Mutter, welcher erfolgte, während der Vater schon durch viele Monate krank war, erschien Herr Garland wieder in Wien und teilte mit, dass er einen vierwöchigen Urlaub genommen, den einzigen, um den er jemals angesucht hatte. Bertha merkte wohl, dass er nur gekommen war, um ihr in dieser schweren Zeit beizustehen. Und als nun auch der Vater eine Woche nach dem Begreibnis der Mutter starb, erwies sich Garland als treuer Freund und zudem von einer Energie, die sie ihm nie zugetraut hatte. Er veranlasste seine Schwägerin, auf einige Wochen nach Wien zu kommen, um der Verwaisten in der ersten Zeit beizustehen und sie ein wenig zu zerstreuen und er ordnete die geschäftlichen Angelegenheiten geschickt und schnell. Er war von einer Herzlichkeit, wie Bertha in diesen schlimmen Tagen sehr wohl tat und als er sie nach Ablauf seines Urlaubs fragte, ob sie seine Frau werden wollte, nahm sie seinen Antrag mit dem Gefühl der tiefsten Dankbarkeit an. Sie wusste wohl, dass sie sonst genötigt gewesen wäre, sich nach wenigen Monaten vielleicht durch Lektionen ihr Brot selbst zu verdienen. Überdies hatte sie Garland so schätzen gelernt und sich so sehr an ihn gewöhnt, dass sie ihm in der Stunde, da er sie in die Kirche zur Trauung führte und im Wagen zum ersten Mal fragte, ob sie ihn lieb hätte, ein aufrichtiges Ja zur Antwort geben konnte. Schon in den ersten Tagen merkte sie freilich selbst, dass sie keine Liebe für ihn fühlte. Seine Zärtlichkeit ließ sie sich eben gefallen. Anfangs mit einem gewissen Staunen der Enttäuschung, später mit Gleichgültigkeit und erst als sie sich Mutter fühlte, mit dem guten Willen, sie zu erwidern. An das stille Wesen in der kleinen Stadt hatte sie sich rasch gewöhnt, umso leichter, als sie auch in Wien zurückgezogen gelebt hatte. In der Familie ihres Mannes fühlte sie sich recht wohl, der Schwager schien ihr ganz liebenswürdig und lustig, wenn auch mitunter derb. Seine Frau war gutmütig und zuweilen etwas traurig. Der Neffe, zur Zeit als Bertha in die Stadt kam, zeilte er 13 Jahre, war hübsch und keck, die Nichte, ein sehr stilles Kind von neun Jahren, mit großen, erstaunten Augen, war Bertha von allem Anfang am herzlichsten zugetan. Als Bertha ihren Buben bekam, wurde er von den Kindern als willkommenes Spielzeug begrüßt und in den nächsten zwei Jahren fühlte sie sich vollkommen glücklich. Ja, sie glaubte zuweilen, dass ihr Schicksal sich gar nicht günstiger hätte gestalten können. Der Lärm, die Unruhe der großen Stadt erschienen ihr in der Erinnerung wie etwas Unangenehmes, beinahe Gefährliches und als sie einmal mit ihrem Mann hineingefahren war, um einige Einkäufe zu machen und der Zufall es fügte, dass es ein ärgerlicher, schmutziger Regentag war, schwur sie sich zu, niemals wieder diese langweilige und überflüssige Reise von drei Stunden zu unternehmen. Ihr Mann starb plötzlich an einem Frühlingsmorgen, drei Jahre nachdem er sie geheiratet. Ihre Bestürzung war groß. Sie fühlte, dass sie diese Möglichkeit überhaupt nie im Auge gehabt hatte. Sie blieb in recht beschränkten Verhältnissen zurück, aber bald wurde von der Schwägerin eine liebenswürdige Art gefunden, die Witwe zu unterstützen, ohne dass es wie ein Almosen ausgesehen hätte. Man bat sie, die Kinder im Klavierspiel weiter auszubilden und verschaffte ihr auch in einigen anderen Häusern der Stadt Lektionen. Es war ein stilles Übereinkommen, dass man immer so tat, als wenn sie diese Lektionen nur übernommen, um sich ein wenig zu zerstreuen. Und dass man sie dafür bezahlte, weil man sich ja ihre Zeit und Mühe unmöglich schenken lassen konnte. Was sie nun auf diese Weise verdiente, genügte vollkommen, um ihre Einnahmen in einer für ihre Lebensweise ausreichende Art zu ergänzen. So war sie denn, nachdem erst der Schmerz und dann die Traurigkeit über das Hinscheiden ihres Mannes überwunden war, wieder ganz zufrieden und heiter. Ihr bisheriges Leben war nicht so verflossen, dass sie jetzt irgendetwas zu entbehren glaubte. In ihren Gedanken an die Zukunft beschäftigte sie kaum je anderes als das allmähliche Heranwachsen ihres Kleinen und nur selten flog ihr die Möglichkeit einer neuen Heirat durch den Sinn, immer ganz flüchtig, da sich noch niemand gezeigt, an den sie in dieser Hinsicht ernstlich denken mochte. Regungen von jugendlichen Wünschen, die ihr zuweilen in wachen Morgenstunden kamen, verflogen immer wieder im gleichmäßigen Lauf der Tage. Erst seit Beginn dieses Frühlings fühlte sie sich weniger behaglich als bisher. Sie schlief nicht mehr so ruhig und traumlos als früher. Sie hatte zuweilen eine Empfindung der Langeweile, die sie nie gekannt und das Sonderbarste war eine plötzliche Ermattung, die sie manchmal bei helllichtem Tage überkam, in der sie das Kreisen des Blutes in ihrem ganzen Körper zu verspüren meinte und die sie an eine ganz frühe Epoche ihrer Mädchenzeit erinnerte. Anfangs war ihr das Gefühl in aller seiner Bekanntheit doch so fremd, dass ihr war, als hätte ihr einmal eine ihrer Freundinnen davon erzählt. Erst als es sich häufiger wiederholte, besann sie sich, dass sie selbst es schon früher erlebt hatte. Kapitel 2 Sie schauerte zusammen und es war ihr, als erwachte sie aus einem Schlaf. Sie öffnete die Augen. Die Luft schien ihr wie in einer schwirrenden Bewegung. Die Straße lag bereits zur Hälfte im Schatten, die Friedhofmauer oben auf dem Hügel glänzte nicht mehr. Bertha bewegte ihren Kopf einige Male rasch hin und her, wie um sich ganz zu erwecken. Ihr schien, als wäre ein ganzer Tag, eine ganze Nacht verflossen, seit sie sich hierher auf die Bank gesetzt hatte. Wie ging es nur zu, dass ihr die Zeit so auseinander ran? Sie sah um sich. Wo waren ihr Bub? Da, hinter ihr, spielte er mit den Kindern des Dr. Friedrich. Das Kindermädchen kniete neben ihnen auf dem Boden und half ihnen aus Sand, eine Burg zu bauen. Die Allee war nun belebter als früher. Bertha kannte beinahe alle Leute, jeden Tag sah sie dieselben. Da sie aber die meisten selten sprach, zogen sie wie Schatten an ihr vorbei. Hier kam der Sattler, Peter Nowak, mit seiner Frau. Auf seinem kleinen Landwagen fuhr Dr. Rellinger vorbei und grüßte sie. Dann kamen die beiden Töchter des Hausbesitzers Wendelein und dort radete der Leutnant Bayer mit seiner Braut langsam die Straße ins Land hinaus. Dann schien wieder alle Bewegungen auf kurze Zeit vorbei und Bertha hörte nichts als das Lachen der Kinder hinter sich. Jetzt sah sie wieder jemanden von der Stadt her langsam herankommen, den sie schon von Weitem erkannte. Es war Herr Klingemann, der sie in der letzten Zeit öfter als früher anzureden pflegte. Vor zwölf oder fünfzehn Jahren war er aus Wien in die kleine Stadt übergesiedelt. Es hieß, dass er früher Arzt gewesen und seine Praxis wegen irgendeines Kunstfehlers oder eines noch böseren Versehens hatte aufgeben müssen. Andere behaupteten, dass er es überhaupt nie bis zum Doktor gebracht und schließlich als alter Student das Studieren aufgegeben. Er selbst gab sich als Philosophen aus, den das Leben in der Großstadt, nachdem er es bis zum Überdruss genossen, angewidert und er deshalb in die kleine Stadt gezogen war, wo er mit den Resten seines Vermögens anständig leben konnte. Er war jetzt kaum älter als 45, hatte noch seine guten Tage, sah aber meistens recht verwittert und unangenehm aus. Schon von Weitem lächelte er der jungen Witwe zu, beeilte seine Schritte aber nicht und blieb endlich mit einem spöttischen Kopfnicken, dass sein Gruß gegenüber jedermann war vor ihr stehen. Guten Abend, schöne Frau, sagte er. Sie erwiderte seinen Gruß. Es war heute einer jener Tage, wo er wieder auf Jugend und Eleganz Anspruch zu machen schien. Er war in einem dunkelgrauen Gehrock wie eingeschnürt und hatte auf dem Kopf einen schmalkrämpigen braunen Strohhut mit schwarzem Band. Dazu trug er eine ganz kleine rote Krawatte, die etwas schief saß. Nachdem er eine Weile geschwiegen und seinen leicht angegrauten blonden Schnurrbart hinauf- und hinuntergezogen hatte, sagte er, Sie kommen wohl von dort oben, gnädige Frau. Er wies mit einer Hand, ohne seinen Kopf oder nur seine Augen zu wenden, gewissermaßen verächtlich über seine Schulter nach rückwärts in die Gegend des Friedhofs. Herr Klingelmann galt in der ganzen Stadt als ein Mann, dem nichts heilig war und Bertha musste, als er so vor ihr stand, an allerlei denken, was man von ihm erzählte. Es war bekannt, dass er ein Verhältnis mit seiner Köchin hatte, die er übrigens Wirtschaftlerin nannte, zugleich ein anderes mit einer Tabak-Trafikantin, welche ihn mit einem Hauptmann des hier stationierten Regiments betrog, was er Bertha mit stolzer Trauer erzählt hatte. Außerdem gab es einige heiratsfähige Mädchen in der Stadt, die für ihn ein gewisses Interesse hegten. Spielte man darauf an, so pflegte er höhnische Bemerkungen über das Institut der Ehe im Allgemeinen zu machen, was ihm zwar von manchem übel vermerkt wurde, im Ganzen aber doch den Respekt für ihm erhöhte. Ich habe einen kleinen Spaziergang gemacht, sagte Bertha. Allein? Oh nein, mit dem Buben. Richtig, da ist er ja. Grüß dich Gott, kleiner Sterblicher. Er sah, während er sagte, über den Kleinen hinweg. Darf man sich auf einen Augenblick zu Ihnen setzen, Frau Bertha? Er sprach ihren Namen spöttisch aus und setzte sich, ohne ihre Antwort abzuwarten. Ich habe sie heute Vormittag Klavierspielen gehört, fuhr er fort. Wissen Sie, was ich für einen Eindruck habe? Dass Ihnen die Musik alles ersetzen muss, er wiederholte, alles, und sah sie dabei an, dass sie rot wurde. Dann fuhr er fort. Wie schade, dass ich so selten Gelegenheit habe, sie zu hören, wenn ich nicht zufällig an ihrem offenen Fenster vorbeigehe, während sie spielen. Werther merkte, dass er immer näher an sie herangerückt war und mit seinem Arm den ihren berührte. Sie rückte unwillkürlich weg. Plötzlich fühlte sie sich von rückwärts umschlungen, ihren Kopf über die Lehne der Bank zurückgebeugt, eine Hand über ihre Augen gehalten. Einen Moment lang hatte sie die Empfindung, als fühlte sie die Hand Klingemanns über den Augenlidern und rief, aber sind sie denn verrückt? Die lachende Stimme eines Knaben hinter ihr erwiderte, nein, wie komisch das ist, wenn du zu mir sie sagst, Tante Bertha. So lass mich doch wenigstens die Augen aufmachen, Richard, sagte Bertha und versuchte, die Hände von ihren Augen zu entfernen. Dann wandte sie sich um und fragte, kommst du vom Hause? Ja, Tante, da habe ich dir auch die Zeitung mitgebracht. Bertha nahm ihm das Blatt aus der Hand und begann darin zu lesen. Indes stand Klingemann auf und wandte sich zu Richard. Haben sie schon ihre Aufgaben gemacht? fragte er ihn. Wir haben überhaupt keine Aufgaben mehr, Herr Klingemann, denn im Juli haben wir Matura. Also wirklich, das nächste Jahr sind sie schon Student. Das nächste Jahr im Herbst. Dabei schwippte er mit den Fingern über die Zeitung der Tante. Was willst du denn, ungezogener Bursch? Du Tante, willst du mich in Wien besuchen? Ja, könnte mir einfallen. Ich werde froh sein, wenn ich dich los bin. Da kommt Herr Ruppius, sagte Richard. Bertha ließ das Blatt sinken. Sie sah in die Richtung, welche Richards Blick wies. In der Allee von der Stadt her kam in einem Rollstuhl, den ein Dienstmädchen vor sich her schob, ein Mann herangefahren. Er hatte den Kopf unbedeckt, der weiche Hut lag auf seinem Schoß, von dem ein Plate bis über seine Füße herabfiel. Die Stirn war hoch, die Haare schlicht und blond, an der Stirngrenze ergraut, die Augen eigentümlich groß. Als er an der Bank vorüberfuhr, neigte er nur leicht den Kopf, ohne zu lächeln. Bertha wusste, dass er sicher hätte anhalten lassen, wenn sie allein gewesen wäre. Er sah auch nur sie an, als er vorbeifuhr und sein Gruß schien nur ihr zu gelten. Ihr war, als hätten seine Augen noch nie so ernst geblickt als heute. Das machte sie sehr traurig, denn sie hatte ein tiefes Mitleid mit dem gelähmten Mann. Als er vorüber war, sagte Klingemann, armer Teufel, und das Weibchen ist wohl wieder einmal in Wien. Nein, sagte Bertha beinahe entzürnt, ich habe sie vor einer Stunde gesprochen. Klingemann schwieg, denn er fühlte, dass weitere Bemerkungen gegenüber die geheimnisvollen Reisen der Frau Rupius sich mit seinem eigenen Ruf als freidenkender Mensch nicht vertragen hätten. Wird er wirklich nie wieder gehen können? fragte Richard. Nie, sagte Bertha. Sie wusste es, weil es ihr Herr Rupius selbst einmal gesagt hatte, als sie ihn besuchte, während seine Frau in Wien war. Er kam ihr in diesem Augenblick besonders Elend Elend vor, denn gerade als Herr Rupius an ihnen vorbeigerollt wurde, war sie beim Lesen der Zeitung auf den Namen von einem gestoßen, den sie für einen glücklichen hielt. Unwillkürlich las sie noch einmal. Unser berühmter Landsmann Emil Lindbach ist von seiner Kunstreise durch Spanien und Frankreich, die ihm große Triumph verbrachte, vor wenigen Tagen wieder nach Wien zurückgekehrt. In Madrid hatte der ausgezeichnete Künstler die Ehre, vor der Königin zu spielen. Am 24. dieses wird Herr Lindbach bei dem Wohltätigkeitskonzert zugunsten der durch die letzte Überschwemmung so schwer geschädigten Einwohner von Voradelbert mitwirken, für das sich trotz der vorgerückten Saison lebhaftes Interesse im Publikum kundgibt. Emil Lindbach Es kostete ihr eine gewisse Mühe, sich vorzustellen, dass es derselbe war, den sie Wann vor zwölf Jahren geliebt hatte. Vor zwölf Jahren. Sie fühlte, wie es ihr heiß in die Stirne stieg. Es war ihr, als müsste sie sich ihres allmählichen Älterwerdens schämen. Die Sonne war ganz hinunter. Bertha nahm den Knaben bei der Hand, empfahl sich von den anderen und ging langsam heimwärts. Das Haus, in dessen ersten Stock sie wohnte, lag in einer neuen Straße, von ihren Fenstern hatte sie Blick auf die Hügel und ihr gegenüber lagen unbebaute Plätze. Bertha übergab ihren Kleinen dem Mädchen, setzte sich ans Fenster, nahm die Zeitung zur Hand und las weiter. Es war ihre Gewohnheit geblieben, zuerst die Kunstnachrichten durchzuschauen. Die stammte noch aus ihrer frühesten Kinderzeit, als sie mit ihrem Bruder, dem jetzigen Schauspieler, auf die vierte Galerie ins Burgtheater zu gehen pflegte. Dieses Interesse wuchs natürlich, als sie das Konservatorium besuchte. Sie kannte damals die Namen der kleinsten Schauspieler, Sänger, Pianisten und als später der häufige Theaterbesuch, der Unterricht im Konservatorium und ihre eigenen künstlerischen Bestrebungen ein Ende nahmen, blieb doch eine Art von Anteilnahme an dieser fröhlichen Welt in ihrer Zurück, die etwas vom Heimweh an sich hatte. Schon in der letzten Zeit ihres Wiener Aufenthalts hatten ja alle diese Dinge kaum mehr etwas für sie zu bedeuten, wie wenig erst, seit sie in der kleinen Stadt wohnte, wo gelegentliche Dilettanten Konzerte das höchste waren, was an künstlerischen Genüssen geboten wurde. Im ersten Jahre ihres Hierseins hatte sie bei einem solchen Abend im Gasthof zum Roten Apfel mitgewirkt. Das heißt, sie hatte mit einer anderen jungen Dame der Stadt Zwei Märsche von Schubert vierhändig gespielt. Ihre Aufregung war damals so groß gewesen, dass sie sich verschwor, je wieder öffentlich aufzutreten und recht froh war, ihre Karriere aufgegeben zu haben. Dazu musste man ganz anders angelegt sein, so etwa wie Emil Lindbach. Ja, der war dazu geboren. Das hatte sie erkannt in dem Augenblick, da sie ihn das erste Mal bei einer Schülerproduktion aufs Podium treten gesehen, an der Art, wie er sich unbefangen das Haar zurückgestrichen, die Leute unten mit spöttischer Überlegenheit angesehen und sich gleich für den ersten Beifall mit einer Ruhe bedankt hatte, als wäre er das längst gewohnt. Sonderbar, wenn sie an Emil Lindbach dachte, sah sie ihn noch immer so jünglingshaft, ja knabenhaft vor sich, als er zu der Zeit aussah, da sie einander gekannt und geliebt hatten. Und doch hatte sie vor ganz kurzem, als sie mit Schwager und Schwägerin einmal abends im Kaffeehaus war, in einem illustrierten Blatt eine Fotografie von ihm gesehen, auf der er sehr verändert aussah. Er trug die Haare nicht mehr lang, der schwarze Schnurrbart schien mit dem Eisen nach abwärts gedreht, er hatte einen auffallend hohen Kragen und eine nach der Mode geschlungene Krawatte, die Schwägerin hatte gefunden, er sähe aus wie ein polnischer Graf. Bertha nahm die Zeitung wieder vor und wollte weiterlesen, aber es war schon zu dunkel. Sie stand auf, rief nach dem Mädchen, die Lampe wurde hereingebracht, der Tisch gedeckt. Bertha aß mit dem Kleinen zur Nacht, während das Fenster offen stehen blieb. Sie empfand heute für ihr Kind eine noch größere Zärtlichkeit als sonst, auch dachte sie an die Zeit zurück, in der ihr Mann noch gelebt hatte und allerlei Erinnerungen flogen ihr durch den Sinn. Während sie Fritz zu Bette brachte, weilte ihr Blick recht lang auf dem Porträt ihres verstorbenen Mannes, das in einem dunkelbraunen, ovalen Holzrahmen über ihrem Bette hing. Er hatte sich ganzer Figur aufnehmen lassen, im Frack mit weißer Krawatte den Zylinder in der Hand zum Gedächtnis an den Hochzeitstag. Bertha wusste in diesem Augenblick ganz bestimmt, dass Herr Klingemann beim Anblick dieses Porträts spöttisch gelächelt hätte. Später setzte sie sich ans Klavier, wie sie es nicht selten vor dem Schlafengehen zu tun pflegte, nicht eben aus Begeisterung für die Musik, sondern um nicht gar zu früh zu Bett zu gehen. Sie spielte dann meistens die wenigen Sachen, die sie noch auswendig kannte, Mazurken von Chopin, irgendeinen Satz aus einer beethofenischen Sonate, die Kreisleriana, zuweilen fantasierte sie auch, brachte es aber nie über eine Folge von Akkorden, und zwar waren es immer dieselben. Heute fing sie gleich damit an, ihre Akkorde zu greifen, etwas leiser als sonst. Dann versuchte sie die Modulationen, und als sie einen letzten Dreiklang recht lang durch das Pedal nachklingen ließ, die Hände hatte sie schon in den Schoß gelegt, empfand sie gelinde Freude über die Töne, welche sie gleichsam umschwebten. Jetzt fiel ihr die Bemerkung Klingemanns ein. Die Musik ersetzt ihnen alles. Wahrhaftig, er hatte nicht ganz Unrecht gehabt. Musik musste ihr mindestens viel ersetzen. Aber alles? Oh nein! Was war das? Schritte gegenüber? Nun, das war nichts Merkwürdiges. Aber regelmäßige, langsame Schritte, als wenn jemand auf und ab ginge? Sie stand auf und trat zum Fenster. Es war ganz dunkel und sie konnte den Mann, der da drüben spazierte, nicht gleich erkennen. Aber sie wusste, es war Klingemann. Was für ein Einfall! Sollte er ihr eine Fensterpromenade machen? Guten Abend, Frau Bertha, sagte er von drüben und sie sah, wie er im dunklen den Hut lüftete. Sie antwortete, beinahe befangen, guten Abend. Sie haben sehr schön gespielt, gnädige Frau. Sie erwiderte nichts als ein leises So, dass er vielleicht gar nicht hörte. Er blieb eine Sekunde stehen, dann sagte er, gute Nacht, schlafen Sie wohl, Frau Bertha. Er sagte das Wort schlafen mit einer Betonung, die nahezu unverschämt war. Sie dachte, nun geht er nach Hause, zu seiner Köchin. Dann fiel ihr plötzlich etwas ein, was sie schon sehr lange wusste, woran sie aber, seit sie es erfahren, nicht mehr gedacht. In seinem Zimmer sollte ein Bild hängen, das stets von einem kleinen Vorhang überdeckt war und das eine laszive Szene vorstellte. Wer hatte ihr das nur erzählt? Ach ja, Frau Rupius, im vorigen Herbst einmal, während eines Spaziergangs an der Donau, und die hatte es wieder von jemand anderem erfahren. Von wem nur? Was für ein widerwärtiger Mensch! Bertha kam sich ein bisschen verworfen vor, dass sie an ihn und an all diese Dinge dachte. Sie blieb noch am Fenster stehen. Er war, als hätte sie einen schweren Tag hinter sich. Sie dachte nach, was ihr denn eigentlich begegnet sei, und sie wunderte sich, dass es schließlich doch nur ein Tag gewesen war, wie viele hundert vor ihm und viele, viele, die noch kommen würden. Kapitel 3 Man stand vom Tische auf. Es war eines jener kleinen Sonntagsdinees gewesen, das der Weinhändler Garlan gelegentlich seinen Bekannten zu geben pflegte. Der Herr des Hauses näherte sich seiner Schwägerin und fasste sie um die Taille, was zu seinen Nachmittags Gewohnheiten gehörte. Sie wusste schon, was er wollte. Wenn er Leute eingeladen hatte, musste Bertha nach dem Essen Klavier spielen, manchmal auch vierhändig mit Richard. Das leitete in angenehmer Weise zu ein Kartenspielen über oder klang auch anmutig hinein. Sie setzte sich an das Instrument. Indes wurde die Tür zum Herrenzimmer aufgetan, Garland, Dr. Friedrich und Herr Martin setzten sich an einen kleinen grünen Tisch und begannen zu spielen. Die Gattinnen der drei Herren blieben im Speisezimmer und Frau Martin zündete sich eine Zigarette an, setzte sich auf den Divan und schlug die Beine übereinander. Sie trug sonntags immer Ballschuhe und schwarze Seidenstrümpfe. Frau Dr. Friedrich sah wie gebannt auf die Füße der Frau Martin. Richard war den Herren gefolgt. Frau Dr. Friedrich sah wie gebannt auf die Füße der Frau Martin. Richard war den Herren gefolgt, er interessierte sich schon fürs Tarokspiel. Elli stützte ihren Ellbogen auf die Klavierdecke und wartete, bis Bertha zu spielen begänne. Die Frau des Hauses ging aus und ein, sie hatte immer in der Küche Aufträge zu geben und klapperte mit dem Schlüsselbund, den sie in der Hand hielt. Als sie jetzt hereinkam, machte ihr Frau Dr. Friedrich mit den Augen ein Zeichen, das bedeuten sollte, schauen Sie sich doch an, wie Frau Martin da sitzt. Alles das sah Bertha heute sozusagen deutlicher als oftmals vorher. So etwa, wie man Dinge sieht, wenn man Fieber hat. Noch immer hatte sie keine Taste berührt. Da wandte sich der Schwager zu ihr und sah sie mit einem Blick an, der sie an ihre Pflicht erinnern sollte. Sie begann zu spielen, einen Marsch von Schubert mit sehr starkem Anschlag. Der Schwager drehte sich wieder nach ihr um und sagte leiser. Das bleibt eine Spezialität dieses Hauses, sagte Dr. Friedrich, Tarok mit Musikbegleitung. Sozusagen Lieder ohne Worte, setzte Herr Martin hinzu. Die anderen lachten. Garlan wandte sich wieder nach Berthe um, denn sie hatte plötzlich aufgehört zu spielen. Ich habe ein bisschen Kopfweh, sagte sie, wie wenn sie sich entschuldigen müsste. Es war ihr aber gleich darauf, als hätte sie sich etwas vergeben und sie setzte hinzu, ich habe keine Lust. Alle sahen auf sie, denn jeder fühlte, dass etwas nicht ganz gewöhnliches geschehen sei. Frau Garland sagte, willst du dich nicht zu uns setzen, Bertha? Elli hatte eine dunkle Empfindung, ihrer Tante gegenüber zärtlich sein zu müssen und hing sich in ihren Arm. So standen die beiden nebeneinander ans Klavier gelehnt. Gehen sie heute Abend auch in den roten Apfel? fragte Frau Martin die Hausfrau. Nein, ich glaube nicht. Ach, rief Herr Garland herein, da wir heute Nachmittag auf unser Konzert verzichten mussten, schauen wir doch abends. Sie spielen aus, Herr Doktor. Militärkonzert? fragte Frau Dr. Friedrich. Die Frau des Hauses war aufgestanden und fragte ihren Gatten. Ist das dein Ernst, dass wir heute am Abend in den roten Apfel gehen? Gewiss. So, 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 sagte die Frau mit einer gewissen Betroffenheit und ging gleich wieder in die Küche, neue Dispositionen zu treffen. Richard, sagte Garland zu seinem Sohn, du könntest rasch hinüber laufen, dem wird sagen, er möge uns einen Tisch im Garten reservieren lassen. Richard eilte hinaus und stieß in der Tür mit seiner Mutter zusammen, die eben hereinkam und wie erschöpft auf dem Divan niedersank. Sie glauben nicht, sagte sie zu Frau Dr. Friedrich, wie schwer es ist, der Brigitta die einfachsten Dinge zu erklären. Frau Martin hatte sich neben ihren Mann gesetzt, während sie zugleich einen Blick auf Bertha warf, die noch immer stumm mit Elli am Klavier stand. Sie strich ihrem Garten durchs Haar, legte ihre Hand auf seine Knie und schien ein Bedürfnis zu haben, den Leuten zu zeigen, wie glücklich sie wäre. Plötzlich sprach Elli zu ihrer Tante, ich will dir was sagen, Tante, wir wollen ein bisschen in den Garten hinunter, im Freien wird ihr das Kopf wie schon vergehen. Sie gingen die Treppe hinab, in den Hof, in dessen Mitte man eine kleine Wiese angelegt hatte. Rückwärts schloss ihn eine Mauer ab, an der einiges Gesträuch und zwei junge Bäume standen, die vorläufig noch durch Stöckel gestützt werden mussten. Über die Mauer hinweg sah man nur mit der Lehne gegen die Mauer standen zwei Gartenstühle aus Stroh und vor ihnen ein kleines Tischchen. Auf diese Stühle setzten sich Bertha und Elli ohne dass Elli den arm der Tante losließ. Willst du mir nicht sagen Tante? Was denn Elli? Schau, ich bin ja jetzt schon groß. Erzähl mir doch von ihm. Bertha schrag leise zusammen. Denn ihr war mit einem Mal als bezüge sich diese Frage nicht auf ihren verstorbenen Mann, sondern auf irgendeinen anderen. Und plötzlich sah sie das Bild Emil Lindbachs vor sich, so wie sie es in der illustrierten Zeitung gesehen. Aber gleich war die Erscheinung und der leise Schreck vorbei und sie empfand eine Art Hörung über die schüchterne Frage des jungen Mädchens. Das glaubte, sie trauere noch immer um ihren verstorbenen Mann und es würde sie trösten, wenn sie über ihn reden könnte. In diesem Augenblick ertönte Richards Stimme an einem Fenster, das in ihren Hof hinunterschaute. Darf ich auch zu euch hinunter? Oder habt ihr Geheimnisse? Jetzt fiel Bertha zum ersten Mal eine Ähnlichkeit auf, die er mit Emil Lindbach hatte. Sie dachte aber, es wäre vielleicht nur das Jugendliche seines Wesens und die etwas langen Haare, die an ihn gemahnten. Er war jetzt beinahe so alt, als Emil es damals gewesen. Der Tisch ist reserviert, sagte er, indem er in den Hof trat. Kommst du mit uns, Tante Bertha? Er setzte sich auf die Lehne des Stuhls, auf dem sie saß, streichelte ihr die Wange, indem er in seiner frischen und doch etwas zärtelnden Art sagte, komm mit, mir zulieb, schöne Tante. Bertha schloss unwillkürlich die Augen. Ein Wohlbehagen überkam sie, wie wenn Kinderhände, wie wenn die kleinen Finger ihres eigenen Buben ihr die Wange streichelten. Bald aber fühlte sie, dass sich irgendeine andere Erinnerung beigesellte. Sie musste an einen Spaziergang denken, mit Emil, im Stadtpark, abends nach dem Konservatorium. Damals hatte er mit ihr auf einer Bank ausgeruht und zärtlich ihre Wange berührt. War das nur einmal geschehen? Nein, viel öfter, freilich, zehn, zwanzig Mal waren sie auf jener Bank gesessen und er hatte ihr die Wange gestreichelt. Wie sonderbar, dass sie das jetzt wieder einfiel. An diese Spaziergänge hätte sie gewiss nie wieder gedacht, wenn nicht Richard zufällig, aber wie lange ließ sie sich das noch gefallen? Richard! rief sie aus und öffnete die Augen. Da sah sie ihn so lächeln, dass sie meinte, Richard müsste ihre Erinnerungen erraten haben. Das war natürlich ganz unmöglich, denn man wusste ja hier kaum, dass sie den Violinvirtuosen Emil Lindbach kannte. Im Übrigen, Kannte sie selbst ihn denn heute noch? Der, an den sie jetzt dachte, war ja ein ganz anderer, das war der hübsche Junge, den sie als ganz junges Mädchen geliebt hatte. So schweiften ihre Gedanken immer weiter in die Vergangenheit zurück und es schien ihr ganz unmöglich wieder in die Gegenwart zurückzukehren und mit den beiden Kindern zu plaudern. Sie sagte ihnen Adieu und ging. Über den Straßen lag eine schwere Nachmittagssonne. Die Läden waren gesperrt, die Wege beinahe menschenleer. An den Tischchen vor dem Kaffeehaus auf dem Marktplatz saßen ein paar Offiziere. Bertha sah nach den Fenstern des ersten Stockwerks, in welchem das Ehepaar Rupius wohnte. Sie war schon lange nicht bei ihnen gewesen. Sie wusste ganz genau, seit wann. Seit dem zweiten Weihnachtsfeiertag. Damals hatte sie Herrn Rupius allein zu Hause getroffen und damals hatte ihr erzählt, seine Leiden wären unheilbar. Sie wusste nun auch, warum sie seitdem nicht bei ihm gewesen, ohne sich einzugestehen, hatte sie eine Art Angst davor gehabt, diese Wohnung zu betreten, die sie damals in heftiger Bewegung verlassen. Heute war ihr aber als müsste sie hinauf. Es schien ihr, als wenn im Lauf der letzten Tage sich irgendein Band zwischen ihr und dem Kranken geknüpft und als wenn selbst der Blick, mit dem er sie gestern auf dem Spaziergangsstil betrachtet, etwas zu bedeuten gehabt hätte. Als sie ins Zimmer eintrat, mussten ihre Augen sich erst an das Halbdunkel gewöhnen. Die Rollo waren herabgelassen und nur durch die obere Spalte fiel ein Sonnenstrahl gerade vor den weißen Ofen hin. An dem Tisch in der Mitte seines Zimmers saß in einem Lähnstuhl Herr Rupius. Vor ihm lagen aufgeschichtete Blätter, von denen er eben eines wegtat, um das nächste zu betrachten. Bertha sah, dass es Stiche waren. Ich danke Ihnen, sagte er, dass sie mich wieder einmal besuchen. Er streckte er die Hand entgegen. Sie sehen, womit ich da eben beschäftigt bin? Nun, es ist eine Sammlung von Stichen nach alten Niederländern. Glauben Sie mir, gnädige Frau, es ist ein großes Vergnügen, alte Stiche zu betrachten. Oh, freilich. Sehen Sie, es sind sechs Bände oder vielmehr sechs Mappen, jede zu zwanzig Blättern. Ich werde wohl den ganzen Werther stand an seiner Seite und blickte auf den Stich, der eben vor ihm lag und der eine Jahrmarktsszene von Tenier darstellte. Den ganzen Sommer, sagte sie zerstreut. Rupius wandte sich zu ihr. Jawohl, sagte er mit leicht zusammengepressten Zähnen, als gelte es, einen Standpunkt zu verteidigen. Was ich eben heiße, ein Bild zu kennen. Darunter verstehe ich, ein Bild im Inneren sozusagen nachzeichnen zu können. Linie für Linie. Dies hier ist ein Tenier. Das Original hängt im Haag. Warum reisen sie nicht nach dem Haag, gnädige Frau, wo so schöne Teniers zu sehen sind und mancherlei anderes? Bertha lächelte. Wie kann ich daran denken, solche Reisen zu machen? Nun freilich, sagte Herr Rupius, der Haag ist sehr schön. Ich war dort vor 14 Jahren. Damals war ich 28. Heute bin ich 42 oder auch 84. Er legte wieder ein Blatt zur Seite. Das hier ist ein Ostadel, der Pfeifenraucher. Nun ja, man sieht wohl, dass er eine Pfeife raucht. Original in Wien. Ich glaube, an dieses Bild erinnere ich mich. Wollen Sie sich nicht mir gegenüber setzen, gnädige Frau, oder hier an meiner Seite, wenn Sie die Bilder mit mir ansehen wollen? Das hier ist ein Falkenborg, wundervoll, nicht wahr? Nur ganz im Vordergrund scheint es so nichtig, so begrenzt. Ja, nichts als ein Bauer, der mit einer Bäuerin tanzt, und da eine Alte, die sich darüber ärgert, und hier ein Haus und aus der Türe tritt einer mit einem Eimer Wasser. Ja, das ist freilich nichts. Aber da hinten, sehen Sie, da ist die ganze Welt. Blaue Berge, grüne Städte, der Himmel drüber, mit Wolken und nebst bei ein Turnier. Es gehört wohl nicht dazu, in gewissem Sinn, aber in einem anderen Sinn gehört es eben doch dazu. Denn Hintergründe sind überall und darum ist es sehr richtig, dass hier gleich hinter dem Bauernhaus die Welt anfängt, mit ihren Turnieren und ihren Bergen und Flüssen und Festungen und Weingärten und Wäldern. Er zeigte mit einem kleinen elfenbeinenden Papiermesser auf die einzelnen Partien des Bildes, von denen er eben sprach. Gefällt es Ihnen? Es hängt auch in der Wiener Galerie. Sie müssten es kennen. Es und auch viele Jahre vorher war ich nicht mehr im Museum. So? Ich bin oft dort herumgegangen. Auch vor diesem Bild bin ich gestanden. Ja, gegangen bin ich. Früher einmal. Er sah sie beinahe lachend an und sie konnte vor Befangenheit nicht antworten. Dann sprach er unvermittelt weiter. Ich glaube, ich langweile sie mit den Bildern. Warten Sie, meine Frau kommt gleich nach Hause. Sie wissen doch, dass sie jetzt nach Tisch immer zwei Stunden herumläuft. Sie fürchtet, zu stark zu werden. Ihre Frau sieht so schlank und jung aus, wie nun ich finde, seit ich hier bin, hat sie sich gar nicht verändert. Werter war es, als wenn das Antlitz von Rupius ganz starr würde. Dann sagt er plötzlich in harmlosem Tone, der zu seinem Gesichtsausdruck gar nicht stimmte. Das ruhige Leben in so einer kleinen Stadt, ja, das erhält jung. Es war eine kluge Idee von mir und von ihr, denn es war eine gemeinschaftliche Idee von uns beiden, uns hierher zurückzuziehen. Wer weiß, in Wien wäre es schon ganz zu Ende. Bertha konnte nicht erraten, wie er dieses zu Ende meinte, ob er es auf sein Leben, auf die Jugend seiner Frau oder sonst irgendwas bezog. Jedenfalls bedauerte sie, dass sie heute gekommen war. Sie hatte ein Gefühl von Beschämung, so gesund zu sein. Habe ich Ihnen gesagt, fuhr Rupius fort, dass ich diese Mappen von Anna bekommen habe? Ein Gelegenheitskauf, wenn das Werk ist für gewöhnlich sehr teuer. Ein Buchhändler hatte es annonciert und Anna telegrafierte gleich an ihrem Bruder, er möge es für uns besorgen. Sie wissen ja, dass wir viele Verwandte in Wien haben, sowohl ich als Anna. Sie fährt auch zuweilen hinein, sie besuchen. Demnächst erhalten wir einen Gegenbesuch. Ich wäre schon erfreut, sie bei mir zu sehen, besonders Annas Bruder und Schwägerin. Ich bin ihnen viel Dank schuldig. Wenn Anna in Wien ist, speist sie bei ihnen, schläft sie bei ihnen, nun, sie wissen ja, gnädige Frau. Er sprach rasch und dabei in einem kühlen, geschäftsmäßigen Tonfall. Es klang, als wenn er sich vorgenommen, diese Dinge jedem zu erzählen, der heute ins Zimmer trete. Es war das erste Mal, dass er überhaupt mit Bertha über die Reisen seiner Frau sprach. Morgen will sie wieder fahren, sagte er. Ich glaube, es handelt sich diesmal um die Sommertoilette. Ich finde das sehr klug von ihrer Frau, sagte Bertha, froh, eine Anknüpfung gefunden zu haben. Und nebst bei ist es billiger, setzte Rupius hinzu. Ich versichere sie, selbst wenn sie die Reise dazurechnen. Warum machen sie es nicht auch so wie meine Frau? Wie das, Herr Rupius? Nun, in Hinsicht auf ihre Kleider und Hüte, auch sie sind jung und hübsch. Oh Gott, für wen soll ich mich denn schön anziehen? Für wen? Für wen zieht sich denn meine Frau so hübsch an? Die Türe öffnete sich und Frau Rupius trat ein, in einem hellen Frühjahrskleid, einen roten Sonnenschirm in der Hand und einen weißen Strohhut mit rotem Band auf dem dunklen hochfrisierten Haar. Um ihren Mund war das freundliche Lächeln wie immer und mit heiterer Ruhe begrüßte sie Bertha. Lassen Sie sich wieder einmal in unserem Hause sehen. Das Dienstmädchen war hinter ihr eingetreten, Anna gab ihr Schirm und Hut. Interessieren Sie sich auch für Bilder, Frau Stirn und Haar. Ich sprach eben Frau Garland meine Verwunderung aus, sagte Rupius, dass sie niemals nach Wien fährt. Wahrhaftig, warf Frau Rupius ein, warum tun Sie es nicht? Sie haben gewiss auch noch Bekannte dort. Fahren Sie einmal mit mir hinein, zum Beispiel morgen, ja, morgen. Rupius blickte, während seine Frau so sprach, vor sich hin, als wagte er nicht, sie anzusehen. Frau Rupius, Sie sind wirklich sehr lieb, sagte Bertha, und es war ihr, als wenn ein ganzer Strom von Freude durch ihr Wesen renne. Sie wunderte sich auch, dass sie nun so lange gar nicht an die Möglichkeit einer solchen Reise gedacht, die doch so leicht zu bewerkstelligen war, und dir in diesem Augenblick wie ein Heilmittel gegen die sonderbare Missstimmung erschien, unter der sie seit einigen Tagen litt. Nun, sind Sie einverstanden, Frau Galan? Ich weiß wirklich nicht, Zeit hätte ich wohl, morgen habe ich nur die eine Lektion bei meiner Schwägerin, die wird es ja nicht so genau nehmen, aber ob ich sie nicht störe? Ein leichter Schatten flog über die Stirne von Frau Rupius. Stören? Was fällt Ihnen denn ein? Ich bin recht froh, die paar Stunden der Hin- und Rückfahrt in angenehmer Gesellschaft zu verbringen und in Wien sicher werden wir auch in Wien gemeinschaftliche Wege haben. Ihr Herr Gemahl, sagte Bertha und errötete wie ein Mädchen, das vom ersten Ball spricht, hat mir geraten, er hat Ihnen sicher von meiner Schneiderin vorgeschwärmt, sagte Frau Rupius lachend. Rupius saß noch immer legungslos da und sah keine von den beiden an. Ja, ja, ich möchte Sie wirklich bitten, Frau Rupius, wenn ich sie ansehe, bekomme ich Lust, mich auch wieder einmal so hübsch anzuziehen. Das ist leicht zu machen, sagte Frau Rupius, ich bringe Sie zu meiner Schneiderin und so habe ich gleich die angenehme Hoffnung, auch meine nächsten Fahrten nicht allein machen zu müssen. Ich bin auch um deinetwillen froh, sagte sie zu ihrem Mann, indem sie seine Hand berührte, die auf dem Tisch lag. Und um ihretwillen warnte sie sich an Bertha. Sie werden sehen, wie Ihnen das Wohltun wird. In Straßen herumlaufen, ohne dass einen jemand kennt, das ist wunderbar. Ich brauche es von Zeit zu Zeit, ganz erfrischt komme ich immer zurück und sie sah dabei ihren Mann von der Seite mit einem Blick voll Angst und Zärtlichkeit an. Bin dann hier so glücklich, als man nur sein kann. Glücklicher als alle anderen Frauen der Welt, glaube ich. Sie näherte sich ihrem Mann und küßte ihn auf die Schläfe. Bertha hörte, wie sie Leiste dazu sagte, Liebster. Er aber sah noch immer vor sich hin, als scheute er sich, dem Blick seiner Frau zu begegnen. Beine schwiegen und Bertha gar nicht da. Bertha fühlte dunkel, dass in der Beziehung zwischen diesen beiden Menschen irgendetwas Geheimsvolles wallte, das ganz zu verstehen sie nicht klug oder nicht erfahren oder nicht gut genug war. Minutenlang blieb es still und Bertha wurde so befangen, dass sie gern fortgegangen wäre, aber es war ja notwendig, über die morgige Reise Näheres zu vereinbaren. Anna war es, die zu reden begann. So wollen wir also dabei bleiben, dass wir uns zum Frühzug auf dem Bahnhof treffen, ja? Und ich will es so einrichten, dass wir mit dem Abendzug um sieben wieder nach Hause fahren. In acht Stunden lässt sich ja viel besorgen. Gewiss, sagte Bertha, wenn sie sich nur meinetwegen nicht im geringsten stören. Anna unterbrach sie beinahe ärgerlich. Ich sagte ihnen ja schon, wie froh ich bin, dass sie mit mir fahren und umso mehr, als mir keine Frau in der Stadt so sympathisch ist als sie. Ja, sagte Herr Rubius, das kann ich bestätigen. Sie wissen ja, dass meine Frau beinahe nirgends hier verkehrt. Und da sie nun so lange nicht bei uns war, hatte ich schon Angst, sie verliert nun auch sie. Wie können sie das nur denken? Aber Herr Rubius und sie Frau Rubius, sie haben doch nicht geglaubt. Bertha fühlte eine überströmende Liebe für beide in diesem Augenblick. Sie war so gerührt, dass sie Tränen in der eigenen Stimme aufsteigen spürte. Frau Rubius lächelte seltsam und überlegen. Ich habe gar nichts geglaubt. Überhaupt denke ich über gewisse Dinge gar nicht weiter nach. Mein Bedürfnis nach Verkehr ist ja nicht groß, aber sie, Frau Bertha, habe ich wirklich lieb. Sie reichte ihr die Hand. Bertha warf einen Blick auf Rubius. Ihr war es, als müsste so nun auf seinem Gesicht einen Ausdruck der Befriedigung gewahren, aber zu ihrer Verwunderung schaute er mit einem beinahe entsetzten Blick in die Ecke des Zimmers. Das wurde besprochen und endlich ein ziemlich genauer Stundenplan festgestellt, den Bertha in ihrem kleinen Notizbuch eintrug, worüber Frau Rubius ein wenig lächelte. Kapitel 4 Als Bertha wieder auf die Straße kam, hatte sich der Himmel bewölkt und die steigende Schwüle deutete auf ein nahes Gewitter. Noch bevor sie zu Hause angelangt war, fielen die ersten großen Tropfen und sie geriet in eine Besorgnis, als sie oben angelangt das Dienstmädchen und ihren Kleinen nicht daheim fand. Aber als sie sich zum Fenster stellte, um es zu schließen, sah sie die beiden laufend daherkommen. Der erste Donnerschlag ertönte und sie fuhr zusammen. Zugleich leuchtete ein Blitz. Das Gewitter war kurz, aber ungewöhnlich heftig. Bertha saß im Schlafzimmer auf ihrem Bett, hielt ihren Buben auf dem Schoß und erzählte ihm eine Geschichte, damit er keine Angst hätte. Dabei war ihr zumute als Bestände ein gewisser Zusammenhang zwischen dem, was sie heute und gestern erlebt und dem Ungewitter. Nach einer halben Stunde war alles vorüber. Bertha öffnete das Fenster, die Luft war abgekühlt, der dämmernde Himmel klar und fern. Bertha atmete auf, sie war wie durchdrungen von einem Gefühl des Friedens und der Hoffnung. Es war Zeit, sich für das Gartenkonzert bereit zu machen. Als sie hinkam, fand sie die Gesellschaft schon an einem großen Tisch unter einem Baum versammelt. Bertha hatte die Absicht, ihrer Schwägerin gleich zu sagen, dass sie morgen nach Wien fahren wolle, aber eine Scheu, als wäre diese Reise etwas Verbotenes, fiel sie davon zurück. Herr Klingemann ging mit seiner Wirtschafterin an ihrem Tisch vorüber. Die Wirtschafterin war ein nicht mehr junges, sehr üppiges Weib, größer als Klingemann und sah im Gehen immer aus, als wenn sie schliefe. Klingemann grüßte mit übertriebener Höflichkeit, die Herren dankten kaum, die Frauen taten, als wenn sie den Gruß nicht bemerkten. Nur Bertha nickte leicht den beiden nach. Richard, der neben seiner Tante saß, flüsterte ihr zu, das ist seine Geliebte, ja ganz bestimmt, ich weiß es. Man aß und trank und plauderte, zuweilen kamen Bekannte von anderen Tischen, setzten sich auf eine Weile dazu oder gingen wieder an ihre Plätze. Die Musik rauschte um Bertha, ohne irgendeinen Eindruck auf sie zu machen. Sie war ununterbrochen mit dem Gedanken beschäftigt, wie sie ihren Plan mitteilen sollte. Plötzlich, während die Musik sehr laut spielte, sagte Bertha zu Richard, du, morgen hast du keine Stunde, ich fahre nach Wien. Nach Wien, sagte Richard und rief es hinüber zu seiner Mutter, du, die Tante fährt morgen nach Wien. Wer fährt nach Wien, fragte Galan, der am entferntesten saß. Ich, sagte Bertha. Ey, sagte Galan und drohte scherzhaft mit dem Finger. So war es also abgetan. Bertha freute sich darüber. Richard machte Späße über die Leute, die im Garten saßen, auch über den dicken Kapellmeister, der während des Dirigierens immer hüpfte, dann über einen Trompeter, der dicke Backen bekam und zu weinen schien, wenn er blies. Bertha musste sehr viel lachen. Man scherzte über ihre gute Laune und Dr. Friedrich bemerkte, sie fahre sicher zu einem Rendezvous nach Wien. Das möchte ich mir aber verbieten, rief Richard so zornig, dass die Heiterkeit eine allgemeine wurde. Nur Elli blieb ernst und sah ihre Tante ganz erstaunt an. Bertha sah durch das offene Coupé-Fenster in die Landschaft hinaus. Frau Rupius las in einem Buch, das sie sehr bald nach der Abfahrt des Zugs aus der kleinen Reisetasche herausgenommen. Es hatte beinahe den Anschein, als wollte sie ein längeres Gespräch mit Bertha vermeiden und diese war ein wenig gekränkt. Sie hatte schon lange den Wunsch gehegt, die Freundin der Frau Rupius zu sein, aber seit gestern war es wie eine Sehnsucht geworden, die sie an die Schwärmerei von Kinderfreundschaften zurückdenken ließ. Sie war so anfangs ganz unglücklich gewesen und hatte ein Gefühl von Verlassenheit gehabt, aber bald begannen die wechselnden Bilder vor dem Fenster sie angenehm zu zerstreuen. Während sie auf die Geleiser schaute, die ihr entgegenzulaufen schienen, auf die Hecken und Telegrafen stangen, die an ihr vorbeischwebten und sprangen, erinnerte sie sich der paar kurzen Reisen ins Salzkammergut, die sie als Kind mit den Eltern gemacht hatte und an das namenlose Vergnügen, wenn sie damals am Waggonfenster sitzen konnte. Dann blickte sie ins Weite, freute sich am Leuchten des Flusses, an den gefälligen Windungen der Hügel und Wiesen, am Blau des Himmels und an den weißen Wolken. Nach einiger Zeit legte Anna wieder ihr Buch weg, fing mit Bertha an zu plaudern und lächelte ihr zu wie einem Kind. Wer uns das vorausgesagt hätte, sagte Frau Rupius, dass wir zusammen nach Wien? Nein, nein, dass wir beide unser Leben dort, sie wies mit einer leichten Bewegung des Kopfes in die Gegend, aus der sie kamen, wie soll ich sagen, verbringen oder beschließen werden? Freilich, freilich, sagte Bertha, sie hatte noch nie daran gedacht, dass das eigentlich sonderbar wäre. Nun, sie wussten es doch von dem Augenblick an, dass sie heirateten, aber ich, Frau Rupius sah vor sich hin. Bertha fragte, sie sind also erst in die kleine Stadt gezogen, als, als, sie unterbrach sich verlegen. Ja, sie wissen es doch, dabei schaute sie Bertha voll ins Gesicht, als wenn sie ihr diese Frage verwiese. Aber dann setzte sie mild lächelnd fort, als wäre das, woran sie dachte, gar nicht so traurig. Ja, ich habe nicht geahnt, dass ich je Wien verlassen würde. Mein Mann hatte seine Stellung als Beamter im Ministerium, er hätte sie gewiss noch längere Zeit behalten können, trotz seines Leidens, aber er wollte eben fort. Er dachte wohl, die gute Luft, die Stille, begann aber Anna antwortete ganz freundlich, nicht das, weder Ruhe noch Klima kann da helfen, aber er dachte, es wäre in jeder Hinsicht besser für uns beide. Er hatte auch Recht, was sollten wir noch in der großen Stadt? Bertha fühlte, dass Anna ihr nicht alles sagte. Sie hätte sie bitten mögen, ihr doch ihr ganzes Herz aufzuschließen, aber eine solche Bitte mit den rechten Worten auszusprechen, dazu wusste sie sich nicht geschickt genug. Und als hätte Frau Rupius erraten, dass Bertha gern mehr erfahren wollte, ging sie rasch auf etwas anderes über, fragte sie nach ihrem Schwager, nach den musikalischen Talenten ihrer Schüler, nach ihrer Unterrichtsmethode, dann nahm sie wieder ihren Roman und ließ Bertha allein. Einmal sah sie von dem Buch auf und fragte, haben sie sich denn nichts zu lesen mitgenommen? Oh ja, antwortete Bertha, es fiel ihr plötzlich ein, dass sie die Zeitung mithatte, sie nahm sie und blätterte eifrig auf, man näherte sich wie ihm. Frau Rupius klappte ihr Buch zusammen und tat es in die Reisetasche, sie sah Bertha mit einer gewissen Zärtlichkeit an, wie ein Kind, das man nun bald in ein ungewisses Schicksal entlassen muss. Noch eine Viertelstunde, sagte sie, dann sind wir, nun hätte ich beinahe gesagt, zu Hause. Die Stadt lag vor ihnen, jenseits des Flusses ragten Schlote in die Höhe, lang gestreckte, gelb angestrichene Häuser reihten sich aneinander, Türme stiegen auf, über allem lag die milde Maisonne. Bertha klopfte das Herz, sie hatte das Gefühl, wie wenn man nach langen Jahren in eine ersehnte Heimat zurückkehrt, die sich seitdem wahrscheinlich sehr verändert hat, wo allerlei Geheimnisse und Überraschungen warten. In dem Augenblick, als der Zug in die Halle fuhr, kam sie sich beinahe mutig vor. Die Frauen nahmen einen Wagen und fuhren in die Stadt. Als sie den Ring passierten, beugte sich Bertha plötzlich aus dem Fenster. Sie sah einem jungen Mann nach, dessen Gestalt und Gang sie an Emil Lindbach erinnerte. Sie wünschte, der junge Mann möchte sich umwenden, aber sie verlor ihn aus dem Auge, ohne dass es geschehen wäre. Vor einem Hause auf dem Kohlmarkt hielt der Wagen. Die beiden Frauen stiegen aus und begaben sich in den dritten Stock, wo sich das Atelier der Schneiderin befand. Während Frau Rupius probierte, ließ sich Bertha Stoffe vorlegen und traf eine Wahl. Die Mamsell nahm ihr Maß und es wurde bestimmt, dass Bertha heute über acht Tage sich zur Probe einfinden sollte. Frau Rupius kam aus dem Nebenzimmer und empfahl den Auftrag ihrer Freundin besonderer Sorgfalt. Werter schien es, als werde sie von allen mit etwas spöttischen, beinahe mitleidigen Blicken betrachtet und im großen Wandspiegel gewahrte sie plötzlich, dass sie recht geschmacklos angezogen war. Was war ihr aber auch nur eingefallen, sich für den heutigen Tag in den provinziellen Sonntagsstart zu werfen, statt eines ihrer einfachen glatten Kleider zu tragen wie sonst. Sie wurde rot vor Beschämung. Sie hatte eine schwarz-weiß gestreifte Toilette aus Foulard, die in ihrem Schnitt um drei Jahre zurück war, und einen übertriebenen, nach vorn aufgebogenen, hellen, mit Rosen aufgeputzten Hut, der ihre zierliche Gestalt drückte und beinahe lächerlich machte. Und als hätte es noch einer Bestätigung durch ein tröstendes Wort bedurft, sagte ihr Frau Rupius im Hinuntergehen. Sie sehen doch sehr hübsch aus. Sie standen im Torweg. Was nun? fragte Frau Rupius. Was haben Sie vor? Wollen Sie mich denn, ich meine, Werther war ganz erschrocken, sie kam sich wie ausgesetzt vor. Frau Rupius sah sie mit freundlichem Mitleid an. Ich denke, sagte sie, dass Sie nun Ihre Cousine besuchen werden, nicht wahr? Und ich nehme an, dass man Sie dort zum Essen behält? Natürlich wird mich Agathe zu Tisch einladen. Ich werde Sie bis hinführen, wenn es Ihnen recht ist, dann gehe ich zu meinem Bruder und wenn es mir möglich ist, hole ich Sie um drei Uhr nachmittags ab. Sie gingen zusammen durch die belebtesten Straßen der inneren Stadt und betrachteten die Auslagen. Der Lärm hatte anfangs etwas Verwirrendes für Bertha, dann wirkte er eher angenehm auf sie. Sie sah die Leute an, die vorübergingen und der Anblick der eleganten Herren und hübsch angezogenen Damen bereitete ihr großes Vergnügen. Die Leute schienen überhaupt alle neue Kleider anzuhaben und ihr war, als sehen sie hier alle viel glücklicher aus als daheim. Jetzt blieb sie vor der Auslage eines Kunsthändlers stehen und ihre Augen fielen gleich auf ein bekanntes Bild. Es war das jenige Emil Lindbachs aus der illustrierten Zeitung. Bertha war so erfreut, als hätte sie einen Bekannten getroffen. Den kenne ich, sagte sie zu Frau Rupius. Wen? Den hier? Sie wies mit dem Finger auf die Fotografie. Denken sie, mit dem bin ich zugleich ins Konservatorium gegangen. So? fragte Frau Rupius. Bertha sah sie an und merkte, dass sie dem Bild gar keine Aufmerksamkeit geschenkt hatte, sondern über irgendetwas nachdachte. Bertha war aber froh darüber, denn es schien ihr, als hätte in ihrer Stimme zu viel Wärme gelegen. Zugleich regte sich ein ganz leichter Stolz in ihr, dass der Mann, dessen Bild hier in der Auslage hing, als ganz junger Mensch in sie verliebt gewesen war und sie geküsst hatte. Mit einem Gefühl innerer Zufriedenheit ging sie weiter. Nach kurzer Zeit war sie in der Riemerstraße vor dem Haus ihrer Cousine. Also es bleibt dabei, sagte sie, nicht wahr, dass sie mich um drei abholen? Ja, entgegnete Frau Rupius, das heißt, nun, wenn ich mich ein wenig verspäten sollte, halten sie sich meinetwegen keineswegs länger bei ihrer Cousine auf, als ihnen angenehm ist. Es bleibt jedenfalls dabei, um sieben Uhr abends auf dem Bahnhof. Auf Wiedersehen! Sie gab Bertha die Hand und ging rasch. Bertha sah ihr befremdet nach. Sie kam sich wieder so verlassen vor, wie in der Eisenbahn, da Frau Rupius ihren Roman gelesen hatte. Kapitel 5 Dann ging sie die zwei Treppen hinauf. Sie hatte die Cousine von ihrem Kommen nicht benachrichtigt und bekam eine leise Angst, dass sie ungelegen sein könnte. Seit vielen Jahren hatte sie Agathe nicht mehr gesehen und die Korrespondenz zwischen ihnen war recht sparsam geführt worden. Agathe empfing sie nicht anders, als wären sie gestern zum letzten Mal beisammen gewesen, ohne Verwunderung und ohne Herzlichkeit. Um Berthas Lippen war schon das Lächeln gewesen, wie man es hat, wenn man jemandem eine Überraschung zu bereiten glaubt. Sie unterdrückte es gleich. Du bist ein recht seltener Gast, sagte Agathe und lässt gar nichts von dir hören. Aber Agathe, du bist mir ja noch einen Brief schuldig, seit drei Monaten. So? fragte Agathe. Nun, mich musst du entschuldigen. Du kannst dir denken, was einem drei Kinder zu tun geben. Hab ich dir geschrieben, dass Georg schon in die Schule geht? Agathe führte ihre Cousine in die Kinderstube, wo Georg und die zwei kleinen Mädchen von der Bonne eben ihr Mittagessen vorgeteilt erhielten. Bertha stellte einige Fragen an sie, aber die Kinder waren sehr scheu und das kleinste Mädchen begann sogar zu weinen. Endlich sagte Agathe zu Georg, bitte doch Tante Bertha, dass sie das nächste Mal Fritz mitbringt. Bertha fiel es auf, wie alt ihre Cousine in den letzten Jahren geworden. Wahrhaftig, wenn sie sich zu den Kindern beugte, sah sie beinahe aus wie eine alte Frau und Bertha wusste, dass sie selbst nur um ein Jahr jünger war als Agathe. Als sie wieder ins Speisezimmer zurückkehrten, war alles erschöpft, was sie einander zu erzählen hatten und als Agathe Bertha zu Tisch einlud, schien sie es nur gesagt zu haben, um überhaupt etwas zu reden. Bertha nahm trotzdem an und die Cousine ging in die Küche, um einige Aufträge zu erteilen. Bertha sah sich im Zimmer um, das sparsam und geschmacklos eingerichtet war. Es war recht dunkel, da die Gasse sehr eng war. Bertha nahm sich ein Album vor, das auf dem Tisch lag. Darin fanden sie beinahe lauter bekannte Gesichter. Gleich tot waren, dann die Bilder ihrer eigenen Eltern und die ihrer für sie fast verschollenen Brüder, Bilder gemeinschaftlicher Jugendbekannter, von denen sie beinahe nichts mehr wusste und endlich ein Bild, dessen Vorhandensein sie schon ganz vergessen hatte. Sie und Agathe gemeinschaftlich als ganz junge Mädchen. Damals hatten sie einander sehr ähnlich gesehen und waren sehr befreundet gewesen. Bertha erinnerte sich mancher intimen Mädchengespräche, die sie damals geführt hatten. Und dieses bildhübsche Ding mit den aufgesteckten Zöpfen war jetzt beinahe eine alte Frau. Und sie selbst? Warum hielt sie sich denn noch immer für eine Junge? Erschienen sie nicht vielleicht anderen so wie Agathe ihr? Sie nahm sich vor, nachmittags auf die Blicke zu achten, mit welchen sie von Vorübergehenden betrachtet würde. Es wäre schrecklich, wenn sie auch schon so alt aussähe wie ihre Cousine. Nein, es war ganz lächerlich, das zu glauben. Ihr Neffe fiel ihr ein, der sie immer die schöne Tante nannte, die Fensterpromenade Klingemanns von gestern Abend, ja sogar die Erinnerung an die Liebenswürdigkeiten ihres Schwagers beruhigten sie. Und als sie den Spiegel sah, der ihr gegenüber hing, blickten ihr zwei helle Augen aus einem frischen und faltenlosen Gesicht entgegen. Und es war ihr Gesicht und ihre Augen. Als Agathe wieder hereinkam, begann Bertha von den fernen Jugendjahren zu sprechen, aber es schien, als hätte Agathe ihre früheren Beziehungen geradezu vergessen, als hätten die Ehe, die Mutterschaft, die Sorgen des Alltags mit der Jugend auch die Erinnerung daran ausgelöscht. Wie jetzt Bertha von einem Studenten-Kainzchen zu reden begann, dass sie zusammenbesucht, von jungen Leuten, die Agathe den Hof gemacht, von einem gewissen anonymen Blumenstrauß, den Agathe einmal geschickt bekommen hatte, lächelte sie anfangs wie abwesend. Dann sah sie Bertha an und sagte, dass du dich noch an alle die Dummheiten erinnerst. Der Gatte Agathe kam aus der Kanzlei nach Hause. Er war recht grau geworden. Im ersten Augenblick schien er Bertha nicht zu erkennen. Dann verwechselte er sie mit einer anderen Dame und entschuldigte sich mit seinem schlechten Personengedächtnis. Bei Tisch spielte er den Gewanden. Er fragte in einer gewissen überlegenen Art nach den Zuständen der kleinen Stadt und meinte scherzend, ob Bertha nicht wieder zu heiraten gedächte. An diesen Neckereien beteiligte sich auch Agathe, während sie zugleich ihren Gatten, der dem Gespräch eine frivole Wendung zu geben suchte, gelegentlich durch Blicke zurecht wies. Bertha fühlte sich unbehaglich. Später machte Agathe eine Anspielung, aus der hervorging, dass seine Frau wieder Mutterfreuden entgegensah. Aber während Bertha sonst für Frauen in solchen Umständen ein Gefühl der Sympathie hatte, war sie hier fast unangenehm berührt. Auch lag in der Art, eine Spur von Liebe, sondern eher ein gewisser alberner Stolz erfüllter Pflicht. Er sprach so davon, als wenn es eine besondere Liebenswürdigkeit von ihm wäre, dass er sich bei all seiner Beschäftigung und trotzdem Agathe nicht mehr schön war, dazu verstand, bei ihr zu schlafen. Bertha hatte das Gefühl, hier in eine unreinliche Geschichte eingeweiht zu werden, die sie nichts anging. Sie war froh, als Agathe gleich nach eingenommener Mahlzeit ging. Es war seine Gewohnheit, sein einziges Laster, wie er lächelnd sagte, nach Tisch eine Stunde im Kaffeehaus Billard zu spielen. Bertha blieb mit Agathe allein. Ja, sagte Agathe, nun steht mir das wieder einmal bevor. Und nun begann sie in einer geschäftsmäßigen kühlen Art von ihren früheren Entbindungen zu reden, mit einer Aufrichtigkeit und Schamlosigkeit, die Bertha umso mehr auffiel, als sie einander doch so fremd geworden waren. Aber während Agathe weitersprach, fuhr Bertha plötzlich der Gedanke durch den Sinn, wie schön es sein müsste, von einem Mann, den man liebt, ein Kind zu bekommen. Sie hörte nicht mehr auf die widerwärtigen Reden ihrer Cousine, sie dachte nur mehr an die Mutter zu werden und sie erinnerte sich eines Augenblicks, da diese Sehnsucht tiefer gewesen war, als jemals früher oder später. Es war an einem Abend, da Emil Lindbach sie vom Konservatorium aus nach Hause Er hätte aus ihr machen können, was er wollte. Jetzt merkte sie, dass es im Zimmer ganz still geworden und dass Agathe in der Ecke des Divans lehnte und zu schlafen schien. Auf der Wanduhr war es drei. Wie unangenehm, dass Frau Rupius noch nicht da war. Bertha trat zum Fenster und blickte auf die Straße. Dann wandte sie sich nach Agathe um, die die Sprech zu beginnen und erzählte von der Toilette, die sie vormittags bestellt, aber Agathe war zu schläferig, sie antwortete gar nicht mehr. Bertha wollte nicht lästig fallen und nahm Abschied. Sie beschloss auf der Straße Frau Rupius zu erwarten. Agathe schien sehr froh, während Bertha sich zum Fortgehen ankleidete, wurde herzlicher, als sie die ganze Zeit über gewesen und sagte an der Tür, als wäre eine Erleuchtung über sie gekommen, wie die Zeit vergeht, ich hoffe, du lässt dich bald wieder anschauen. Als Bertha vor dem Haustor stand, wusste sie, dass sie vergeblich auf Frau Rupius wartete. Gewiss war es von Anfang an deren Absicht gewesen, den Nachmittag ohne Bertha zu verbringen. Es brauchte ja nichts weiter Böses dabei zu sein und es war auch sicher nichts Böses dabei. Es kränkte Bertha nur, dass Anna so wenig Vertrauen zu ihr hatte. Bertha spazierte planlos weiter, es lagen noch mehr als drei Stunden vor ihr, ehe sie auf den Bahnhof sollte. Zuerst ging sie wieder in der inneren Stadt spazieren. Es war wirklich angenehm, so ganz unbeobachtet, als Fremde unter den Leuten herum zu gehen. Lange hatte sie Herrn wurde sie mit Interesse betrachtet, ja manchmal blieb einer stehen und sah ihr nach. Es tat ihr leid, dass sie so unvorteilhaft angezogen war, und sie freute sich, bald das schöne Kleid aus dem Atelier der Wiener Schneiderin zu bekommen. Sie hätte gewünscht, von irgendjemandem verfolgt zu werden. Plötzlich fuhr er durch den Sinn, wenn sie Emil Lindbach begegnete, ob aber solche Zufälle gibt es nicht. Nein, sie war ganz sicher, sie konnte tagelang in Wien herumgehen, nie würde sie ihm begegnen. Wie lange hatte sie ihn nicht mehr gesehen? Sieben, acht Jahre? Ja, zwei Jahre vor ihrer Verheiratung hatte sie ihn das letzte Mal gesehen. Sie war mit ihren Eltern an einem warmen Sommerabend im Prater im Schweizer Haus gewesen, mit einem Freund war er vorüber gegangen und ein paar Minuten an ihrem Tisch stehen geblieben. Ah, nun besann sie sich darauf, dass auch der junge Arzt an ihrem Tisch gesessen war, der sich um sie bewarb. Was Emil damals gesprochen, wusste sie nicht mehr, doch erinnerte sie sich, dass er die ganze Zeit, während er vor ihr gestanden, seinen Hut wo mochte er jetzt wohnen? Zu jener Zeit hatte er ein Zimmer auf der Wieden gehabt, nah von der Paulaner Kirche. Ja, er hatte ihr das Fenster gezeigt, als sie einmal vorüber gingen und bei dieser Gelegenheit eine Bemerkung gewagt. Des Wortlauts entsam sie sich nicht mehr, aber der Sinn war bestimmt der gewesen, dass sie mit ihm in diesem Zimmer zusammen sein sollte. Sie hatte ihn damals sehr streng zurecht gewiesen, ja, sie hatte erwidert, wenn er so von ihr dächte, wäre alles aus. Und er sprach wirklich nie wieder davon. Ob sie das Fenster wiedererkannte, ob sie es fände? Wahrhaftig, ob sie hier spazieren ging oder dort, das war doch einerlei. Sie ging rasch, als ob sie plötzlich ein Ziel gefunden der Wieden zu. Sie staunte, wie sich hier alles verändert hatte, wie sie von der Elisabethbrücke aus hinunterschaute, sah sie Mauern, die aus dem Wienbett aufstiegen, halbfertige Gleise, kleine Waggons in Bewegung und beschäftigte Arbeiter. Bald hatte sie die Paulanerkirche erreicht, auf dem selben Weg, den sie in früherer Zeit so oft gegangen. Aber nun hielt sie inne. Sie konnte sich durchaus nicht mehr besinnen, wo Emil links gehen müsse. Sonderbar, wie gänzlich ihr das entfallen war. Sie ging langsam wieder zurück, bis zum Konservatorium. Dort blieb sie stehen. Oben waren die Fenster, von denen aus sie so oft die Kuppel der Karlskirche betrachtet und sehnsüchtig das Ende der Stunde erwartet hatte, um mit Emil zusammen zu treffen. Wie lieb hatte sie ihn doch gehabt und wie sonderbar war es, dass es so ganz aufhören konnte. Sie ging nun hier herum als Witwe, war es schon jahrelang, hatte daheim ein Kind, das heranwuchs. Und wenn sie gestorben wäre, Emil hätte es gar nicht erfahren oder vielleicht erst Jahre später. Ihr Auge fiel auf ein großes Plakat, das auf das Eingangstor geheftet war. Das Konzert war angekündigt, in dem auch er mitwirken würde und hier stand sein Name unter vielen anderen Großen, von denen sie manche seit lang mit stiller Scheu bewundert. Brahms Violinkonzert, vorgetragen von dem königlich-bayerischen Kammervirtuosen Emil Lindbach. Bayerischer Kammervirtuose, das hatte sie gar nicht gewusst. Es war ihr, als könnte der, dessen Name hier auf sie herableuchtete, im nächsten Moment aus der Einfahrt heraustreten, den Violinkasten in der Hand, die Zigarette zwischen den Lippen. So nah war das alles plötzlich und schien noch näher, als mit einem Mal von oben die langgezogenen Striche einer Violine zu ihr heruntertönen, wie sie sie damals so oft gehört. Sie wollte zu diesem Konzert nach Wien hereinfahren, ja, und wenn sie auch eine Nacht im Hotel verbringen müsste. Und sie würde sich weit vorne hinsetzen und ihn ganz in der Nähe sehen. Ob er sie auch sehen und sie erkennen würde? Sie stand noch immer vor dem gelben Plakat, ganz versunken, bis sie sich von ein paar jungen Leuten, die aus der Einfahrt herauskamen, angestarrt fühlte und nun auch wusste, dass sie die ganze Zeit gelächelt hatte, wie in einem schönen Traum. Sie setzte ihren Weg fort. Auch die Gegend um den Stadtpark hatte sich verändert, als sie die Stellen suchte, wo sie damals mit ihm herum gegangen war, fand sie 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 ganz zerstört. Bäume waren ausgeholzt, Planken verwehrten den Weg, der Boden war aufgerissen und vergeblich suchte sie die Bank zu finden, wo sie mit Emil verliebte Worte gewechselt, an deren Ton sie sich so gut und an deren eigentlichen Inhalt sie sich gar nicht mehr erinnerte. Sie gelangte nun in den gut erhaltenen wohlgepflegten Teil des Parks, der voll Menschen war, aber sie hatte die Empfindung, dass manche Leute sie betrachteten und einige Damen über sie lachten und sie kam sich wieder sehr kleinstädtisch vor, ärgerte sich über ihre eigene Verlegenheit und dachte an die Zeit, da sie als hübsches junges Mädchen unbefangen und stolz durch solche Alleen gegangen war. Sie kam sich jetzt so herabgesunken, so bedauernswert vor. Der Einfall, im großen Musikvereinssaal in der ersten Reihe zu sitzen, erschien ihr verwegen, beinahe unausführbar. Es war ihr jetzt auch sehr unwahrscheinlich, dass Emil Lindbach sie noch erkennen würde, ja es schien ihr fast unmöglich, dass er sich noch ihrer Existenz erinnern könnte. Was hatte er seitdem alles erlebt? Wie viele Frauen und Mädchen mochten ihn wohl geliebt haben und in ganz anderer Art als sie? Und während sie weiterging, nun durch weniger belebte Alleen endlich wieder hinaus auf die Ringstraße, sah sie den Geliebten ihrer Jugend in allerlei Abenteuern vor sich, in die wirre Erinnerungen aus gelesenen Romanen und unklare Vorstellungen von seinen Kunstreisen im Auslande seltsam hineinspielten. Sie dachte sich ihn in Venedig, in einer Gondel mit einer russischen Fürstin, dann wieder sah sie ihn am Hofe des bayerischen Königs, wo Herzoginnen seinem Spiel lauschten und Maskenball in Spanien von verführerischen Masken umschwärmt und in je weitere Fernen er unnahbar und beneidenswert entschwebte, umso ärmlicher erschien sie sich selbst. Sie begriff es mit einem Mal nicht mehr, wie leicht sie damals ihre eigenen Hoffnungen, ihre künstlerische Zukunft und den Geliebten aufgegeben, um ein sonnenloses Dasein zu führen und in der Menge zu verschwinden. Es war wie ein Schauer, der sie erfasste, als sie sich darauf besann, dass sie nichts anderes war, als die Witwe eines unansehnlichen Menschen, die in einer kleinen Stadt lebte, sich mit Klavierlektionen fortbrachte und langsam das Alter herankommen sah. Niemals hatte sie auch nur einen Strahl von dem Glanz auf ihrem Weg gefunden, in dem der Seine dahin lief, solange er lebte. Und mit dem gleichen Schauer dachte sie daran, wie sie sich immer an ihrem Schicksal hatte genügen lassen, wie sie ohne Hoffnung, ja ohne Sehnsucht in eine Dumfheit, die ihr in diesem Augenblick unerklärlich schien, ihr ganzes Dasein hingebracht. Sie war zwei und haben, mit dem gewinnen ganz und Frau Rupius jetzt mit jemandem zusammen war, den sie lieb hatte. Freilich, warum sollte sie es nicht sein? Sie war ja, wenigstens solange sie in Wien lebte, frei, Herrin ihrer Zeit und dabei war sie sehr hübsch und ein duftiges violettes Kleid hatte sie an und um ihren Mund war ein Lächeln, das man gewiss nur haben kann, wenn man glücklich ist. Und zu Hause ist sie nicht glücklich. Und mit einem Mal sah Bertha Herrn Rubios vor sich, wie er daheim in seinem Zimmer saß und Stiche betrachtete. Aber heute tut er es sicher nicht, nein. Heute zittert er zu Hause um seine Frau in einer ungeheuren Angst, dass man sie ihm dort in der großen Stadt wegnimmt, dass sie nie wieder zurückkommt und dass er ganz allein bleibt mit seinem Jammer. Und Bertha hatte plötzlich ein Mitleid für ihn wie nie zuvor. Ja, sie wäre am liebsten bei ihm gewesen, um ihn zu trösten und ihn zu beruhigen. Sie fühlte, wie jemand ihren Arm berührte. Sie zuckte zusammen und sah auf. Ein junger Mann stand neben ihr und schaute sie frech an. Sie starrte ihm noch ganz zerstreut ins Auge. Da sagte er, na? Und lachte. Bertha erschrak und lief beinahe rasch einem Wagen zuvorkommend über die Straße. Sie schämte sich ihres Wunsches von früher, die Dame im Wagen zu sein. Es schien ihr, als wäre die Unverschämtheit jenes Menschen die Strafe dafür. Nein, nein, sie ist eine anständige Frau. Alles Freche ist ihr im Grunde ihrer Seele zuwider. Nein, sie könnte in Wien gar nicht mehr leben, wo man solchen Dingen ausgesetzt ist. Eine Sehnsucht nach dem Frieden ihres kleinen Hauses überkommt sie. Und sie freut sich auf das Wiedersehen mit ihrem Buben wie auf etwas unerhört Schönes. Wie spät ist es denn? Um Himmels Willen, dreiviertel sieben. Sie muss einen Wagen nehmen, darauf kommt es ja nicht mehr an. Den Wagen heute Morgen hat ja Frau Rupius bezahlt, also kostet sie der, den sie jetzt nehmen wird, sozusagen nur die Hälfte. Sie setzt sich in einen offenen Fiakka. Sie lehnt in der Ecke, beinahe gerade so vornehm, wie sie von jener Dame in dem weißen Kleid gesehen. Die Leute schauen sie an. Sie weiß, dass sie jetzt hübsch und jung aussieht, und dabei fühlt sie sich so sicher, es kann ihr nichts geschehen. Das rasche Dahinsausen auf den Gummirädern bereitet ihr ein unsägliches Vergnügen. Wie hübsch wird es sein, wenn sie das nächste Mal in dem neuen Kleid und mit dem kleinen Strohhut, der sie so jung macht, wieder im Wagen durch die Stadt fährt. Sie freut sich, dass Frau Rupius am Eingang des Bahnhofes steht und sie ankommen sieht. Doch sie verrät nichts von ihrem Stolz, sondern tut, als wenn es ganz selbstverständlich wäre, im Fiakka beim Bahnhof vorzufahren. Wir haben noch zehn Minuten Zeit, sagt Frau Rupius. Sind Sie mir sehr böse, dass ich Sie habe warten lassen? Denken Sie, bei meinem Bruder war heute große Kinderjause und die Kleinen wollten mich absolut nicht fortlassen. Zu spät fiel mir ein, dass ich Sie eigentlich holen lassen könnte. Die Kinder hätten Ihnen viel Spaß gemacht, und ich habe meinem Bruder schon gesagt, dass ich nächstes Mal Sie und Ihren Buben hinaufbringe. Bertha schämte sich sehr. Wie unrecht hatte sie dieser Frau wieder getan. Sie konnte ihr nur die Hand drücken und sagen, ich danke Ihnen. Sie sind sehr lieb. Sie taten auf den Perronen und stiegen in ein Coupé, das ganz leer war. Frau Rupius hatte ein Päckchen mit Kirschen in der Hand und aß langsam einen nach der anderen. Die Kerne warf sie zum Fenster hinaus. Als der Zug sich in Bewegung setzte, lehnte sie sich zurück und schloss die Augen. Bertha sah zum Fenster hinaus. Sie fühlte sich recht müde von dem vielen Herumgehen. Ein leichtes Unbehagen stieg in ihr auf. Sie hätte diesen Tag anders verbringen können. Ruhiger, vergnügter. Die kühle Aufnahme und das langweilige Mittagessen bei ihrer Cousine fiel ihr ein. Es war doch recht traurig, dass sie gar keine Bekannten mehr in Wien hatte. Wie eine Fremde war sie in dieser Stadt herumgeirrt, in der sie 26 Jahre gelebt hatte. Warum? Und warum hatte sie heute früh den Wagen nicht halten lassen, als sie jene Gestalt gesehen, die Ähnlichkeit mit Emil Lindbach zu haben schien? Freilich, sie hätte nicht nachlaufen können, nicht nachrufen, aber wenn er es wirklich gewesen wäre, wenn er sie erkannt, wenn er sich gefreut hätte, sie wiederzusehen. Und sie wären miteinander herumspaziert und hätten einander von der langen Zeit erzählt, die sie durchlebt, ohne voneinander zu wissen. Und sie wären miteinander in ein vornehmes Restaurant gegangen, zu Mittagsspeisen. Und einige hätten ihn natürlich gekannt und sie hörte ganz genau, wie sich die Leute darüber unterhielten, wer sie eigentlich wäre. Sie sah auch schön aus, das neue Kleid war schon fertig und die Kellner bedienten sie mit großer Höflichkeit, besonders ein kleiner Junge, der den Wein brachte. Aber das war eigentlich ein Neffe, der selbstverständliche Kellnerjunge geworden war, statt zu studieren. Plötzlich traten in den Saal Herr und Frau Dr. Martin. Sie hielten einander so innig umschlungen, als wenn sie ganz allein wären. Da stand Emil auf, nahm den Geigenbogen, der neben ihm lag und hob ihn gebieterisch, worauf der Kellner das Ehepaar Martin zur Tür hinaus jagte. Darüber musste Bertha lachen, viel zu laut, denn sie hatte schon ganz verlernt, wie man sich in einem vornehmen Restaurant benimmt. Aber es ist ja gar nicht vornehm, es ist einfach die Gaststube zum Roten Apfel und die Militärkapelle spielt irgendwo, ohne dass man sie sieht. Das ist nämlich eine Kunst des Herrn Rupius, dass Militärkapellen spielen können, ohne dass man sie sieht. Jetzt aber kommt gleich ihre Nummer dran. Hier ist das Klavier. Aber sie hat ja gewiss das Klavierspielen längst verlernt. Sie wird lieber entfliehen, damit man sie nicht zwingt. Und gleich ist sie auf dem Bahnhof. Frau Rupius erwartet sie schon und sagt, es ist höchste Zeit und sie gibt ihr ein großes Buch in die Hand. Das ist nämlich die Fahrkarte. Doch Frau Rupius fährt gar nicht weg. Sie setzt sich auf eine Bank, isst Kirschen und spuckt die Kerne auf den Stationschef, der sich darüber sehr freut. Bertha steigt ins Coupé. Gott sei Dank, dass Klingemann schon da ist. Er winkt ihr mit gekniffenen Augen zu und sagt, wissen Sie, was das für ein Leichenzug ist? Und Bertha sieht, dass auf dem anderen Gleise ein Leichenwagen steht. Sie erinnert sich nun, dass der Hauptmann gestorben ist, mit dem die Tabaktrafikantin den Herrn Klingemann betrogen hat. Natürlich, darum war heute das Konzert im Roten Apfel. Plötzlich bläst ihr Herr Klingemann auf die Augen. Lach, dass es dröhnt. Bertha schlägt die Augen auf. Da saust eben ein Zug am Fenster vorbei. Sie schüttelt sich. Was für wirre Träume. Und fing es nicht sehr schön an? Sie versucht, sich zu besinnen. Ja, Emil spielte eine Rolle. Aber sie weiß nicht mehr, welche. Die Dämmerung bricht langsam herein. Der Zug fährt die Donau entlang. Frau Rupius schläft und lächelt. Vielleicht auch stellt sie sich nur schlafend. Der leise Verdacht in Bertha kommt von Neuem. Und ein Neid gegen das Unbekannte, Geheimnisvolle, das Frau Rupius erlebt, steigt in ihr auf. Sie möchte auch etwas erleben. Sie wünscht, dass jetzt irgendjemand neben ihr säße, seinen Arm an den ihren gedrängt. Sie möchte wieder dasselbe empfinden wie damals, als sie mit Emil am Wienufer stand und ihr die Sinne beinahe vergehen wollten und sie sich nach einem Kinde sehnte. Ach, warum ist sie so allein? So arm, so im Dunkeln. Sie möchte den Geliebten ihrer Jugend anflehen. Küss mich nur noch einmal, wie damals. Ich möchte glücklich sein. Es ist dunkel. Bertha sieht in die Nacht hinaus. Noch heute, bevor sie schlafen geht, wird sie die kleine Tasche vom Boden holen, in der die Briefe ihrer Eltern und Emils aufbewahrt sind. Sie sehnt sich, daheim zu sein. Es ist ihr, als sei eine Frage in ihrer Seele aufgewacht, auf die zu Hause die Antwort wartet. Kapitel 6 Als Bertha am späten Abend in ihr Zimmer trat, kam ihr der Einfall, noch jetzt allein auf den Boden hinaufzugehen und die Tasche herunterzuholen, beinahe abenteuerlich vor. Sie fürchtete, dass man im Hause ihre nächtige Wanderung bemerken und sie für verrückt halten möchte. Sie konnte es ja morgen ohne Aufsehen in größerer Bequemlichkeit tun. Und so schlief sie mit der Empfindung eines Kindes ein, dem für den folgenden Tag ein Ausflug aufs Land versprochen ist. Am nächsten Vormittag hatte sie mancherlei zu tun. Häusliche Beschäftigungen und die Klavierlektionen nahmen den Vormittag in Anspruch. Ihrer Schwägerin musste sie von ihrer Wiener Reise berichten. Sie erzählte, dass sie mit ihrer Cousine nachmittags spazieren gegangen wäre und stellte die Sache so dar, als hätte sie auf Ersuchen der Cousine der Frau Rupius abgeschrieben. Erst nachmittags ging sie auf den Dachboden und holte die verstaubte Reistasche herunter, die neben einem Koffer und zwei Kisten lag, alles zusammen von einem alten, rot geblümten, zerschlissenen Kaffeetuch überdeckt. Bertha wusste, dass sie sie das letzte Mal aufgeschlossen, um Briefschaften aufzubewahren, die ihre Eltern hinterlassen hatte. Als sie die Tasche in ihrem Zimmer öffnete, erblickte sie auch vor allem eine Anzahl von Briefen ihrer Brüder und andere mit unbekannten Schriftzügen. Dann fand sie ein wohlgesichtetes Päckchen, die spärlichen Briefe ihrer Eltern an sie enthalten, zwei Haushaltungsbücher ihrer Mutter, ein kleines Heft aus ihrer eigenen Schulzeit, darin sie Stundenpläne und Aufgaben eingezeichnet, dann einige Damenspenden von den Wellen, die sie als junges Mädchen besucht und endlich in blaues Seidenpapier gewickelt, das an einigen Stellen eingerissen war, Emils Briefe. Nun wusste sie sich auch auf den Tag zu besinnen, da sie diese das letzte Mal in der Hand gehabt, ohne sie zu lesen. Das war, als ihr Vater schon krank gelegen und sie tagelang gar nicht aus dem Haus gekommen war. Sie legte das Päckchen beiseite. Sie wollte zuerst alles andere sehen, was hier noch aufbewahrt und worauf sie sehr neugierig war. Ganz lose lag eine Anzahl von Briefen auf dem Grund der Tasche, einige im Kuvert, andere ohne Hülle. Sie blickte wahllos den einen und den anderen an. Es waren Briefe von alten Freundinnen, ein paar von ihrer Cousine und hier einer von dem Arzt, der sich seinerzeit um sie beworben. Er enthielt die Bitte um den ersten Walzer auf den Medizinerkränzchen. Und hier, was war denn das? Ja, das war der anonyme Brief, den ja einer ins Konservatorium geschickt. Sie nahm ihn zur Hand. Mein Fräulein, ich hatte gestern wieder das Glück, sie auf ihrem täglichen Weg zu bewundern. Ich weiß nicht, ob auch ich das Glück hatte, von ihnen bemerkt zu werden. Nein, dieses Glück hatte er nicht gehabt. Dann kamen noch drei Seiten, auf denen sie angeschwärmt wurde. Kein Wunsch, kein kühnes Wort. Auch hatte sie nie wieder etwas von dem Schreiber gehört. Und hier ein Brief mit zwei Initialen unterschrieben. M.G. Das war dieser Unverschämte gewesen, der sie auf der Straße angesprochen und ihr in diesem Brief Anträge gestellt hatte. Ja, welche denn nur? Ah, hier war die Stelle, die ihr damals das Blut in den Kopf getrieben. Seit ich sie gesehen, seit sie ihren strengen und doch so verheißenden Blick auf mich gerichtet hielten, habe ich nur mehr einen Traum, eine Sehnsucht, diese Augen küssen zu dürfen. Sie hatte natürlich nicht geantwortet. Es war die Zeit gewesen, in welcher sie Emil liebte. Ja, sie hatte sogar daran gedacht, ihm diese Briefe zu zeigen. Aber die Angst vor seiner Eifersucht hielt sie zurück. Nie hatte Emil von M.G. etwas erfahren. Und das weiche Band, das ihr jetzt in die Hände geriet? Eine Schleife? Aber sie wusste nicht, woran sie die erinnern sollte. Und hier wieder ein kleines Tanzalbum, wo die Namen ihrer Tänzer eingetragen waren. Sie versuchte, sich der Personen zu erinnern, aber vergeblich. Und dabei war ja gerade auf diesem Ball einer gewesen, der ihr so glühende Worte gesagt hat, wie nie ein anderer. Es war ihr, als tauchte der plötzlich wie ein Sieger auf unter den vielen Schatten, die sie umschwebten. Ja, das war schon zu der Zeit gewesen, da Emil und sie einander seltener sahen. Wie sonderbar war das? Oder hatte sie es nur geträumt? Dieser Glühende drückte sie während des Tanzes an sich. Und sie wehrte sich gar nicht und fühlte seine Lippen auf ihrem Haar. Und es war unglaublich schön. Ja, und weiter? Sie hatte ihn nie wieder gesehen. Es war ihr plötzlich, als hätte sie in jener Zeit doch vieles und seltsames erlebt. Und wie in einem Staunen versank sie, dass alle diese Erinnerungen so lang in der alten Reisetasche und in ihrer Seele geschlafen hatten. Doch nein, manchmal hatte sie an alle diese Dinge gedacht. An Leute, die ihr den Hof gemacht, an den anonymen Brief, an den glühenden Tänzer, an die Spaziergänge mit Emil, aber als wenn es weiter nichts Besonderes, als wenn es eben die Vergangenheit wäre, die Jugend, die jedem Mädchen beschieden ist und aus der sie in das stille Frauenleben eingeht. Heute aber schien ihr, als wären diese Erinnerungen zugleich uneingelöste Versprechungen. Als liegen in jenen fernen Erlebnissen verkümmerte Schicksale. Ja, als wäre irgendein Betrug an ihr verübt worden. Seit lang, von dem Tage an, da sie geheiratet, bis zum heutigen Tag. Und als wäre sie zu spät darauf gekommen, stünde nun da und könnte nichts mehr tun. Doch wie war denn das? An alle diese Nichtigkeiten dachte sie. Und hier neben ihr lag noch immer, in Seidenpapier eingewickelt, der Schatz, um dessen Willen sie ja in der alten Tasche herumgekramt. Die Briefe des Einzigen, den sie geliebt hatte. Die Briefe aus der Zeit, da sie glücklich gewesen. Wie viele mochten sie heute darum beneiden, dass gerade diese sie einmal geliebt. Anders, besser, keuscher, sie als alle anderen nach ihr. Und sie fühlte sich am tiefsten betrogen, weil sie, die seine Frau hätte sein können, wenn, wenn... Rasch, wie um sich von Zweifel, ja von Angst zu befreien, riss sie das Seidenpapier herab und griff nach den Briefen. Und sie las, las, einen nach dem anderen, die kurzen und die langen, die kleinen Zettel mit den flüchtigen Worten. Morgen Abend, sieben Uhr, mein Schatz, oder Liebste, nur einen Kuss, bevor ich schlafen gehe. Und die Seitenlangen, von der Reise ausgeschrieben, wenn er im Sommer mit seinen Kollegen Fußwanderungen machte. Oder andere, in denen er abends seinen Eindruck von einem Konzert, gleich nach dem Nachhausekommen mitzuteilen, sich gedrängt fühlte. Dann die Endlosen, wo er Zukunftspläne entwickelte, wie sie zusammen durch Spanien und Amerika reisen wollten, berühmt und glücklich. Las sie alle, alle, einen nach dem anderen, wie von einem unauslöschlichen Durst gepeinigt. Las sie vom ersten, mit welchem er ein paar Notenhefte begleitet, bis zum letzten, der zweieinhalb Jahre später datiert war und nichts enthielt als einen Gruß aus Salzburg. Und als sie zu Ende war, ließ sie die Hände sinken und starrte auf die herumliegenden Blätter. Warum war dies der letzte Brief? Wie hatte es geendet? Wie hatte es enden können? Wie war es möglich, dass diese große Liebe schwinden konnte? Es war nie zu einem Bruch, zu einer Auseinandersetzung gekommen. Und irgendeinmal war es ausgewiesen. Wann? Sie wusste es nicht. Denn damals, als sie jene Karte aus Salzburg kam, hatte sie ihn noch geliebt. Im Herbst hatte sie ihn noch gesehen. Ja, im nächsten Winter darauf schien alles noch einmal aufzublühen. Sie erinnerte sich gewisser Spaziergänge auf knirschendem Schnee, Arm in Arm bei der Karlskirche. Wann aber war es das letzte Mal gewesen? Sie hatten ja niemals Abschied voneinander genommen. Sie verstand es nicht. Wie hatte sie so leicht auf ein Glück verzichten können, das zu halten doch in ihrer Macht gewesen wäre? Wie hatte sie aufgehört, ihn zu lieben? Hatte die dumpfe Alltäglichkeit, die zu Hause auf ihr gelastet, von dem Augenblick an, dass sie das Konservatorium verlassen, wie ihren Ehrgeiz, so auch ihr Fühlen, eingeschläfert? Hatten die unzufriedenen Bemerkungen ihrer Eltern über den aussichtslosen Verkehr mit dem Blut jungen Violinspieler so ernüchternd auf sie gewirkt? Und jetzt fiel ihr ein, dass er auch noch später einmal einen Besuch bei ihr abgestattet, nachdem sie ihn monatelang nicht gesehen und sie im Vorzimmer geküsst hatte. Ja, das war das letzte Mal gewesen. Und nun besann sie sich auch, wie sie damals gespürt, dass seine Beziehungen zu den Frauen andere geworden seien, dass er Dinge erlebt haben musste, von denen sie nichts wissen durfte. Aber sie hatte darüber keinen Schmerz empfunden. Und sie fragte sich, wie wäre alles geworden, wenn sie damals kein so tugendhaftes Mädchen gewesen, wenn sie das Leben so leicht genommen hätte wie andere? Eine Kollegin fiel ihr ein, mit der sie den Verkehr aufgegeben, weil sie ein Verhältnis mit einem Schauspielschüler gehabt hatte. Und sie erinnerte sich wieder jenes kühnen Wortes von Emil, als er mit ihr an seinem Fenster vorüberging und jeder Sehnsucht, während sie am Wienufer standen. Unbegreiflich erschien ihr, dass jenes Wort damals nicht lebhafter in ihr nachgewirkt hatte, dass jene Sehnsucht nur einmal und auf so kurze Zeit in ihr erwacht war. Mit einer Art von ratlosem Staunen dachte sie an die Zeit jener unbeirrten Jungfräulichkeit und mit plötzlichem, peinvollem Schamgefühl, das ihr das Blut in die Schläfen jagte, an die kühle Bereitwilligkeit, mit der sie sich einem Manne hingegeben, den sie nie geliebt hatte. Und das Bewusstsein, dass das ganze Glück, das sie als Frau genossen, darin enthalten war, in den Armen jenes Ungeliebten zu legen, durchschauerte sie das erste Mal in seinem ganzen Jammer. Das also war für sie das Leben gewesen, das ersehnte, geheimnisvolle Glück. Ein dumpfer Unwille begann in ihr zu wühlen, der sich gegen alle möglichen Dinge und Menschen wandte, gegen Tote und Lebendige. Sie zürnte ihren verstorbenen Mann, ihren hingeschiedenen Eltern, ärgerte sich über die Leute, unter denen sie hier lebte und unter deren Augen sie sich nichts hätte erlauben dürfen. Sie kränkte sich über Frau Rupius, die nicht so freundlich gegen sie war, dass sie in ihr einen Halt hätte finden können. Sie hasste Klingemann, weil er hässlich und widerwärtig war und sie doch begehrte. Und endlich wallte es heftig in ihr auf, gegen den Geliebten in ihrer Jugend, weil er nicht frecher gewesen, weil er ihr das letzte Glück vorenthalten und ihr nicht zurückgelassen hatte als Erinnerungen voller Duft, aber voll Qual. Da saß sie nun in einem einsamen Zimmer unter den vergilbten Denkzeichen einer nutzlos und freudlos verbrachten Jugend, hart an der Grenze einer Zeit, da es keine Hoffnung und keine Wünsche mehr gibt. Unter den Händen war ihr das Dasein zerronnen und sie war durstig und arm. Sie packte die Briefe und alles Übrige zusammen, warf es zerknüllt in die Tasche, versperrte diese und trat ans Fenster. Der Abend war nah. Eine weiche Luft kam von den Weingeländen zu ihr gezogen, vor ihren Augen flimmerte es von ungeweinten Tränen der Erbitterung, nicht des Schmerzes. Was sollte sie nun tun? Sie, die Tage, Nächte, Monate, Jahre ohne Erwartung, ohne Angst sich in der Zukunft hatte denen sehen, schauerte vor der Leere des Abends, der vor ihr lag. Es war die Stunde, um die sie sonst von ihrem Spaziergang heimzukehren pflegte. Heute hatte sie das Kindermädchen mit ihrem Buben fortgeschickt. Sie sehnte sich nicht einmal nach ihm. Ja, für einen Augenblick fiel er selbst auf dieses Kind wie ein Strahl von dem Zorn, den sie gegen die ganze Menschheit und ihr Schicksal fühlte. Und in ihrer ungeheuren Unzufriedenheit wurde sie von Neid gepackt auf viele Leute, die ihr sonst gar nicht beneidenswert erschienen waren. Sie beneidete Frau Dr. Martin um die Zärtlichkeit ihres Gatten, die Tabaktrafikantin, die von Herrn Klingemann und von dem Hauptmann geliebt wurde, ihre Schwägerin, weil sie schon alt, Elli, weil sie noch jung war. Sie beneidete das Dienstmädchen, das drüben auf einem Holzbalken mit einem Soldaten saß und das sie lachen hörte. Sie hielt es zu Hause nicht länger aus, nahm Strohhut und Schirm und eilte auf die Straße. Da wurde ihr etwas wohler. In ihrem Zimmer hatte sie sich unglücklich gefühlt. Jetzt war sie nur mehr verdrießlich. In der Hauptstraße begegneten ihr Herr und Frau Malmann, deren Kindern sie Klavierunterricht gab. Die Frau wusste schon, dass Bertha gestern bei einer Schneiderin in Wien ein Kleid bestellt hatte. Und dieser Umstand wurde jetzt von ihr mit großer Wichtigkeit behandelt. Später traf Bertha ihren Schwager, der ihr aus der Kastanienallee entgegenkam und ihr sagte, »Du warst ja gestern in Wien. Was hast du denn dort gemacht? Hast du ein Abenteuer gehabt?« »Wie?«, fragte Bertha und sah ihn ganz erschrocken an, als wäre sie ertappt worden. »Nein, nicht? Du warst ja mit Frau Rubius. Gewiss sind euch alle Herren nachgelaufen.« »Was fällt dir denn ein, Schwager? Frau Rubius benimmt sich tadellos. Sie ist eine der feinsten Damen, die ich kenne.« »Ja, ja, ich sage ja nichts gegen Frau Rubius und sage nichts gegen dich.« Sie sah ihm ins Gesicht. In seinen Augen war ein Glanz, wie manchmal, wenn er ein bisschen zu viel getrunken hatte. Sie musste daran denken, dass irgendwer einmal prophezeit hatte, Herrn Garland würde der Schlag treffen. »Ich muss ja auch nächstens einmal wieder in die Stadt«, sagte er. »Ja, ich bin seit dem Aschermittwoch nicht mehr drin gewesen, will wieder einmal einige von meinen Kunden besuchen. Ihr könnt mich nächstens einmal mitnehmen, Frau Rubius und du.« »Mit Vergnügen«, sagte Bertha. »Ich muss nächstens doch wieder hinein zum Probieren.« Garland lachte. »Ja, da kannst du mich mitnehmen, wenn du probierst.« Er ging näher neben ihr als notwendig. Es war seine Art, sich immer an sie heranzudrängen. Auch seine Späße war sie gewohnt. Aber heute war ihr alles das besonders zuwider. Es ärgerte sie sehr, dass gerade dieser Mensch stets in einer so verdächtigenden Weise über Frau Rubius sprach. »Setzen wir uns«, sagte Herr Garland, »wenn es dir recht ist?« Sie ruten beide auf einer Bank aus. Garland nahm die Zeitung aus der Tasche. »Ah«, sagte Bertha unwillkürlich. »Willst du sie haben?«, fragte Garland. »Hat sie deine Frau schon gelesen?« »Ach was«, sagte Garland wegwerfend. »Willst du sie haben?« »Wenn du sie entbehren kannst.« »Für dich mit Vergnügen. Wir können sie ja auch zusammen lesen.« Er rückte näher an Bertha heran und blätterte auf. Herr und Frau Martin kamen Arm in Arm und blieben stehen. »Nun, schon wieder zurück von der großen Reise?«, fragte Herr Martin. »Ach ja, Sie waren ja in Wien«, sagte Frau Martin, indem sie sich an ihren Gatten schmiegte. »Und mit Frau Rubius«, fügte sie bei, als wenn das eine Verschärfung bedeutete. Jetzt musste Bertha wieder von ihrer neuen Toilette berichten. Sie tat es schon ein bisschen mechanisch, aber sie fühlte doch, dass sie seit langer Zeit nicht so interessant gewesen war wie heute. Klingemann kam vorüber, grüßte mit spöttischer Höflichkeit und wandte sich nach Bertha mit einem Blick um, in welchem sein Bedauern ausgedrückt schien, dass sie mit solchen Leuten verkehren müssten. Es war Bertha, als hätte sie heute die Gabe, in den Blicken der Menschen zu lesen. Es begann zu dunkeln. Man machte sich gemeinschaftlich auf den Rückweg. Bertha wurde plötzlich besorgt, weil sie ihren Buben nicht getroffen hatte. Sie ging vorn mit Frau Martin. Diese lenkte das Gespräch auf Frau Rubius. Sie wollte durchaus herausbekommen, ob Bertha nicht irgendetwas bemerkt hätte. Aber was denn, Frau Martin? Ich habe Frau Rubius zu ihrem Bruder begleitet und sie von dort wieder abgeholt. Und Sie sind überzeugt, dass Frau Rubius die ganze Zeit bei ihrem Bruder war? Ich weiß wirklich nicht, was man Frau Rubius zumutet. Wo sollte sie denn gewesen sein? Nun, sagte Frau Martin, Sie sind wirklich naiv. Oder stellen Sie sich nur so. Vergessen Sie den ganz. Und jetzt flüsterte sie Frau Bertha eine Bemerkung zu, über die diese ganz rot wurde. Nie hatte sie von einer Frau einen solchen Ausdruck vernommen. Sie war entrüstet. Frau Martin, sagte sie, auch ich bin noch keine alte Frau und Sie sehen, dass man sehr gut so leben kann. Frau Martin wurde etwas verlegen. Nun ja, nun ja, sagte sie. Sie müssen eben denken, dass ich ein bisschen verwöhnt bin. Bertha fürchtete, dass ihr Frau Martin noch nähere Aufschlüsse geben könnte und war sehr froh, dass man eben an die Straßenecke gekommen war, wo sie sich verabschieden durfte. Bertha! Rief ihr ihr Schwager nach. Deine Zeitung! Bertha wandte sich rasch um und nahm das Blatt. Dann eilte sie nach Hause. Ihr Bub erwartete sie schon am Fenster. Sie ging rasch hinauf. Sie umarmte und küsste ihn, als hätte sie ihn wochenlang nicht gesehen. Sie fühlte, dass sie ganz in der Liebe zu ihrem Kind aufging, was sie zugleich mit Stolz erfüllte. Sie ließ sich von ihm erzählen, wie er den Nachmittag verbracht, wo er gewesen, mit wem er gespielt, teilte ihm sein Nachtmal vor, entkleidete ihn, brachte ihn zu Bett und war zufrieden mit sich. Wie an einen Fieberanfall dachte sie an ihren Zustand vom heutigen Nachmittag, da sie in alten Briefen gewühlt, ihr Schicksal verflucht und sogar die Tabaktrafikantin beneidet hatte. Sie aß mit gutem Appetit und legte sich früh zu Bett. Bevor sie aber einschlief, wollte sie noch die Zeitung lesen. Sie streckte sich aus, knüllte den weichen Polster zusammen, damit ihr Kopf höher läge und brachte das Blatt der Kerze so nahe als möglich. Sie durchflog wie gewöhnlich zuerst die Theater- und Kunstnachrichten, aber auch die kleinen Anzeigen hatten seit dem Wiener Ausflug neues Interesse für sie bekommen, sowie der Lokalbericht. Schon begannen ihr die Lieder zu sinken, als sie mit einem Mal unter den Personalnachrichten den Namen Emil Lindbach entdeckte. Sie öffnete die Augen weit, setzte sich im Bett auf und las. Der königlich-bayerische Kammervirtuose Emil Lindbach, über dessen große Erfolge am spanischen Hofe wie erst kürzlich zu berichten in der Lage waren, ist von der Königin von Spanien durch Verleihung des Erlöseordens ausgezeichnet worden. Ein Lächeln ging über ihr Gesicht. Sie freute sich. Emil Lindbach hatte den Erlöserorden bekommen. Ja, derselbe, dessen Briefe sie heute gelesen, derselbe, der sie geküsst, derselbe, der ihr einmal geschrieben, er würde nie eine andere anbeten als sie. Ja, Emil, der einzige Mensch von allen auf der Erde, der sie eigentlich noch etwas anging. Außer ihrem Buben natürlich. Es war ihr, als stände diese Notiz nur für sie in der Zeitung. Ja, als hätte Emil dieses Mittel gewählt, um sich mit ihr zu verständigen. Ob nicht doch er es war, den sie gestern von Weitem von rückwärts gesehen. Sie kam sich mit einem Male ihm so nah vor. Sie lächelte noch immer und flüsterte vor sich hin. Herr Emil Lindbach, königlich bayerischer Kammerwirtuose, ich gratuliere Ihnen. Ihre Lippen blieben halboffen. Eine Idee war ihr plötzlich gekommen. Sie stand rasch auf, nahm ihren Schlafrock um, ging mit dem Licht vom Nachtkästchen ins Nebenzimmer, setzte sich an den Tisch und schrieb folgende Zeilen mühelos, als stände irgendwer neben ihr, der ihr diktierte. Lieber Emil, eben lese ich in der Zeitung, dass du von der Königin von Spanien durch die Verleihung des Erlöserordens ausgezeichnet wurdest. Ich weiß nicht, ob du dich noch meiner erinnerst. Sie lächelte, als sie diese Worte niederschrieb. Aber ich will doch diese Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, ohne dir zu deinen vielen Erfolgen zu gratulieren, von denen ich mit Vergnügen so oft lese. Ich lebe in der kleinen Stadt, wo mich das Schicksal hinverschlagen hat, sehr zufrieden. Es geht mir ganz gut. Du würdest durch ein paar Antwortzeilen sehr glücklich machen, deine alte Freundin Bertha. Für es, viele Grüße auch von meinem kleinen Fritz, fünf Jahre. Sie war zu Ende. Einen Augenblick fragte sie sich, ob sie erwähnen sollte, dass sie Witwe wäre, aber das, wenn er es nicht wusste, ging ja mit Deutlichkeit aus ihrem Brief hervor. Sie überlas ihn noch einmal und nickte befriedigt. Sie schrieb die Adresse. Sollte sie das schreiben? Er hatte gewiss noch viele andere. Wien. Aber wo wohnte er denn jetzt? Doch das war gleichgültig, bei einem so berühmten Namen. Und dann? Diese Ungenauigkeit in der Adressierung zeigte auch, dass sie selbst der ganzen Sache nicht gar so viel Wert beilegte. Kam der Brief an? Nun, umso besser. Es war auch eine Art, das Schicksal zu versuchen. Ja, wie sollte sie aber mit Bestimmtheit wissen, ob der Brief angekommen war? Die Antwort konnte doch auch ausbleiben, wenn... Nein, nein, gewiss nicht. Er wird ihr doch danken. So, nun zu Bett. Sie hielt den Brief in der Hand. Nein, sie konnte sich jetzt nicht schlafen legen. Sie war wieder ganz wach. Und überdies, wenn sie den Brief erst morgen früh aufgäbe, so konnte er erst mit dem Mittagszug fort und Emil erhielt ihn übermorgen. Das war endlos lang. Eben hatte sie zu ihm gesprochen und erst in 36 Stunden sollte er es hören. Wenn sie jetzt noch zur Post, nein, auf dem Bahnhof ginge, dann könnte er den Brief morgen um 10 Uhr haben. Er schläft ja gewiss sehr lang. Man wird ihm den Brief mit dem Frühstück ins Zimmer bringen, schon morgen früh. Ja, so muss es geschehen. Sie kleidete sich rasch wieder an. Sie eilte über die Treppen hinunter, es war noch nicht spät, rasch durch die Hauptstraße zum Bahnhof, den Brief in den gelben Kasten und wieder zurück. Als sie in ihrem Zimmer stand, neben dem aufgewühlten Bett und sie die Zeitung auf dem Boden liegen, die Kerze flackern sah, schien es ihr, als kehrte sie von einem seltsamen Abenteuer zurück. Sie blieb noch lange auf dem Bettrand sitzen, durchs Fenster in die helle Sternennacht schauend und war ganz erfüllt von unbestimmten freundlichen Erwartungen. Meine liebe Bertha, ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich über deinen Brief gefreut habe. Denkst du denn wirklich noch an mich? Wie komisch, dass gerade ein Orden der Anlass für sein muss, wieder einmal was von dir zu hören? Na immerhin, so hat wenigstens auch ein Orden einmal einen Sinn gehabt. Also danke herzlich für die Gratulation. Im Übrigen, kommst du nicht einmal nach Wien? Es ist doch nicht gar so weit. Ich möchte mich riesig freuen, dich wiederzusehen. Also komm bald. Von Herzen, dein alter Emil. Werther saß beim Filmstück, ihr Bub neben ihr, plaudernd, ohne dass sie auf ihn hörte und dieser Brief lag vor ihr auf dem Tisch. Es war wie ein Wunder. Vorgestern Nachts hatte sie den Iren auf die Post gegeben und heute früh war dieser schon da. Emil hatte keinen Tag, nein, keine Stunde vergehen lassen und so herzlich hatte er ihr geschrieben, als wären sie gestern voneinander gegangen. Sie sah zum Fenster hinaus. Was für ein herrlicher Morgen. Draußen sangen die Vögel und von den Hügeln kam der Duft des Frühsommers herangeweht. Werther las den Brief wieder und wieder. Dann nahm sie den Buben, hob ihn in die Höhe und küsste ihn ab. Sie war glücklich wie seit lang nicht. Während sie sich ankleidete, überlegte sie. Heute war Donnerstag. Montag sollte sie wieder nach Wien probieren. Das wären vier lange Tage. Gerade so lang, wie von dem Tag an, dass sie bei ihrem Schwager zum Mittag speiste bis heute. Und was da alles dazwischen lag. Nein. Sie musste Emil früher sehen. Sie konnte ja schon morgen hineinfahren und ein paar Tage in der Stadt bleiben. Was aber sollte sie den Leuten sagen? Ach, sie wird schon eine Ausrede finden. Das Wichtigere ist, in welcher Weise sie ihm antworten und wo sie ihn wiedersehen sollte. Sie kann ihm nicht schreiben, ich komme und bitte dich mir zu sagen, wo ich dich sehen kann. Am Ende antwortet er ihr, komm zu mir. Nein, nein, nein. Das Beste ist, sie stellt ihn einer Tatsache gegenüber. Sie wird ihm schreiben, ich komme an dem und dem Tage nach Wien und bin da und dort zu finden. Oh, wenn sie nur jemanden hätte, mit dem sie über alles das reden könnte. Sie dachte an Frau Rupius. Sie hatte eine wahre Sehnsucht, ihr das mitzuteilen. Zugleich hatte sie die Empfindung, als käme sie dadurch dieser Frau näher und könnte ihre Achtung gewinnen. Sie fühlte, dass sie viel mehr geworden, seit dieser Brief an sie gelangt war. Jetzt merkte sie auch, dass sie sich sehr gefürchtet hatte. Emil konnte ja ein ganz anderer geworden sein. Eingebildet, unnatürlich, verwöhnt, wie eben berühmte Männer manchmal sein sollen. Aber von all dem war ja keine Spur. Es war die gleiche, starklinige, rasche Schrift, der gleiche warme Ton, wie in jenen Briefen von früher. Und was er seither auch erlebt haben mochte. Nun, hatte sie nicht auch vieles erlebt und war jetzt nicht alles wie ausgelöscht? Vor dem Fortgehen las sie Emils Brief noch einmal. Er wurde immer lebendiger. Sie hörte den Tonfall der Worte und jenes abschließende »Komm bald« rief nach ihr wie in zärtlicher Sehnsucht. Sie steckte den Brief in ihr Mieder und erinnerte sich, dass sie dasselbe als junges Mädchen öfters mit seinen kleinen Zetteln getan und dass sie die leise Berührung mit einem angenehmen Schauer erfüllt hatte. Kapitel 7 Sie ging zuerst zu Malmanns, wo sie die Zwillinge unterrichtete. Sehr häufig taten ihr die Fingerübungen, die sie sich da anhören musste, geradezu weh, und sie schlug die Kleinen ärgerlich auf die Hände, wenn sie daneben griffen. Heute war sie ohne Jelstränge. Als Frau Mahlmann ins Zimmer trat, dick und freundlich wie immer, und sich erkundigte, ob Bertha zufrieden sei, lobte Bertha die Kleinen und wie in einer plötzlichen Erleuchtung setzte sie hinzu »Nun werde ich Ihnen ein paar Tage freigeben können.« »Frei? Wieso denn das, liebe Frau Garlan?« »Ja, Frau Mahlmann, es wird mir nichts anderes übrig bleiben. Denken Sie, wie ich neulich in Wien war, hat mich meine Cousine so dringlich aufgefordert, doch einmal ein paar Tage bei ihr zu wohnen.« »Freilich, freilich«, sagte Frau Mahlmann. Bertha wurde immer mutiger und log weiter mit einer Art von Vergnügen über ihre eigene Frechheit. »Ich wollte es mir eigentlich auf den Juni lassen, aber da kommt heute ein Brief von ihr, ihr Mann verreist, sie so allein und gerade jetzt.« Sie fühlte den Brief knistern, hatte eine unbeschreibliche Lust, ihn hervorzuziehen und erließ es aber doch. »Und ich denke, dass ich vielleicht die Gelegenheit benutze.« »No, freilich«, sagte Frau Mahlmann und fasste Bertha bei beiden Händen. »Wenn ich eine Cousine in Wien hätte, ich möchte alle 14 Tag 8 Tage bei ihr wohnen.« Bertha strahlte. Ihr war als räumte eine unsichtbare Hand die Hindernisse aus dem Weg. Alles ging so leicht. Nun ja, wem war sie schließlich Rechenschaft schuldig? Plötzlich aber durchzuckte sie die Befürchtung, ob ihr Schwager wirklich auch nach Wien wollte. Alles verwirrte sich wieder, Gefahren tauchten auf und selbst unter dem gutmütigen Lächeln der Frau Mahlmann lauerte der Verdacht. Ah, sie musste unbedingt Frau Rupius ins Vertrauen ziehen. Gleich nach der Lektion nahm sie den Weg zu ihr. Erst als sie Frau Rupius in einer weißen Morgentoilette auf dem Sofa sitzen fand und den erstaunten Blick bemerkte, der sie empfing, fiel Bertha das Sonderbare ihres frühen Besuches auf. Sie sagte mit erkünstelter Heiterkeit, Guten Morgen, früh komme ich halt, nicht wahr? Frau Rupius blieb ernst, sie hatte nicht das Lächeln wie sonst. Ich freue mich sehr, sie zu sehen, die Stunde gilt mir gleich. Dann sah sie sie fragend an und Bertha wusste nicht, was sie sagen sollte. Dabei ärgerte sie sich über die kindische Befangenheit, die sie dieser Frau gegenüber nicht loswerden konnte. Ich wollte sie fragen, sagte sie endlich, wie ihnen unser Ausflug bekommen ist. Ganz gut, sagte Frau Rupius etwas hart. Aber mit einem Mal veränderten sich ihre Züge und sie setzte mit übergroßer Freundlichkeit hinzu. Eigentlich wäre es an mir gewesen, sie zu fragen. Ich bin ja dieser Ausflüge gewohnt. Sie schaute durchs Fenster, während sie das sagte und Bertha folgte unwillkürlich ihren Blicken, die auf die andere Seite des Marktplatzes wanderten, zu einem offenen Fenster mit Blumenstöcken. Es war ganz still, die Ruhe eines Sommertags über einer schlafenden Stadt. Bertha hätte sich am liebsten neben Frau Rupius gesetzt, sich von ihr auf die Stirne küssen und segnen lassen, aber zugleich hatte sie Mitleid mit ihr. Alles das war ihr selbst reizelhaft. Wozu war sie nun eigentlich hierher gekommen? Was sollte sie ihr denn sagen? Ich werde morgen nach Wien fahren, meinen Jugendgeliebten wiedersehen? Was ging das alles Frau Rupius an? Interessierte es sie denn auch nur im Mindesten? Sie saß da, wie von irgendetwas Undurchdringlichem umgeben, man konnte nicht zu ihr. Sie konnte nicht zu ihr, das war es. Gewiss gab es ein Wort, mit dem man sich den Zugang zu ihr eröffnen konnte, nur dass Bertha es nicht kannte. Was macht denn ihr Kleiner? Fragte Frau Rupius ohne den Blick von den Blumenstöcken zu wenden. Es geht ihm gut, wie immer, er ist sehr brav, es ist ein unendlich gutes Kind. Sie legte eine absichtliche Zärtlichkeit in diese Worte, als wäre Frau Rupius vielleicht dadurch zu gewinnen. Ja, ja, sagte diese und im Ton lag etwa, es ist schon gut, darum habe ich sie nicht gefragt. Dann setzte sie hinzu, haben sie ein verlässliches Kindermädchen? Bertha war einigermaßen erstaunt über diese Frage und erwiderte, mein Mädchen hat ja noch vielerlei anderes zu tun, aber ich kann mich nicht über sie beklagen, sie kocht auch sehr gut. Nach einem kurzen Schweigen sagte Frau Rupius ganz trocken, so einen Buben haben, das muss ein großes Glück sein. Es ist ja mein einziges, sagte Bertha überlaut. Es war eine Antwort, die sie schon oft gegeben, aber heute wusste sie, dass sie nicht ganz aufrichtig war. Sie fühlte das Blatt Papier ihre Haut berühren und beinahe erschreckt sah sie ein, dass sie es auch als Glück empfand, diesen Brief erhalten zu haben. Zugleich fiel ihr ein, dass die Frau, die ihr gegenüber saß, kein Kind und auch nicht die Aussicht hatte, eines zu bekommen. Und so hätte Bertha gern wieder zurückgenommen, was sie gesagt. Ja, sie war nah daran, nach einem Wort der Einschränkung zu suchen, aber als könnte Frau Rupius in ihre Seele schauen und keine Lüge dürfte vor ihr bestehen, sagte sie gleich, ihr einziges Glück, sagen sie, ein großes, das ist auch nicht wenig. Ich beneide sie manchmal darum, ob zwar ich eigentlich glaube, dass schon das Leben an und für sich ihnen Freude macht. Ich lebe ja so einsam, so Anna lächelte. Nun ja, ich habe es nicht so gemeint. Ich meine, dass die Sonne scheint, dass wir jetzt so schönes Wetter haben, das macht sie auch Ich bin in meiner Laune überhaupt von der Witterung abhängig. Wie das Gewitter vor ein paar Tagen war, da bin ich vollkommen niedergedrückt gewesen. Und dann, als es vorbei war, Frau Rupius unterbrach sie. Das ist ja bei jedem Menschen so. Bertha wurde kleinlaut. Sie fühlte es. Für diese Frau war sie nicht klug genug. Sie konnte immer nur so hin- und herreden wie die anderen Frauen in der kleinen Stadt. Es war ihr, als hätte Frau Rupius jetzt eine Prüfung mit ihr veranstaltet, die sie nicht bestanden hatte. Und mit einem Mal bekam sie eine große Angst vor dem Wiedersehen mit Emil. Wie würde sie sich dem gegenüber anstellen? Wie war sie in diesem sechsjährigen engen Leben verschnürt und hilflos geworden? Frau Rupius stand auf. Der weiße Morgenrock wallte um sie, sie sah größer und schöner aus als sonst und Bertha musste an eine Schauspielerin denken, die sie vor sehr langer Zeit auf der Bühne gesehen und die ganz ähnlich ausgeschaut hatte. Sie dachte, wäre ich doch wie sie, dann wäre mir nicht bang. Und zugleich fiel ihr ein, dass diese wunderschöne Frau mit einem kranken Mann verheiratet war. Ob die Leute nicht doch recht hatten? Aber von hier aus konnte sie wieder nicht weiter. Auf welche Weise die Leute recht haben sollten, konnte sie sich nicht vorstellen. Und in diesem Moment kam eine Ahnung über sie von der Schwere des Schicksals, das über diese Frau verhängt war, ob sie es nun trüge oder sich dagegen wehrte. Doch als hätte Anna wieder in den Gedanken Berthas gelesen und duldet nicht, dass sie in dieser Weise sich in ihr Vertrauen einschliche, löste sich plötzlich der unheimliche Ernst ihres Gesichts. Und sie sagte harmlos, denken sie, dass mein Mann jetzt noch schläft. Er hat die Gewohnheit angenommen, bis tief in die Nacht hinein wach zu bleiben, zu lesen und Stiche anzuschauen und dann schläft er bis zum hellen Mittag. Im als ich noch in Wien lebte, war ich eine unglaubliche Langschläferin. Und nun begann sie von ihren Mädchen Jahren zu plaudern, heiter und mit einer Zutraulichkeit, wie sie Bertha nie früher an ihr bemerkt. Sie erzählte von ihrem Vater, der Offizier im Generalstab gewesen, von ihrer Mutter, die als ganz junge Frau gestorben war, von dem kleinen Haus mit Garten, in dem sie als Kind gespielt hatte. Jetzt erst erfuhr Bertha, dass Frau Rubius ihren Mann schon als Knaben kennengelernt, dass er mit den Seinen im angrenzenden Haus gewohnt und dass sie sich schon als Kinder verlobt hatten. Es war für Bertha, als wenn die ganze Jugend dieser Frau wie Sonnen bestrahlt auftauchte, eine Jugend voll Glück und voll Hoffnung und es schien ihr, als hätte auch die Stimme der Frau Rubius einen frischeren Klang, da sie nun von den Reisen erzählte, die sie in früherer Zeit und ihrem Manne unternommen. Bertha ließ sie nur immer weiterreden und scheute sich, sie anzurufen, als als sie an besondere Schönheit immer die Seligkeit des Geliebt Werdens durchschimmerte, begann es in Berthas Seele mitzubeben, von der Hoffnung eigenen Glücks, das sie noch nicht erlebt. Und während Frau Rupius von Fußwanderungen erzählte, durch die Schweiz und Tirol, die sie einmal mit ihrem Gatten unternommen, sah Bertha sich selbst an der Seite Emils auf gleichen Wegen wandeln und eine so ungeheure Sehnsucht erfüllte sie, dass sie am liebsten gleich aufgestanden, nach Wien gefahren wäre, ihn suchen, in seine Arme stürzen, endlich einmal die Wonnen erleben, die ihr bisher versagt geblieben waren. Ihre Gedanken irrten so weit, dass sie nicht bemerkte, wie Frau Rupius längst wieder schwieg, auf dem Sofa saß und mit starren Augen zu den Blumenstöcken des Hauses gegenüber sah. Die große Stille weckte Bertha auf. Das ganze Zimmer schien ihr wie erfüllt von etwas Geheimnisvollem, in dem Vergangenes und Zukünftiges sonderbar ineinander spielten. Sie fühlte einen unbegreiflichen Zusammenhang zwischen sich und dieser Frau. Sie stand auf, reichte ihr die Hand und als wäre es ganz selbstverständlich, küßten sich die beiden Frauen zum Abschied wie alte Freundinnen. Bei der Türe sagte Bertha, ich fahre morgen wieder nach Wien auf einige Tage. Sie lächelte dabei wie eine Braut. Von Frau Rupius ging sie zu ihrer Schwägerin. Ihr Neffe saß schon am Klavier und fantasierte sehr wild auf den Tasten. Er tat, als bemerkte er ihr Eintreten nicht und ging in Fingerübungen über, die er mit gemacht steifer Gelenkhaltung spielte. Wir werden heute vierhändig spielen, sagte Bertha und suchte den Band mit den Schubert'schen Märschen hervor. Sie hörte sich selbst gar nicht zu und merkte kaum, wie ihr Neffe beim Pedalgreifen ihren Fuß berührte. Indes kam Elli herein und küsste die Tante. Ja, richtig, sagte der Neffe, das habe ich ganz vergessen und immer weiterspielend näherte er seinen Mund der Wange Berthas. Die Schwägerin trat ein, mit dem Schlüsselbund klappernd und tiefe Schwermut in dem blassen, verschwommenen Gesicht. Ich habe die Brigitte entlassen, sagte sie tunlos. Es war nicht mehr auszuhalten. Soll ich dir ein Mädchen aus Wien versorgen? sagte Bertha mit einer Leichtigkeit, über die sie selbst staunte. Und nun erzählte sie die Lüge von der Einladung der Cousine ein zweites Mal, mit noch größerer Sicherheit und bereits ein wenig ausgeschmückt. Die innere Freude, die sie selbst während ihrer Erzählung verspürte, steigerte zugleich ihren Mut. Selbst die Möglichkeit, dass ihr Schwager sich ihr anschließen könnte, schreckte sie nicht mehr. Auch fühlte sie, dass sie durch die Art, in der er sich ihr zu nähern pflegte, im Vorteil ihm gegenüber war. Wie lang denkst du denn in der Stadt zu bleiben? fragte die Schwägerin. Zwei, drei Tage länger gewiss nicht, und weißt du, Montag hätte ich jedenfalls hinein müssen zur Schneiderin. Richard klimperte auf dem Piano, aber Elli stand mit beiden Armen auf das Klavier gestützt und sah ihre Tante mit beinahe angstvollen Blicken an. Bertha rief unwillkürlich aus, Elli fragte Warum denn? Bertha sagte Du siehst mich so komisch an, als wenn du, ja, als wenn es dir nicht recht wäre, dass du zwei Tage keine Klavierstunde hast. Nein, erwiderte Elli und lächelte Das ist es nicht, aber nein, ich kann es dir nicht sagen. Was denn? fragte Bertha. Nein, bitte, ich kann es wirklich nicht sagen. Sie umhalste die Tante wie flehend. sagte Elli, sagte die Mutter, ich dulde nicht, dass du Geheimnisse hast. Sie setzte sich nieder, als wenn sie aufs tiefste gekränkt und sehr ermüdet wäre. Nun, Elli, sagte Bertha von einer unbestimmten Angst erfüllt, wenn ich dich schon bitte. Aber du darfst mich nicht auslachen, Tante. Gewiss nicht. Siehst du, Tante, schon das letzte Mal, wie du fort warst, habe ich mich so gefürchtet. Ich weiß ja, es ist dumm, wegen der vielen Wagen in den Straßen. Bertha atmete wie erleichtert auf und streichelte die Wangen Ellis. Ich werde schon acht geben, du kannst ganz ruhig sein. Die Mutter schüttelte den Kopf. Ich fürchte, sagte sie, Elli wird sehr überspannt. Bevor Bertha sich entfernte, wurde noch verabredet, dass sie zum Abendessen kommen sollte und dass sie ihren kleinen während der Dauer ihrer Abwesenheit zu den Verwandten ins Haus geben sollte. Nach Tisch setzte sich Bertha an den Schreibtisch, las den Brief Emils noch einige Mal und entwarf ihre Antwort. Mein lieber Emil, es ist sehr liebenswürdig von dir, mir so bald zu antworten. Ich war ganz glücklich. Sie strich ganz glücklich wieder aus und setzte dafür, sehr erfreut, als ich deine Hebenzeilen erhielt. Wie vieles hat sich verändert, seit wir uns nicht gesehen haben. Du bist seitdem ein berühmter Virtuose geworden, was für mich niemals einem Zweifel unterlag. Sie hielt inne und strich den ganzen Satz wieder aus. Auch ich teile deinen Wunsch, mich bald wiederzusehen. Nein, das war ja ein Unsinn. Also, auch mir wäre es riesig angenehm, wenn ich dich wieder einmal sprechen könnte. Jetzt fiel ihr etwas Vortreffliches ein und sie schrieben mit viel Vergnügen. Es ist ja eigentlich sonderbar, dass wir uns so lange nicht begegnet sind, da ich gar nicht selten nach Wien komme, so zum Beispiel Ende dieser Woche. Jetzt ließ sie die Feder sinken und dachte nach. Sie war entschlossen, morgen Nachmittag nach Wien zu fahren, in einem Hotel abzusteigen und dort zu schlafen, um am nächsten Tag ganz frisch zu sein und schon ein paar Stunden wie in der Luft geatmet zu haben, ehe sie mit ihm zusammentraf. Nun galt es noch, den Ort festzustellen. Der war leicht gefunden. Deinem freundlichen Wunsch gemäß teile ich dir mit, dass ich Samstagvormittag um 11 Uhr Nein, das war nicht das Rechte. Das war so geschäftsmäßig und doch wieder zu bereitwillig. Sie schrieb, willst du deine alte Freundin schon bei dieser Gelegenheit wiedersehen, so bemühe dich am Samstagvormittag 11 Uhr ins Kunsthistorische Museum zu den Niederländern. Sie kam sich ziemlich großartig vor, als sie das niederschrieb und alles Verdächtige schien damit weggewischt. Sie überlas ihr Konzept. Es erschien ihr etwas trocken, aber schließlich enthielt es das Notwendigste und sie hatte sich nichts vergeben. Alles andere würde sich im Museum finden, bei den Niederländern. Sie schrieb den Entwurf ins Reine, unterzeichnete, kuvertierte und eilte auf die sonnige Straße hinaus, um den Brief in den nächsten Kasten zu werfen. Wieder zu Hause warf sie ihr Kleid ab, nahm einen Schlafrock um, setzte sich auf den Divan und blätterte in einem Roman von Gerstegger, den sie schon zehnmal gelesen. Aber sie vermochte kein Wort zu fassen. Anfangs versuchte sie, die Gedanken, die sie bedrängten, von sich abzuweisen, aber es half nichts. Sie schämte sich vor sich selbst, aber immer wieder träumte sie sich in Emils Armen. Warum denn nur? Daran hatte sie doch gar nicht gedacht. Nein, daran wird sie auch nie denken. Sie ist keine solche Frau. Nein, sie kann nicht die Geliebte von jemandem werden und nun gar diesmal. Ja, vielleicht, wenn sie noch einmal nach Wien kommt und wieder und wieder. Nun ja, vielleicht viel später. Nun ja, viel später, vielleicht. Und im Übrigen, er wird es ja auch gar nicht wagen, davon zu reden, es nur anzudeuten. Aber es half nichts. Sie konnte nichts anderes mehr denken. Immer zu dringlicher kamen ihre Träume und endlich gab sie den Kampf auf, lehnte Trak in der Ecke des Divans, ließ das heruntergeglitterne Buch auf dem Boden liegen und schloss die Augen. Als sie sich nach einer Stunde wieder erhob, schien ihr eine ganze Nacht vergangen zu sein. Insbesondere der Besuch bei Frau Rubius lag weit zurück. Wieder wunderte sie sich über diese Regelosigkeit der Stunden. Wahrhaftig, sie waren länger und kürzer, wie es ihnen beliebte. Sie kleidete sich an, um mit Fritz spazieren zu gehen. Sie war in der müde gleichgültigen Stimmung, wie sie nach ungewohntem Nachmittagsschlaf zu kommen pflegt, in der man kaum die Fähigkeit hat, sich ganz auf sich selbst zu besinnen, in der einem das Gewöhnliche seltsam, aber wie auf jemand anderen bezogen vorkommt. Sie empfand es zum ersten Mal als sonderbar, dass der Bub, den sie jetzt in sein Gewand steckte, ihr eigenes Kind war, dass sie von einem Empfangen, der längst begraben war und dass sie unter Schmerzen geboren. Irgendetwas in ihr sagt ihr, dass sie heute wieder einmal auf den Friedhof gehen müsste. Sie hatte aber nicht die Empfindung, als hätte sie ein Unrecht gut zu machen, sondern als müsste sie jemanden, den sie sich ohne triftigen Grund entfremdet, höflicherweise wieder einmal besuchen. Sie wählte den Weg durch die Kastanienallee. Hier drückte die Hitze heute besonders schwer. Erst als sie in die Sonne trat, wehte ein leichter Hauch und vom Friedhof her schien das Laub der Bäume durch leichtes Neigen, sie zu begrüßen. Als sie mit dem Buben durch die Friedhof-Tür eintrat, kam es ihr kühl, ja erfrischend entgegen. In einer milden, beinahe süßen Müdigkeit spazierte sie durch die große Mittelallee, ließ den Buben voranlaufen und kümmerte sich nicht, wie er hinter einem Grabstein in ihrem Blick auf Sekunden entschwand, was sie sonst nie leiden mochte. Vor dem Grabe ihres Mannes blieb sie stehen, schaute aber nicht auf das Blumenbeet herunter, wie es sonst ihrer Art war, sondern an den Marmor vorbei, weg über die Mauer, in den blauen Himmel. Sie fühlte keine Träne im Auge, keine Rührung, kein Grauen. Sie dachte eigentlich nicht daran, dass sie über Tote hingeschritten war und dass hier unter ihr einer in Staub zerfiel, der sie einmal in den Armen gehalten hatte. Kapitel 8 Plötzlich hörte sie Schritte hinter sich auf dem Kies, eilige, wie sie sie sonst an diesem Ort nicht zu hören gewohnt war. Beinahe verletzt wandte sie sich um. Klingemann stand vor ihr, hielt seinen Strohhut, der durch ein Band an einem Rockknopf befestigt war, grüßend in der Hand und neigte sich tief vor Bertha. Nein, was für ein sonderbarer Zufall, sagte diese. Das eben nicht, gnädige Frau. Ich sah sie von der Straße aus, an ihrer Art zu gehen, habe ich sie erkannt. Er sprach sehr laut und Bertha sagte fast unwillkürlich Zst. Auf Klingemanns Antlitz erschien sofort ein höhnisches Lächeln und er sagte zwischen den Zähnen, er wacht nicht auf. Bertha war über diese Bemerkung so entrüstet, dass sie gar nicht nach einer Antwort suchte, sondern sich wegwandte, nach Fritz rief und sich entfernen wollte. Aber Klingemann fasste ihre Hand und flüsterte, indem er zu Boden sah, bleiben Sie. Bertha machte die Augen weit auf, sie begriff das nicht. Plötzlich blickte Klingemann wieder vom Boden auf und bohrte seine Augen in die Berthas. Dann sagte er, ich liebe sie nämlich. Bertha stieß einen leisen Schrei aus. Klingemann ließ ihre Hand los und setzte in ganz leichten Gesprächs von ihm zu, das kommt ihnen wohl etwas verwunderlich vor. Es ist unerhört, es ist unerhört. Sie wollte wieder gehen und rief, Fritz! Klingemann sprach jetzt in bittendem Tone, bleiben Sie, wenn Sie mich jetzt allein lassen, Bertha. Bertha hatte ihre Besinnung wiedergefunden. Sie sagte heftig, nennen Sie mich nicht Bertha, wer hat Ihnen das Recht dazu gegeben? Ich habe keine Lust weiter mit Ihnen zu reden und gar hier, setzte sie hinzu mit einem Blick nach unten, der den Toten gleichsam um Entschuldigung bat. Indes war Fritz auch herzugekommen. Klingemann schien sehr enttäuscht. Gnädige Frau, sagte er und folgte Bertha, die den Kleinen an der Hand führen, sich langsam entfernte. Ich fühle mein Unrecht. Ich hätte anders anfangen und erst am Schluss einer wohlgesetzten Rede das sagen sollen, wodurch ich sie nun erschreckt zu haben scheine. Bertha sah ihn nicht an, sondern sagte, als wenn sie zu sich selbst spreche, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ich dachte, ein gebildeter Mensch. Sie war an der Friedhofstür. Klingemann sah noch einmal zurück und in seinem Blick lag das Bedauern, dass er seine Szene am Grabe nicht hatte zu Ende spielen können. Aber immer an der Seite Berthas, den Hut in der Hand und das Band, an dem er befestigt war, um den Finger drehen, sprach er weiter. Ich kann nichts anderes tun, als wiederholen, dass ich sie liebe, dass sie mich in meinen Träumen verfolgen, mit einem Wort, sie müssen mein werden. Wieder blieb Bertha wie entsetzt stehen. Sie werden diese Bemerkung vielleicht frech finden, aber nehmen wir die Dinge, wie sie sind. Sie, er machte eine lange Pause, sind allein, ich nicht minder, Bertha starrte Klingemann ins Gesicht. Ich weiß, woran sie denken, sagte Klingemann, alles das hat nichts zu bedeuten, alles das ist im Augenblick aus, wo sie es befehlen. Eine dunkle Ahnung sagt mir, dass wir zwei sehr gut füreinander passen, ja wenn mich nicht alles trügt, dürfte das Blut in ihren Adern, gnädige Frau, nicht weniger heiß fließen, als der Blick, der ihn jetzt aus Berthas Augen traf, war so erfüllt von Zorn und Ekel, dass Klingemann den Satz nicht vollenden konnte. Er begann daher einen anderen, ach, was ist das eigentlich für ein Leben, das ich jetzt führe, es ist eben schon sehr lange Zeit verflossen, seit ich von einer edlen Frau wie sie es sind geliebt worden, ich verstehe ja ihr Zögern und vielmehr ihre Ablehnung, zum Teufel noch einmal, es gehört schon ein bisschen Courage dazu, wo sich mit einem so verlotterten Kerl wie ich einer bin, ob zwar es vielleicht nicht einmal so arg ist, ach, wenn ich eine menschliche Seele, eine gütige, weibliche Seele, er betonte Seele, fände, ja gnädige Frau, mir war es so wenig an der Wiege gesungen, als Ihnen, dass ich in einem solchen Nest verkümmern und versauern werde, Sie dürfen es mir nicht übel nehmen, wenn ich, wenn ich, die Worte begannen ihm zu versagen, seit er nahezu die Wahrheit sprach, Bertha sah ihn an, Er kam ihr jetzt ein bisschen lächerlich, beinahe bedauernswert und recht alt vor und sie wunderte sich, dass dieser Mann noch den Mut hatte, nicht etwa um sie anzuhalten, nein, sogar einfach um ihre Gunst zu werben. Und doch, zu ihrem eigenen Staunen und zu ihrer Beschämung überströmte es sie auch aus diesen ungebührlichen Worten eines Menschen, die ihr lächerlich erschienen, mit einer Welle von Verlangen, denn wie diese Worte schon verklungen waren, hörte sie sie im Geiste wieder, aber wie aus dem Mund eines anderen, der in Wien ihrer harte und sie empfand, dass sie diesem nicht widerstehen könnte. Klingemann redete noch immer weiter, er sprach davon, dass sein Dasein ein verfehltes, aber der Rettung würdiges wäre, die Frauen hätten ihn auf dem Gewissen und eine Frau müsste ihn wieder im Po ziehen. Schon als Student war er mit einer durchgegangen und damit fing das Elend an. Er redete von seinen ungebändigten Sinnen und Bertha musste lächeln. Dabei schämte sie sich der Sachverständigkeit, die ihr selbst in diesem Lächeln zu liegen schien. Beim Haustor sagte Klingemann, ich werde heute Abend vor ihrem Fenster auf- und abgehen. Werden Sie Klavier spielen? Ich weiß nicht. Ich werde es als Zeichen nehmen. Damit ging er. Am Abend saß sie wie so oft am Tisch von Schwager und Schwägerin zwischen Richard und Elli. Man sprach von ihrer bevorstehenden Reise nach Wien, als handelte es sich tatsächlich um nichts anderes als um den Besuch bei der Cousine, um das Probieren bei der Schneiderin und um einige Besorgungen, welche sie für den Haushalt der Schwägerin zu übernehmen versprochen. Gegen Ende des Nachtmals, während der Schwager seine Pfeife rauchte, Richard ihm aus der Zeitung vorlas, die Mutter strickte und Elli, ganz nah neben Bertha gerückt, ihren Kinderkopf an ihre Brust lehnte, erschien sich Bertha wie eine abgefeimte Lügnerin. Hier saß sie, die Witwe eines braven Mannes, im Familienkreise, der sich ihrer so treu angenommen, an der Seite eines jungen Mädchens, das wie zu einer älteren Freundin zu ihr aufblickte, sie, bisher selbst eine brave Frau, die ihr Leben lang anständig und in Arbeit hingebracht, nur für ihren kleinen Sohn gelebt hatte, und war sie jetzt nicht im Begriff, alles das hinzuwerfen? Diese trefflichen Leute zu belügen und sich in ein Abenteuer zu stürzen, dessen Ende sie nicht absehen konnte? Denn was war in den letzten Tagen aus ihr geworden? Von welchen Träumen war sie verfolgt? Wie schien ihr ganzes Dasein nur mehr dem einen Augenblick entgegenzustreben, da sie wieder in den Armen eines Mannes liegen durfte? Wenn sie nur daran dachte, überlief sie der unsagbare Schauer, unter dem sie sich willenlos wie einer fremden Macht verfallen, vorkam. Und während die Worte, die Richard las, eintönig an ihr Ohr schlugen und ihre Finger mit den Locken Ellis spielten, lehnte sie sich ein letztes Mal auf, schwor sich zu, dass sie standhaft seien, dass sie nichts anderes wollte, als Emil wiedersehen, und dass sie, wie alle braven Frauen, die sie kannte, wie ihre längst verstorbene Mutter, wie ihre Cousine in Wien, wie Frau Malmann, wie Frau Martin, wie ihre Schwägerin und wie gewiss auch Frau Rupius nur dem angehören wollte, der sie zu seiner Gattin machte. Wie sie aber daran dachte, durchfuhr es sie wie ein Blitz. Wenn er selbst, wenn Emil, aber sie hatte Angst vor diesem Gedanken, sie wies ihn von sich. Nicht mit so kühnen Träumen durfte sie zu diesem Rendezvous fahren, er, der große Künstler und sie eine arme Witwe mit einem Kind. Nein, nein, sie wird ihn noch einmal wiedersehen, ja, im Museum bei den Niederländern, einmal und zugleich das letzte Mal, und sie wird es ihm auch sagen, dass sie nichts anderes wollte, als ihn noch einmal sehen. Mit einer lächelnden Genugtuung stellt sie sich sein etwas enttäuschtes Gesicht vor, und sie legt, wie zur Vorübung, ihr Gesicht in ernste Falten und weist schon die Worte, die sie ihm sagen wird. Oh nein, Emil, wenn du das glaubst. Aber sie darf diese Worte nicht in allzu hartem Tone sagen, damit er nicht wie damals, vor zwölf Jahren, schon nach dem ersten Versuch einhält. Er soll sie ein zweites, er soll sie ein drittes Mal, ach Gott, er soll sie eben so lange bitten, bis sie nachgibt. Denn sie fühlt es, hier, inmitten aller dieser guten, anständigen, tugendhaften Leute, zu denen sie dann freilich nicht mehr zählen wird. Sie wird nachgeben, sobald er es verlangt. Sie fährt nur nach Wien, um seine Geliebte zu werden, und nachher, wenn es sein muss, zu sterben. Am anderen Nachmittag reist Bertha ab. Es war sehr heiß, die Sonne brannte auf die ledernen Sitze, Bertha hat das Fenster geöffnet und den gelben Vorhang vorgezogen, der aber immer im Luftzug hin und her flatterte. Sie war allein, aber sie dachte kaum an den Ort, an den sie fuhr, an den Menschen, den sie wiedersehen wollte, an das, was ihr bevorstehen mochte, sondern nur an die seltsamen Worte, die sie eben eine Stunde vor ihrer Abreise vernommen. Sie hätte sie gern vergessen, wenigstens für die nächsten Tage. Warum hatte sie nur diese paar Stunden zwischen Mittagessen und Abfahrt nicht zu Hause bleiben können? Welche Unruhe trieb sie an dem glühend heißen Nachmittag aus ihrem Zimmer auf die Straße auf den Markt und hieß sie an der Wohnung Rupius vorbeigehen? Da saß er auf dem Balkon, die Augen auf das strahlend weiße Pflaster gerichtet und über die Knie wie immer den grauen Plate gebreitet, dessen Enden zwischen den Gitterstäben des Balkons herabhingen. Vor ihm das kleine Tischchen mit der Flasche Wasser und dem Glas. Als er Bertha gewahrte, richteten seine Augen sich auf sie, als bete er sie um etwas und sie merkte, wie er sie durch eine leichte Kopfbewegung zu sich rief. Warum folgte sie ihm? Warum nahm sie es nicht einfach als Gruß, dankte und ging ihres Weges. Wie sie aber, seinem Wink gehorchend, dem Haustor sich zuwandte, sah sie wie ein Lächeln des Danks über seine Lippen glitt und das gleiche fand sie noch auf seinem Antlitz, als sie durch das kühle, dunkel gehaltene Zimmer zu ihm auf dem Balkon trat, seine entgegengestreckte Hand nahm und sich an die andere Seite des Tischchens ihm gegenüber setzte. Wie geht es Ihnen? fragte sie. Er erwiderte anfangs nichts, dann merkte sie an Bewegungen in seinem Gesicht, dass er reden wollte, aber es war, als könnte er kein Wort herausbringen. Endlich stieß er hervor, die ersten Worte überlaut. Sie will mich! Dann, als sei er selbst von dem beinahe schreienden Ton erschrocken ganz leise. Verlassen! Meine Frau will mich verlassen! Werther sah unwillkürlich um sich. Lumpius hob die Hände wie beruhigend. Sie hört uns nicht. Sie ist in ihrem Zimmer. Sie schläft. Werther wurde verlegen. Sie stammelte. Woher wissen Sie? Das ist ja nicht möglich. Fortreisen will sie. Fortreisen auf einige Zeit, wie sie sagt. Auf einige Zeit. Verstehen Sie mich? Nun ja, wahrscheinlich zu ihrem Bruder. Auf immer will sie fort. Auf immer. Natürlich wird sie mir nicht sagen, leb wohl, du wirst mich nie wiedersehen. Daher sagt sie, ich möchte ein wenig reisen. Ich brauche Erholung. Ich will auf einige Wochen an einen See. Möchte schwimmen, brauche Luftveränderung. Sie sagt mir natürlich nicht, ich ertrage es nicht länger. Ich bin jung und blühend und gesund und du bist lahm und wirst bald sterben. und mir graut vor deiner Krankheit und vor dem Ekelhaften, das noch kommen wird, ehe es zu Ende ist. Darum sagt sie mir, ich will nur auf einige Wochen fort. Dann komme ich wieder zurück. Dann bleibe ich bei dir. Werthers schmerzliche Bewegtheit ging in ihrer Verlegenheit auf. Sie konnte nichts erwidern, als sie irren sich bestimmt. Rupius zog den Pleit, der herabgleiten wollte, hastig über die Knie. Ihn schien zu frösteln. Während er weitersprach, zog er den Pleit immer höher hinauf und hielt ihn endlich mit beiden Händen vor die Brust gepresst. Ich habe es kommen sehen. Jahrelang habe ich diesen Moment kommen sehen. Und denken Sie, was das für eine Existenz ist. Einem solchen Moment entgegensehen und wehrlos sein und schweigen müssen. Warum sehen Sie mich so an? Oh nein, sagte Bertha und blickte auf den Marktplatz hinab. Nun, ich bitte Sie um Entschuldigung, dass ich davon spreche. Ich hatte nicht die Absicht, aber als ich Sie vorbeigehen sah, nun, ich danke Ihnen sehr, dass Sie mich anhören. Aber bitte, sagte Bertha und streckte ihm unwillkürlich die Hand entgegen. Da er sie nicht bemerkte, ließ sie sie auf dem Tisch liegen. Nun ist es vorbei, sagte Rupius. Jetzt kommt die Einsamkeit und alles Furchtbare. Aber hat Ihre Frau Sie liebt sie doch. Ich bin ganz überzeugt, Sie machen sich unnötig Sorgen. Und wäre es nicht das Einfachste, Herr Rupius, Sie beten Ihre Frau, dass sie auf diese Reise verzichte? Bitten, sagte Rupius fast hoherzvoll, habe ich überhaupt das Recht dazu? Diese ganzen sechs oder sieben Jahre waren nur eine Gnade, die sie mir erwiesen. Überlegen Sie gefälligst, in diesen ganzen sieben Jahren ist kein Wort der Klage über Ihre Lippen gekommen, dass sie ihre Jugend verloren hat. Sie hat sie lieb, sagte Bertha mit Entschiedenheit, und darauf kommt es an. Rupius sah sie lange an. Ich weiß, was Sie sagen wollen und sich zu sagen nicht getrauen, aber Ihr Mann, gnädige Frau, liegt tief im Grab, schläft nicht Nacht für Nacht an ihrer Seite. Er schaute auf mit einem Blick, der wie eine Verwünschung zum Himmel fuhr. Die Zeit rückte vor, Bertha dachte an ihren Zug. Wann soll denn Ihre Frau reisen? Darüber ist noch nicht gesprochen worden, aber ich halte sie wohl auf. Nein, gewiss nicht, Herr Rupius, nur hat es Ihnen Anna nicht gesagt, ich fahre nämlich heute nach Wien. Sie wurde glühend rot. Er sah sie wieder lange an. Es schien ihr, als wüsste er alles. Wann kommen Sie wieder? fragte er trocken. In zwei bis drei Tagen. Sie hätte ihm gern gesagt, dass er sich irrte, dass sie nicht zu einem Menschen reiste, den sie liebte, dass alle diese Dinge, um die er sich kränkte, etwas Schmutziges und Niedriges wären, worauf es den Frauen eigentlich gar nicht ankäme, aber es war ihr nicht gegeben, dafür die rechten Worte zu finden. Wenn Sie in zwei bis drei Tagen wiederkommen, finden Sie meine Frau wohl noch hier. Also adieu und unterhalten Sie sich. Sie hatte gefühlt, wie sein Blick ihr folgte, während sie durch das dunkel verhängte Zimmer und über den Marktplatz ging. Und auch jetzt, im Coupé, fühlte sie diesen Blick und immer noch hörte sie jene Worte klingen, in denen ihr das Bewusstsein eines ungeheuren Unglücks zu liegen schien, das sie bisher gar nicht verstanden. Das Peinvolle dieser Erinnerung erschien stärker als die Erwartung alles Freudigen, das ihr bevorstehen mochte und je näher sie der großen Stadt kam, umso schwerer wurde ihr ums Herz. Während sie an den einsamen Abend dachte, der heute vor ihr lag, war ihr, als führe sie in die Fremde, ins Ungewisse, ohne Hoffnung. Der Brief, den sie noch immer im Mieder trug, hatte seinen Zauber verloren. Er war nichts als ein knisterndes Stück beschriebenes Papier, dessen Ecken einzureißen begannen. Sie versuchte sich, das Aussehen Emils vorzustellen. Gesichter, die eine leichte Ähnlichkeit mit dem Seinen hatten, tauchten auf. Manchmal glaubte sie schon, das Rechte zu halten, doch verschwamm es gleich. Sie begann zu zweifeln, ob sie recht getan, schon heute zu reisen. Warum hatte sie nicht wenigstens bis Montag gewartet? So aber musste sie sich's eingestehen. Sie fuhr nach Wien, zu einem Rendezvous mit einem jungen Mann, den sie seit zehn Jahren nicht mehr gesprochen und der vielleicht eine ganz andere erwartete, als die ihm morgen entgegenkam. Ja, das war es, was sie unruhig machte. Jetzt wusste sie's. Dieser Brief, der ihrer zarten Haut schon ein bisschen wehtat, war an die 20-jährige Bertha gerichtet, denn Emil konnte ja nicht wissen, wie sie jetzt aussah. Und wenn sie auch selbst sich sagen musste, dass ihr Antlitz die Linien ihrer Mädchenjahre und dass ihre Gestalt nur in größerer Fülle die Umrisse ihrer Jugend bewahrt hatte, würde er nicht trotz alledem sehen, was ein Jahrzehnt an ihr verändert, wohl auch zerstört hatte, ohne dass sie es selbst gemerkt. Kapitel 9 Kloster Neuburg Viele helle Stimmen, das Geräusch von rasch laufenden Schritten drang an ihr Ohr. Sie sah hinaus. Eine Menge von Schuljungen drängte heran, stieg mit Lachen und Geschrei in die Waggons. Jetzt musste Bertha daran denken, wie ihre Brüder als Kinder von Landpartien nach Hause gekommen waren und plötzlich stand ihr das blau gemalte Zimmer vor Augen, in dem die Buben damals geschlafen hatten. Es lief wie ein Schauer über sie, als ihr bewusst wart, wie alles Vergangene in die Winde gestreut war, wie die Menschen, denen sie das Dasein verdankt gestorben, die, mit denen sie jahrelang unter einem Dach gewohnt, verschollen, wie Beziehungen gelöst waren, die für die Dauer gegründet schienen. Wie unverlässlich, wie sterblich war alles. Und er? Er hatte ihr geschrieben, als wenn in diesen zehn Jahren sich nichts verändert hätte, als wenn dazwischen nicht Begräbnisse, Geburten, Schmerzen, Krankheiten, Sorgen und für ihn wenigstens so viel Glück und Ruhm gelegen wäre. Sie schüttelte unwillkürlich den Kopf. Wie eine Verwirrung über so viel Unbegreifliches kam es über sie und selbst das Sausen des Zuges, das sie da mit trug zu Erlebnissen, die sie nicht kannte, schien ihr ein Gesang von merkwürdiger Traurigkeit. Sie dachte an die Zeit zurück, die noch gar nicht ferne war, die kaum Tage hinter ihr lag, in der sie ruhig und zufrieden gewesen und ihr Dasein ohne Wünsche, ohne Bedauern und ohne Staunen hingenommen. Wie war das nur alles über sie gekommen? Sie fasste es nicht. Immer schneller schien der Zug seinem Ziel zuzueilen. Schon stieg der Dunst der großen Stadt wie aus der Tiefe empor. Das Herz begann ihr zu klopfen. Es war ihr, als wäre sie erwartet von irgendetwas Unbestimmtem, das sie nicht hätte nennen können, von irgendetwas Hundertarmigem, das bereit war, sie zu umfassen. Jedes Haus, an dem sie vorüberfuhr, wusste, dass sie kam. Die Abendsonne auf den Dächern glänzte ihr entgegen und als der Zug jetzt in die Halle einfuhr, fühlte sie sich mit einem Mal geborgen. Jetzt erst empfand sie, dass sie in Wien, in ihrem Wien war, in der Stadt ihrer Jugend, ihrer Träume, in der Heimat. Hatte sie denn bisher gar nicht daran gedacht? Sie kam nicht vom Hause, nein, jetzt war sie zu Hause angelangt. Der Lärm auf dem Bahnhof erfüllte sie mit Wohlbehagen, das Gewühl der Wagen und Menschen freute sie, alles Traurige war von ihr abgefallen. Hier stand sie, Bertha Garlan, jung und hübsch, an einem warmen Maiabend in Wien am Franz-Josef-Bahnhof. Frei, niemandem Rechenschaft schuldig und morgen früh wird sie den einzigen wiedersehen, den sie je geliebt, den Geliebten, der sie gerufen hat. In einem kleinen Hotel nahe dem Bahnhof stieg sie ab. Sie hatte sich vorgenommen, eines von den weniger Vornehmen zu wählen, einerseits aus Sparsamkeit, dann aus einer gewissen Scheu vor eleganten Kellnern und Portiers. Sie bekam ein Zimmer im dritten Stock angewiesen, mit einem Fenster auf die Gasse. Das Stubenmädchen schloss es, als die Fremde eintrat, brachte frisches Wasser. Der Hausknecht stellte ihren Koffer neben den Ofen und der Kellner legte ihr den Melztetel vor, den Bertha sogleich und sicher mit dem Stolz des guten Gewissens ausfüllte. Ein Gefühl von äußerster Freiheit, das sie lang nicht gekannt umfing sie. Nichts von den täglichen kleinen Sorgen des Haushaltes, keine Verpflichtung mit Verwandten und Bekannten zu reden. Heute Abend hätte sie tun können, was sie wollte. Als sie umgekleidet war, öffnete sie das Fenster. Sie hatte schon die Kerzen anzünden müssen, aber draußen war es noch nicht ganz dunkel. Sie stützte die Ellbogen aufs Fensterbrett und blickte hinunter. Wieder erinnerte sie sich ihrer Kinderzeit, da sie oft abends zum Fenster hinuntergeschaut, manchmal mit einem ihrer Brüder, der den Arm um ihre Schultern geschlungen hatte. Sie dachte jetzt auch an ihre Eltern, mit so lebhafter Rührung, dass ihr die Tränen nahe waren. Unten brannten schon die Laternen. Nun musste sie doch irgendetwas unternehmen. Morgen um diese Zeit fiel ihr ein. Sie konnte es sich nicht vorstellen. In diesem Augenblick fuhr eben ein Fiaker unten vorbei, in dem ein Herr mit einer Dame saß. Wenn es nach ihrem Wunsch ginge, so müssten sie morgen zusammen aufs Land fahren. Ja, das wäre das Schönste. Irgendwo draußen in einem stillen Gartenrestaurant auf dem Tisch ein Windlicht und er mit ihr Hand in Hand wie ein junges verliebtes Paar und dann wieder zurück und dann Nein, sie wollte lieber nicht weiterdenken. Wo mag er jetzt sein? Ist er jetzt allein? Oder spricht er jetzt eben mit jemandem? Und mit wem? Mit einem Mann? Mit einer Frau? Mit einem Mädchen? Im Übrigen, was geht sie das an? Vorläufig geht sie das gar nichts an. So wenig es ihn kümmert, dass Herr Klingemann ihr gestern ein Liebesgeständnis gemacht hat, dass ihr Neffe, der freche Bub, sie zuweilen küsst und dass sie für Herrn Rupius eine große Verehrung hegt. Morgen wird sie ihn schon fragen. Ja, über all diese Dinge muss sie Gewissheit haben, ehe sie nun, ehe sie mit ihm abends aufs Land fährt. Fort also. Aber wohin? An der Türe blieb sie unschlüssig stehen. Sie konnte nichts anderes tun, als ein bisschen spazieren gehen und dann Nacht malen. Aber wo? Eine Dame? Allein? Nein, sie wird hier auf ihrem Zimmer speisen und früh zu Bette gehen, um morgen gut ausgeschlafen, frisch, jung und hübsch zu sein. Sie sperrte ab und begab sich auf die Straße. Sie wandte sich der inneren Stadt zu. Sie ging sehr rasch, denn es war ihr unangenehm, abends allein zu gehen. Bald war sie auf dem Ring und ging an der Universität vorbei, bis zum Rathaus. Aber das ziellose Herumlaufen machte ihr gar kein Vergnügen. Sie empfand Langweile und Hunger, setzte sich in einem Pferdebahnwagen und fuhr zurück. Sie hatte keine rechte Lust, ihr Zimmer aufzusuchen. Schon von der Straße aus hatte sie gesehen, dass der Speisesaal des Hotels kaum erleuchtet und offenbar leer war. Dort speiste sie zu Nacht, wurde gleich müde und schläfrig, ging mit Mühe die drei Treppen auf ihr Zimmer hinauf und während sie sich auf dem Bett sitzend die Schuhe aufschnürte, hörte sie es von einem nahen Kirachturm zehn Uhr schlagen. Als sie in der Früh erwachte, eilte sie vor allem zum Fenster und zog die Rouleau auf, mit einer großen Sehnsucht, das Licht des Tages und die Stadt zu sehen. Es war ein sonniger Morgen und die Luft so frisch, als wäre sie wie aus tausend Quellen von den Wäldern und Hügeln in die Gassen der Stadt herabgeflossen. Auf Bertha wirkte die Schönheit des Morgens wie ein gutes Zeichen. Sie wunderte sich über die sonderbare, dumpfe Art, in der sie den gestrigen Abend verbracht, als hätte sie gar nicht recht gewusst, warum sie nach Wien gekommen. Sie fühlte, was sie so froh stimmte, die Gewissheit, nicht mehr durch den Schlaf einer ganzen Nacht von der ersehnten Stunde getrennt zu sein. Mit einem Mal verstand sie gar nicht mehr, dass sie neulich schon in Wien gewesen, ohne nur den Versuch zu wagen, Emil zu sehen. Ja, endlich wunderte sie sich, dass sie diese Möglichkeit Wochen, Monate, vielleicht jahrelang grundlos hinausgeschoben. Dass sie in dieser ganzen Zeit kaum an ihn gedacht hatte, fiel ja anfangs nicht ein. Aber als ihr das zu Bewusstsein kam, staunte sie darüber am meisten. Nun war nur mehr vier Stunden zu überstehen und dann sah sie ihn wieder. Sie legte sich nochmal ins Bett, lag zuerst mit offenen Augen da und flüsterte vor sich hin, als wollte sie sich an dem Wort berauschen. Komm bald! Sie hörte ihn selbst das Wort sprechen, nicht mehr fern. Nein, so als wenn er mit ihr im gleichen Raume wäre, seine Lippen hauchten es an den Ihren. Komm bald! sagte er, aber es hieß, sei mein, sei mein! Und sie öffnete ihre Arme, als müsste sie sich vorbereiten, wie man einen Geliebten ans Herz drückt und sie sagte, ich liebe dich und hauchte einen Kuss in die Luft. Endlich erhob sie sich und kleidete sich an. Sie hatte diesmal ein einfaches graues Kleid in englischem Schnitt mitgenommen, dass ihr nach allgemeinem Ausspruch sehr gut stand und war mit sich ganz zufrieden, als sie ihre Toilette beendigt hatte. Sie sah wohl nicht aus wie eine vornehme Dame aus Wien, aber doch auch nicht wie eine vornehme Dame aus der Provinz. Am ehesten schien ihr wie eine Gouvernante in einem gräflichen oder fürstlichen Hause. Ja, in der Tat, sie hatte etwas Fräuleinhaftes, niemand hätte sie für eine Frau, für die Mutter eines fünfjährigen Knaben gehalten. Freilich dachte sie mit einem leichten Seufzer, sie hatte immer eher geliebt wie ein junges Mädchen, aber darum war ihr heute auch zum Mut wie einer Braut. Neun Uhr Noch zwei lange Stunden, was sollte sie bis dahin tun? Sie ließ sich Kaffee bringen, setzte sich an den Tisch, schnürfte langsam die Tasse aus. Es hatte keinen Sinn, länger zu Hause zu bleiben, lieber gleich hinaus ins Freie. Sie spazierte eine Weile in den Gassen der Vorstadt herum und empfand das Streichen der Luft um ihre Wangen wie ein besonderes Vergnügen. Was mochte jetzt ihr Bub machen? Wahrscheinlich spielte Elli mit ihm. Bertha schlug den Weg nach dem Volksgarten ein. Sie freute sich darauf, in den Alleen spazieren zu gehen, in denen sie vor vielen Jahren als Kind gespielt. Durch das Tor gegenüber dem Burgtheater betrat sie den Garten. Um diese frühe Stunde war er spärlich besucht. Kinder spielten auf dem Kies, auf den Bänken saßen Bonnen und Kindermädchen. Ganz kleine Mädchen liefen über die Stufen des Tesalstempels und unter seinen Säulengängen herum. In den schattigen Alleen ergingen sich meist ältere Leute. Junge Männer, die aus großen Heften zu studieren schienen, Damen, die in Büchern lasen, hatten unter kühlen Bäumen Platz genommen. Werther setzte sich auf eine Bank und sah zwei kleinen Mädchen zu, die über eine Schnur sprangen, wie sie es als Kind geschien es, ganz an der gleichen Stelle, so oft getan. Sanfter Winsch strich durch das Laub, von Weitem hörte sie das Rufen und Lachen von Kindern, die fangen spielten. Das kam immer näher, jetzt liefen sie alle an ihr vorbei. Ein junger Herr in einem langen Gehrock ging langsam an ihr vorüber und wandte sich am Ende der Allee noch einmal nach ihr um, was sie angenehm berührte. Dann kam ein sehr junges Paar vorbei, sie mit einer Notenrolle in der Hand, nett, aber etwas auffallend angezogen, eher glatt rasiert, mit lichtem Sommeranzug und Zylinder. Bertha erschien sich sehr erfahren, da sie in ihm einen angehenden Schauspieler, in ihr eine Musikschülerin mit Sicherheit zu erkennen glaubte. Es war sehr behaglich, hier zu sitzen, nichts zu tun zu haben, allein zu sein und die Menschen so an sich vorbeigehen, laufen, spielen zu lassen. Ja, das wäre schön, in Wien leben und machen können, was man will. Nun, wer weiß, wie sich alles fügen, was die nächsten Stunden bringen, wie heute Abend der Ausblick ins Dasein vor ihr liegen wird. Was zwingt sie denn eigentlich, in der entsetzlichen kleinen Stadt zu leben? So wie sie sich dort durch Lektionen ihr Einkommen verbessert, so könnte sie es doch auch hier tun. Ja, warum nicht? Hier werden die Lektionen auch besser bezahlt und, ach, was für ein Einfall, wenn er ihr zur Hilfe käme, wenn er, der berühmte Musiker, sie empfehle. Von ihm braucht es doch gewiss nur ein Wort, wenn sie mit ihm darüber spreche. Und wäre es nicht auch sehr vorteilhaft, im Hinblick auf ihren Buben? In wenigen Jahren muss er auf ein Gymnasium und die sind hier doch gewiss besser als daheim. Nein, es ist gar nicht möglich, dass sie ihr ganzes Leben in der kleinen Stadt verbringt. In absehbarer Zeit muss sie nach Wien. Ja, auch wenn sie sich hier einschränken muss und, und, vergeblich versuchte sie, die kühnen Gedanken zurückzudrängen, die nun herangestürmt kommen. Wenn sie Emil gefällt, wenn er sie wieder, wenn er sie immer noch liebt, wenn er sie zur Frau begehrt, wenn sie nur ein wenig klug ist, wenn sie sich nichts vergibt, wenn sie es versteht, ihn zu fesseln. Sie schämt sich ein wenig ihrer Schlauheit. Aber ist es denn so schlimm, dass sie daran denkt, da sie ihn ja liebt, da sie nie einen anderen geliebt hat als ihn? Und gibt ihr nicht der ganze Ton seines Briefes ein Recht daran zu denken? Und wie ihr jetzt einfällt, dass sie ihm, die ihm diese Hoffnungen zustreben, in einigen Minuten gegenübertreten soll, flimmert es ihr vor den Augen. Sie steht auf, sie schwankt beinahe. Dort, am Ausgang des Gartens, gegen den Burgplatz, sieht sie das junge Paar verschwinden, das früher an ihr vorübergegangen ist. Sie nimmt den gleichen Weg. Drüben sieht sie die Kuppel des Museums ragen und glänzen. Sie will langsam gehen, um nicht allzu erregt oder gar atemlos zu erscheinen, wenn er sie erblickt. Noch einmal durchschießt es sie wie eine Furcht, wenn er nicht kommt. Aber wie es immer sei, sie wird diesmal wie ihn nicht verlassen, ohne ihn gesehen zu haben. Ob es nicht sogar besser wäre, wenn er heute nicht hinkäme? Sie ist jetzt so verwirrt, wenn sie irgendetwas Dummes, Ungeschicktes sagte. Vom nächsten Augenblick hängt so viel ab, ihre ganze Zukunft vielleicht. Das Museum liegt vor ihr, nun über die Stufen, durch den Eingang, und sie steht in der großen, kühlen Vorhalle, sieht die mächtige Treppe vor sich, und dort, wo sie nach rechts und links scheidet, das ungeheure Marmorstandbild des Theseus, der den Minotaurus erschlägt. Langsam steigt sie hinauf, blickt um sich, wird ruhiger. Die Pracht ringsum nimmt sie gefangen. Sie schaut in die Höhe zu den Galerien, die im Inneren der Kuppel mit goldenen Geländern laufen. Sie hält inne. Hier eine Tür, darüber in goldenen Lettern, niederländische Schule. Jetzt zuckt ein Stich durch ihr Herz. Die Flucht der Seelen liegt vor ihr. Sie sieht da und dort Leute vor den Bildern stehen. Sie tritt in den ersten Saal, betrachtet das erste Bild, das gleich am Eingang hängt, mit Aufmerksamkeit. Die Mappe des Herrn Rubius fällt ihr ein. Und jetzt hört sie die Worte. Guten Morgen, Bertha. Es ist seine Stimme. Sie wendet sich um. Er steht vor ihr, jung, schlank, vornehm, etwas blass, mit einem Lächeln, das nicht ganz ohne Spott scheint, und nickt ihr zu, indem er zugleich ihre Hand nimmt und eine Weile in der Seinen behält. Er ist's. Und es ist gerade, als wenn sie einander gestern das letzte Mal gesprochen hätten. Grüß dich Gott, Emil, sagte sie, und beide schauen einander an. In seinem Blick ist mancherlei. Vergnügen, Liebenswürdigkeit und irgendetwas Prüfendes. All das fühlt sie sehr genau, während sie ihn mit Augen anschaut, in denen nichts ist als lauteres Glück. Also, wie geht's dir denn? fragt er. Gut. Komisch, frage ich eigentlich, nach acht oder neun Jahren. Es ist ja wahrscheinlich sehr verschieden ergangen. Das ist schon wahr. Du weißt ja, dass mein Mann vor drei Jahren gestorben ist. Sie fühlt sich verpflichtet, ein betrübtes Gesicht zu machen. Ja, das weiß ich. Auch, dass du einen Buben hast, weiß ich. Wer hat's mir denn nur erzählt? Wer? Na, es wird mir schon einfallen. Aber, dass du dich für Bilder interessierst, ist mir neu. Sie lächelt. Es war auch wirklich nicht wegen der Bilder allein. Aber für Gasodum darfst du mich nicht halten. Ich interessiere mich schon für Bilder. Ja, ich auch. Wenn ich die Wahrheit sagen soll, lieber als alles andere, möchte ich doch ein Maler sein. Du könntest doch mit dem ganz zufrieden sein, was du erreicht hast. Na, das ist nicht so mit einem Wort zu erledigen. Es ist mir ja ganz angenehm, dass ich schön Violin spielen kann. Aber was bleibt davon übrig? Ich meine, wenn ich einmal tot bin. Höchstens mein Name auf kurze Zeit. Das, seine Augen wiesen auf das Bild, vor dem sie standen, das ist doch etwas anderes. Du bist schrecklich ehrgeizig. Er sah sie an, aber ohne sich um sie zu kümmern. Ehrgeiz? Na, so einfach ist das nicht. Aber lassen wir das. Sonderbare Ideen, theoretische Gespräche über Kunst zu führen, wenn man sich hundert Jahre lang nicht mehr gesehen hat. Also red doch was, Bertha. Was machst du denn immer? Wie lebst du denn? Und was ist dir eigentlich eingefallen, mir zu dem dummen Orden zu gratulieren? Sie lächelte wieder. Ich habe dir wieder einmal schreiben wollen und hauptsächlich, ich habe wieder einmal was von dir hören wollen. Wirklich sehr lieb, dass du mir gleich geantwortet hast. Gar nicht lieb, mein Kind. Ich habe mich so gefreut, wie plötzlich dein Brief. Ich habe deine Schrift sofort erkannt. Du hast nämlich noch immer die Schulmädelschrift, wie, na sagen wir, einst, obwohl ich solche Worte nicht gut leiden kann. Warum denn? fragte sie etwas erstaunt. Er schaute sie an, dann sagte er rasch, also, wie lebst du? Du musst dich doch für gewöhnlich sehr langweilen. Dazu habe ich nicht viel Zeit, erwiderte sie ernst. Ich gebe nämlich Lektionen. Lektionen? Wo? sagte er mit einem Ton so unverhältnismäßigen Bedauerns, dass sie sich veranlasst fühlte, rasch hinzuzusetzen, oh, nicht gerade, weil ich es dringend brauche. Immerhin, es kommt mir schon zustatten, denn sie fühlt, dass sie am besten tut, ganz aufrichtig mit ihm zu sein. Von dem Wenigen, was ich habe, könnte ich kaum leben. Worin unterrichtest du denn eigentlich? Worin? Habe ich dir nicht gesagt, dass ich Klavierlektionen gebe? Klavier? So? Ja, richtig. Du warst sehr talentiert. Wenn du damals nicht ausgetreten wärst, siehst du, eine von den großen Pianistinnen wärst du ja nicht geworden, aber für gewisse Dinge hast du eine ganz ausgesprochene Begabung gehabt. Zum Beispiel Chopin und die kleinen Sachen von Schumann hast du sehr hübsch gespielt. Du erinnerst dich noch? Im Übrigen, du hast doch das bessere Teil erwählt. Wieso? Nun, wenn man nicht das Ganze beherrscht, so ist es schon besser, man nimmt einen Mann und kriegt Kinder. Ich habe nur eins. Er lachte. Erzähl mir was von dem einen und überhaupt von deiner ganzen Existenz. Sie nahmen in einem kleinen Saal vor den Rembrandts auf dem Divanplatz. Was soll ich dir von mir erzählen? Das ist gar nicht interessant. Erzähl mir du lieber von dir. Sie sah ihn mit Bewunderung an. Dir ist es ja großartig ergangen. Du bist ja so berühmt. Er zuckte ganz leicht, wie unzufrieden, mit der Unterlippe. Nun ja, sagte sie unbeirrt. Erst neulich habe ich dein Bild in einer illustrierten Zeitung gesehen. Ja, ja, sagte er ungeduldig. Ich habe es aber immer gewusst, setzte sie fort. Erinnerst du dich noch, wie du damals bei der Schlussprüfung das Mendelssohn-Konzert gespielt hast? Da haben es schon alle gesagt. Ich bitte dich, mein liebes Kind, wir werden uns doch nicht gegenseitig Komplimente machen. Was war dein verstorbener Mann eigentlich für ein Mensch? Ein braver, ja, ein edler Mensch. Weißt du übrigens, dass ich deinem Vater etwa acht Tage vor seinem Tode begegnet bin? So? Das weißt du nicht? Er hat bestimmt nichts davon erzählt. Wir sind vielleicht eine Viertelstunde aus der Straße miteinander gestanden. Ich kam damals gerade von meiner ersten Konzertreise zurück. Kein Wort, hat er mir erzählt. Aber kein Wort! Sie sagt es beinahe zornig, als hätte ihr Vater damals etwas verabsäumt, was ihr zukünftiges Leben hätte anders gestalten können. Aber warum bist du damals nicht zu uns gekommen? Wie kommt das überhaupt, dass du plötzlich ausbliebst, schon lange vorher? Plötzlich? Allmählich? Er sah sie lang an und diesmal glitten seine Augen über ihren ganzen Körper herab, so dass sie unwillkürlich ihre Füße unter das Kleid und die Arme näher an ihren Leib zog, wie um sich zu verteidigen. Also, wie kam das eigentlich mit deiner Heirat? Sie erzählte die ganze Geschichte. Emil hörte ihr scheinbar aufmerksam zu, doch während sie noch weiter sprach und sitzen blieb, stand er auf und sah durchs Fenster ins Freie. Als sie mit einer Bemerkung über die Gutherzigkeit ihrer Verwandten geendet, sagte er, wollen wir uns jetzt nicht, da wir nun einmal da sind, ein paar Bilder anschauen? Sie gingen langsam durch die Säle, da und dort vor einem Bild verweilend. Werther sagte manchmal, schön, wunderschön. Er nickte dann nur mit dem Kopf. Es schien ihr, als wenn er ganz vergesse, dass er mit ihr hier sei. Sie empfand eine leichte Eifersucht auf das Interesse, das ihm die Gemälde einflößten. Plötzlich fand sie sich vor einem der Bilder, das sie aus der Mappe des Herrn Rupius kannte. Während Emil vorüber wollte, blieb sie stehen und begrüßte das Bild wie einen alten Bekannten. Wunderschön, Emil, rief sie, nicht wahr? Schön ist das. Überhaupt habe ich die Bilder von Falkenborg sehr gern. Er blickte sie etwas befremdet an. Sie wurde verlegen und versuchte weiterzureden. Weil, weil so ungeheuer viel, weil die ganze Welt, sie fühlte, dass sie unehrlich war. Ja, dass sie jemanden bestähle, der sich nicht wehren konnte und setzte daher, wie reue ich hinzu. Nämlich, ein Herr bei uns in der Stadt hat ein Album oder vielmehr eine Mappe mit Stichen und daher kenne ich dieses Bild. Ein gewisser Rupius, er ist schwer krank, denkt ihr, ganz gelähmt. Sie erschienen sich verpflichtet, Emil, das alles mitzuteilen, denn ihr war, als fragten seine Augen ununterbrochen. Jetzt, sagte er lächelnd, das wäre auch ein Kapitel. Es gibt ja bei euch gewiss auch Herren, er setzte leiser hinzu, als schämte er sich ein wenig des unzarten Scherzes, die nicht gelähmt sind. Ihr war es, als müsste sie den armen Herrn Rupius in Schutz nehmen und sie sagte, er ist ein sehr unglücklicher Mensch. Sie erinnerte sich, wie sie gestern bei ihm auf dem Balkon gesessen und großes Mitleid ergriff sie. Aber Emil, der seinem eigenen Gedankengang folgte, sagte, ja, das möchte ich eigentlich gern wissen, was du erlebt hast. Das weißt du ja, ich meine, seit dem Tod deines Mannes. Sie verstand jetzt, was er meinte und war ein wenig verletzt. Ich lebe nur für meinen Buben, sagte sie bestimmt, ich lasse mir nicht den Hof machen, ich bin sehr anständig. Er musste über die komisch ernste Art lachen, in der sie dieses Geständnis ihrer Tugend ablegte. Sie fühlte auch gleich, dass sie das hätte anders ausdrücken sollen und so lachte sie mit. Wie lange bleibst du denn in Wien? fragte Emil. Bis morgen oder übermorgen? So kurz? Und wo wohnst du denn eigentlich? Bei meiner Cousine, erwiderte sie. Irgendetwas hielt sie davon ab, zu erwähnen, dass sie in einem Hotel abgestiegen wäre, aber sie ärgerte sich gleich über diese dumme Lüge und wollte sich verbessern. Doch Emil sagte rasch, Du wirst wohl für mich auch ein wenig Zeit übrig haben, hoffe ich. Oh ja? Also dann könnten wir ja gleich etwas besprechen. Er sah auf die Uhr. Oh, musst du fort? fragte sie. Ja, ich sollte eigentlich schon um zwölf. Ein heftiges Unbehagen überfiel sie, dass sie so bald wieder allein sein sollte und sie sagte, Ich habe Zeit, so viel du willst. Natürlich darf es nicht zu spät sein. Ist deine Cousine so streng? Aber, sagte sie, aber, sagte sie, diesmal wohne ich ja gar nicht bei ihr. Er sah sie verwundert an. Sie wurde rot. Nur sonst, ich meine, manchmal, weißt du, sie hat so viel Familie. Also wohnst du im Hotel, sagte er etwas ungeduldig. Nun, da bist du ja niemandem Rechenschaft schuldig und wir können den Abend ganz gemütlich miteinander verbringen. Aber sehr gern. Ich möchte keineswegs zu spät. Auch im Hotel möchte ich nicht zu spät. Aber nein, wir werden einfach Nacht malen und um zehn kannst du schon lange im Bett liegen. Sie schritten langsam die große Stiege hinab. Also, wenn es dir recht ist, sagte Emil, treffen wir uns um sieben Uhr. Sie wollte erwidern, so spät. Doch sie unterdrückte es, da sie ihres Vorsatzes gedachte, sich nichts zu vergeben. Ja, um sieben. Und zwar, wo? Im Freien, denke ich. Da können wir dann noch immer hin, wohin es uns beliebt. Da liegt sozusagen das Leben vor uns. Ja. Er schien ihr jetzt auffallend zerstreut. Sie gingen durch die Vorhalle. Am Ausgang blieben sie stehen. Um sieben Uhr also. Bei der Elisabethbrücke. Ja, schön. Um sieben bei der Elisabethbrücke. Vor ihnen lag im Mittagssonnenglanz der Platz mit dem Maria-Theresien-Denkmal. Es war warm, aber ein sehr heftiger Wind hatte sich erhoben. Es kam Bertha vor, als wenn Emil sie prüfend betrachtete. Zugleich schien er ihr kühl und fremd, ein ganz anderer als drin vor den Bildern. Jetzt sprach er. Nun wollen wir uns Adieu sagen. Sie fühlte sich wie unglücklich, dass er sie verlassen wollte. Willst du mich nicht? Oder kann ich dich nicht ein Stück begleiten? Ach nein, sagte er. Außerdem stürmt es so. Nebeneinander gehen und den Hut halten müssen, dass er nicht davonfliegt, ist ein mäßiges Vergnügen. Überhaupt redet sich's nicht gut auf der Straße. Und dann muss ich mich auch so beeilen. Aber darf ich dich vielleicht zu einem Wagen bringen? Nein, nein, ich gehe zu Fuß. Kann man auch tun. Also grüß dich Gott und auf Wiedersehen heute Abend. Er reichte ihr die Hand und eilte rasch über den Platz davon. Sie sah ihm lang nach. Er hatte den Hut abgenommen und hielt ihn in der Hand, während der Wind in seinen Haaren wühlte. Er ging über den Ring, dann durchs Burgtor und verschwand ihren Bricken. Kapitel 10 Unwillkürlich war sie ihm sehr langsam nachgegangen. Warum war er plötzlich so kühl geworden? Warum hatte er sich so rasch entfernt? Warum wollte er nicht von ihr begleitet sein? Schämte er sich ihrer? Sie schaute an sich herunter, ob sie nicht doch vielleicht provinzmäßig und lächerlich angezogen sei. Oh nein! Und überdies hatte sie an der Art, wie die Leute sie ansahen, bemerken können, dass sie nicht lächerlich, sondern sehr hübsch aussah. Also warum dieser plötzliche Abschied? Sie besann sich der Zeit von früher und es kam ihr vor, als hätte er damals auch diese sonderbare Weise gehabt, ganz unvermutet ein Gespräch abzubrechen, in dem er plötzlich wie entrückt war und sich in seinem ganzen Wesen eine Ungeduld aussprach, die er nicht meistern konnte. Ja, gewiss, das war damals auch so gewesen. Vielleicht minder auffallend als jetzt. Sie erinnerte sich auch, dass sie damals zuweilen über seine Launenhaftigkeit gescherzt und seine Künstlernatur dafür verantwortlich gemacht hatte. Und seitdem war er ein größerer Künstler und gewiss noch zerstreuter und unberechenbarer geworden. Die Mittagsglocken tönten von vielen Türmen und der Wind wurde immer heftiger. Staub flog ihr in die Augen. Sie hatte eine ganze Ewigkeit vor sich, mit der sie nichts anzufangen wusste. Warum wollte er sie denn erst um sieben sehen? Unbewusst hatte sie darauf gerechnet, er würde den ganzen Tag mit ihr verbringen. Was hatte er denn zu tun? Musste er sich vielleicht für sein Konzert vorbereiten? Und sie stellte sich ihn vor, die Violine in der Hand, an einem Schrank oder ans Piano gelehnt, so wie er vor vielen Jahren bei ihr zu Hause vorgespielt. Ja, das wäre schön, jetzt auch dabei sein zu können, in seinem Zimmer sitzen, auf dem Sofa, während er spielte, oder ihn auf dem Klavier zu begleiten. Wäre sie wohl zu ihm gekommen, wenn er sie gebeten? Warum hat er es nicht getan? Nein, das konnte er doch nicht in der ersten Stunde des Wiedersehens. Aber abends? Wird er sie heute Abend bitten? Und wird sie ihm folgen? Und wenn sie ihm folgt, wird sie ihm irgendetwas anderes verweigern können, um das er sie bitten wird? Er hat ja eine Art, alles so harmlos auszudrücken, wie er nur über diese ganzen zehn Jahre weggekommen ist. Hat er nicht mit ihr gesprochen, als hätten sie einander in der Zwischenzeit täglich gesehen? Guten Morgen, Bertha, wie geht's dir denn? Ungefähr wie man fragt, wenn man am Abend vorher Gute Nacht und Auf Wiedersehen gesagt hat. Und was hat er seither alles erlebt? Und wer weiß, wer heute Nachmittag auf dem Divan sitzt, in seinem Zimmer, während er am Klavier lehnt und spielt. Ach nein, daran will sie nicht denken. Wenn sie es wirklich ausdenkt, muss sie da nicht einfach wieder nach Hause reisen? Sie ging am Gitter des Volksgartens vorüber und konnte die Allee sehen, in der sie vor einer Stunde gesessen und durch die jetzt Wolken von Staub fegten. Also das, wonach sie sich so sehr gesehnt, war vorüber. Sie hatte ihn wiedergesehen. War es so schön gewesen, wie sie erwartet? Hat sie irgendetwas Besonderes gefühlt, während er an ihrer Seite gegangen, sein Arm den ihren gestreift? Nein. Hat sie sein Abschied verstimmt? Vielleicht. Möchte sie wieder fort, ohne ihn wiederzusehen? Um Gottes Willen, nein. Es durchfährt sie wie ein Schreck bei diesem Gedanken. Ist denn ihr Leben nicht seit einigen Tagen wie erfüllt von ihm? Und haben die ganzen Jahre, die hinter ihr lagen, überhaupt einen anderen Sinn gehabt, als sie wieder zur rechten Zeit, ihm entgegen zu führen? Ach, wenn sie nur etwas mehr Erfahrung hätte, wenn sie etwas lebensklüger wäre. Sie möchte die Fähigkeit haben, sich selbst einen bestimmten Weg vorzuzeichnen. Sie fragt sich, was der Vernünftigere wäre, zurückhaltend oder hingebend zu sein. Sie möchte wissen, was sie heute Abend tun darf, tun soll, womit sie ihn sicher gewinnen könnte. Sie fühlt, dass sie ihn durch alles erringen, dass sie ihn auch durch alles verlieren kann. Aber sie weiß auch, dass ihr alles nach Sinnen nichts hilft und dass sie tun wird, was er will. Sie ist vor der Votivkirche, wo die vielen Straßen sich kreuzen. Hier bläst der Wind ganz unerträglich. Es wird Zeit zum Mittagessen. Aber sie will heute nicht in ihr kleines Hotel zurück. Sie wendet sich gegen die innere Stadt. Es fällt ihr plötzlich ein, dass sie ihrer Cousine begegnen könnte, aber das ist ihr ganz gleichgültig. Oder wenn gar ihr Schwager ihr nachgefahren wäre. Auch dieser Gedanke stört sie nicht im Geringsten. Sie hat ein Gefühl des Verfügungsrechtes über ihre Person und ihre Zeit wie nie zuvor. Sie schlendert gemächlich durch die Straßen, vergnügt sich damit, die Auslagen zu betrachten. Auf dem Stephansplatz hat sie den Einfall, auf eine Weile in die Kirche zu treten. In dem dämmerigen, kühlen Riesenraum überkommt sie ein tiefes Wohlgefühl. Sie ist niemals fromm gewesen, doch in Gottes Häuser tritt sie nie ohne Andacht. Und ohne ihre Gebete in einer bestimmten Form zu kleiden, hat sie doch stets irgendeine Art gesucht, ihre Wünsche zum Himmel empor zu senden. Sie wandelt in der Kirche zuerst umher wie eine Fremde, die einen schönen Bau besichtigt. Vor einem kleinen Altar in einer Seitenkapelle setzte sie sich auf eine Bank. Der Tag ihrer Trauung fiel ihr ein und sie sah sich mit ihrem verstorbenen Mann vor dem Priester stehen. Aber das war so unendlich weit und berührte ihre Seele so wenig, als wenn sie an ganz fremde Menschen dächte. Doch plötzlich, wie ein Bild in einer Zauberlaterne sich ändert, sah sie statt ihres Mannes, Emil an ihrer Seite und so gänzlich ohne Mithilfe ihres Willens schien dieses Bild darzustehen, dass es ihr wie eine Ahnung, ja wie eine vom Himmel gesandte Vorhersage scheinen wollte. Unwillkürlich faltete sie die Hände und sagte leise, lass es so werden. Und als käme ihrem Wunsche dadurch noch bessere Kraft, blieb sie auf der Bank eine Weile sitzen und versuchte das Bild festzuhalten. Nach einigen Minuten trat sie wieder auf die Straße, wo das volle Licht und der Lärm sie als etwas so Neues, lang nicht Erlebtes anmutete, als hätte sie ganze Stunden in der Kirche verbracht. Sie fühlte sich ruhig und wie von Hoffnungen umschwebt. In einem vornehmen Hotelrestaurant in der Kärntner Straße speiste sie zu Mittag. Sie war gar nicht befangen und fand es recht kindisch, dass sie nicht lieber in einem Gasthof ersten Ranges abgestiegen war. Wieder zu Hause in ihrem Zimmer angelangt, kleidete sie sich aus. Sie war durch die ungewohnt reichliche Mahlzeit und den genossenen Wein in einen solchen Zustand von Mattigkeit geraten, dass sie sich auf dem Divan ausstreckte und einschlief. Erst um fünf Uhr erwachte sie. Sie hatte keine rechte Lust, sich zu erheben. Sonst um diese Stunde, was täte sie jetzt wohl, wenn sie nicht nach Wien gereist wäre, wenn er ihr nicht geantwortet, wenn sie ihm nicht geschrieben, wenn er keinen Orden bekommen, wenn sie nie sein Bild in einer illustrierten Zeitung gesehen, wenn nichts sein Dasein in ihr Gedächtnis zurückgerufen hätte, wenn er ein kleiner, unbekannter Geiger in irgendeinem Vorstattorchester geworden wäre. Was für sonderbare Gedanken! Liebte sie ihn denn, weil er berühmt ist? Was bedeutet ihr das alles? Ja, interessiert sie sich denn überhaupt für sein Violinspiel? Wäre es ihr nicht lieber, wenn er nicht berühmt und bewundert wäre? Gewiss, da würde sie sich ihm viel näher, viel verwandter fühlen, da hätte sie nicht diese Unsicherheit ihm gegenüber. Und auch er wäre anders zu ihr. Er ist ja auch jetzt sehr liebenswürdig, und doch, jetzt kommt es ihr zu Bewusstsein, irgendetwas ist heute zwischen ihnen gewesen und hat sie getrennt. Ja, und das ist nichts anderes, als dass er ein Mensch ist, den die ganze Welt kennt, und sie nichts als eine kleine, dumme Frau aus der Provinz. Und sie sieht ihn plötzlich vor sich, wie er im Saal vor den Rembrandts gestanden und zum Fenster hinausgeschaut, während sie erzählt hat, wie er ihr kaum Adieu gesagt und wie er von ihr fortgegangen, ja geradezu geflohen war. Aber hatte sie denn selbst irgendetwas empfunden, wie für jemanden, den man liebt? Ist sie glücklich gewesen, während er zu ihr sprach? Hat sie sich gesehnt, ihn zu küssen, während er neben ihr stand? Nichts von alledem. Und jetzt freut sie sich auf den Abend, der kommt? Freut sie sich, ihn in zwei Stunden wiederzusehen? Und wenn sie sich durch einen Wunsch hinversetzen könnte, wohin sie will, wäre sie jetzt vielleicht nicht lieber daheim bei ihrem Buben, ginge mit ihm zwischen den Weingeländen spazieren, ohne Angst, ohne Aufregung, mit gutem Gewissen, als brave Mutter, als anständige Frau, statt hier in dem ungemütlichen Hotelzimmer auf einem schlechten Divan zu liegen und unruhig und doch ohne Sehnsucht die nächsten Stunden zu erwarten? Sie denkt an die Zeit, die noch so nahe ist, dass sie sich um nichts gekümmert als um ihren Buben, um die Wirtschaft und um ihre Lektionen. Ist sie da nicht zufrieden, beinahe glücklich gewesen? Sie schaut um sich. Das kahle Hotelzimmer mit den hässlich blau und weiß gemalten Wänden, den Staub und Schmutzflecken oben an der Decke, die im Schrank mit der halb offenen Türe ist er sehr widerwärtig. Nein, das ist nichts für sie. Auch an das Mittagessen in dem vornehmen Hotel denkt sie jetzt mit Unbehagen zurück, ebenso an ihr Umherlaufen in der Stadt, an ihr Müdewerden, an den Wind und den Staub. Es ist ihr, als ob sie herumvagabondiert wäre. Und jetzt fällt ihr noch etwas ein, wenn sich zu Hause irgendetwas ereignet. Ihr Kleiner kann Fieber bekommen, man telegrafiert nach Wien an ihre Cousine oder man kommt gar sie suchen und man findet sie nicht und es stellt sich heraus, dass sie gelogen hat wie irgendeine schlechte Person, die eben Ursache dazu hat. Entsetzlich, wie steht sie da vor ihrer Schwägerin, vor ihrem Schwager, vor Elli, vor ihrem erwachsenen Neffen, vor der ganzen Stadt, die es ja gleich erfahren wird, vor Herrn Rupius. Nein, wahrhaftig, sie ist nicht geschaffen für solche Dinge. Wie kindisch, wie ungeschickt hat sie es doch angefangen, so dass es nur das kleinste Zufall braucht, um sie zu verraten. Ja, hatte sie sich denn das alles gar nicht überlegt? War sie nur von der Idee besessen gewesen, ihn wiederzusehen und hatte sie dafür alles aufs Spiel gesetzt? Ihren guten Ruf, ja, ihre ganze Zukunft? Denn wer weiß, ob nicht die Familie sich von ihr los sagt und sie ihre Lektionen verliert, wenn alles herauskommt? Alles, aber was kommt denn heraus? Was ist denn geschehen? Was hat sie sich vorzuwerfen? Und mit dem beglückenden Gefühl reinen Gewissens darf sie sich antworten, nichts. Und sie kann ja noch heute, gleich jetzt mit dem 7-Uhr-Zug Wien verlassen, um 10 wieder daheim sein in ihrer Wohnung, in ihrem traulichen Zimmer bei ihrem geliebten Buben? Ja, das kann sie. Allerdings ist ihr Bub nicht zu Haus. Aber sie könnte ihn holen lassen. Nein, sie wird es nicht tun. Sie wird nicht zurückfahren. Nein, dazu liegt kein Anlass vor. Morgen früh ist auch noch nicht zu spät. Sie wird eben heute Abend von Emil Abschied nehmen. Sie wird ihm gleich mitteilen, dass sie morgen früh wieder nach Hause fährt, dass sie überhaupt nur gekommen ist, ihm einmal die Hand zu drücken. Ja, so ist es am besten. Oh, er kann sie auch bis zu ihrem Hotel begleiten, ach Gott, auch mit ihr Nachtmalen in einem Gartenrestaurant und sie wird von ihm gehen, wie sie gekommen. Und überdies aus seinem Benehmen wird sie ersehen, wie er sich eigentlich zu ihr stellt. Sie wird sehr zurückhaltend sein, sogar kühl und es wird ihr sehr leicht ankommen, denn sie fühlt sich vollkommen ruhig. Es ist ihr, als wären alle Wünsche wieder eingeschlafen und sie fühlt es wie ihre Bestimmung, eine anständige Frau zu bleiben. Sie hat als junges Mädchen den Versuchungen widerstanden, ihrem Gatten ist sie treu gewesen, ihre sie zu seiner Frau nehmen will, wird sie sehr froh darüber sein, aber jeden kühneren Antrag wird sie mit derselben Strenge abweisen wie 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 vor zwölf Jahren, als er ihr hinter der Paulaner Kirche sein Fenster gezeigt hat. Sie steht auf, sie dehnt sich, reckt die Hände, geht zum Fenster. Der Himmel ist trübe geworden, vom Gebirge erziehen Wolken, aber der Sturm Kapitel 11 Kaum war Bertha ein paar Schritte vom Hotel entfernt, begann es zu regnen. Unter dem aufgespannten Schirm kam sie sich gegen unerwünschte Begegnungen geschützt vor. In der Luft verbreitete sich ein angenehmer Geruch als senke mit dem Regen ein Duft der nahen Wälder über die Stadt. Bertha überließ sich ganz dem Vergnügen des Spazierengehens. Selbst das Ziel ihres Weges schwebte ihr nur wie im Nebel vor. Sie war von der Fülle wechselnder Empfindungen endlich so müde geworden, dass sie gar nichts mehr empfand. Sie war ohne Angst, ohne Hoffnung, ohne Vorsatz. Sie ging wieder an den Gärten vorbei über den Ringen und freute sich des feuchten Fliederdufts. Heute Vormittag hatte sie gar nicht bemerkt, dass alles in violetten Blüten prangte. Ein Einfall brachte ein Lächeln auf ihre Lippen. Sie trat in eine Blumenhandlung und kaufte ein kleines Pfeilchen Wookie. Während sie die Pfeilchen an den Mund führte, kam eine große Zärtlichkeit über sie. Sie dachte, jetzt um sieben geht der Zug nach Hause ab und freute sich, als hätte sie jemanden überlistet. Sie ging langsam quer über die Brücke und erinnerte sich, wie sie sie vor wenigen Tagen überschritten, um in die Gegend seiner früheren Wohnung zu kommen und jenes Fenster wiederzusehen. Der eine von der Vorstadt in die Stadt, von der Stadt in die Vorstadt der andere, Fluten durcheinander, Wagen aller Art fahren vorbei, Klingeln, Pfeifen, rufender Kutscher ertönt. Werter versucht stehen zu bleiben, wird aber vorwärts geschoben. Plötzlich hört sie ganz neben sich einen Pfiff. Ein Wagen hält, ein Kopf beugt sich zum Fenster heraus. Er ist es. Er winkt sie mit den Augen herbei. Einige Leute werden sofort aufmerksam und haben große Lust zu hören, was der junge Mann der Dame, die an seinen Wagen herantritt, zu sagen hat. Er spricht ganz leise. Willst du einsteigen? Einsteigen? Nun ja, es regnet doch. Ich möchte eigentlich lieber zu Fuß gehen. Wie du willst. Emil steigt rasch aus, bezahlt den Kutscher und Bertha merkt mit einigem Schreck, dass etwa ein halbes Dutzend Menschen ringsum sehr gespannt sind, wie sich diese merkwürdigen Vorgänge weiter entwickeln werden. Emil sagt zu Bertha, komm. Rasch übersetzen beide die Straße und entgehen so dem ganzen Gewühl. Jetzt spazieren sie langsam längs des Wienbetts in einer wenig belebten Straße weiter. Du hast denn nicht einmal einen Schirm, Emil? Willst du mich nicht unter den deinen nehmen? Wart, so geht das nicht. Er nimmt ihr den Schirm aus der Hand, hält ihn über sie beide und schiebt seinen Arm unter den ihren. Jetzt fühlt sie, es ist sein Arm und freut sich sehr. Mit dem Land ist es leider nichts, sagt er. Schade. Also, was hast du den ganzen Tag gemacht? Sie erzählt ihm von dem vornehmen Restaurant, in dem sie gespeist hat. Ja, warum habe ich das denn nicht gewusst? Ich dachte, du bist bei deiner Cousine zu Mittag. Wir hätten ja so gut zusammen frühstücken können. Du hast ja so viel zu tun gehabt, sagt sie und ist ein wenig stolz, dass sie diesen leichten Ton des Spottes findet. Nun ja, Nachmittag allerdings. Eine halbe Oper habe ich mir anhören müssen. Wieso denn? Es war ein junger Komponist bei mir, übrigens ein sehr talentierter Mensch. Sie ist sehr froh, also in dieser Weise verbringt er seine Nachmittage. Er blieb stehen und ohne ihren Arm auszulassen blickte er ihr ins Gesicht. Weißt du, dass du eigentlich viel hübscher geworden bist? Ja, in allem Ernst. Aber jetzt erzähl mir einmal aufrichtig, wie du auf die Idee gekommen bist, mir zu schreiben. Ich hab's dir ja gesagt. Hast du denn die ganze Zeit an mich gedacht? Sehr viel. Auch während du verheiratet warst? Gewiss, ich hab immer an dich gedacht. Und du? Oft, sehr oft. Aber nun was? Du bist eben ein Mann. Ja, aber was meinst du damit? Du hast gewiss viele lieb gehabt. Lieb gehabt, lieb gehabt, oh ja, auch. Aber ich, sagte sie lebhaft, als breiche die Wahrheit übermächtig aus ihr hervor, ich habe niemanden geliebt als dich. Er nahm ihre Hand und führte sie an seine Lippen. Dann sagte er, das lassen wir doch lieber dahing gestellt. Ich habe dir auch Pfeilchen mitgebracht. Er lächelte. Sollen die mir es beweisen? Du hast das so gesagt, als hättest du nichts anderes getan, seit wir uns nicht gesehen, als Pfeilchen für mich gepflückt oder wenigstens gekauft. Übrigens Sie schaute zu Boden dann sagte sie, wir müssen uns doch nicht an einen Tisch zu fremden Leuten setzen. Gewiss nicht, wir werden sogar irgendwo hingehen, wo gar keine anderen sind. Was fällt dir ein? sagte sie, das tue ich nicht. Er zuckte die Achseln, ganz wie du willst. Hast du schon Appetit? Nein, gar nicht. Sie schwiegen beide. Dann sagte er, werde ich nicht einmal deinen Buben kennenlernen? Gewiss, entgegnete sie erfreut, wann du willst. Sie begann von ihm zu erzählen und kam dann auf ihre Familie zu sprechen. Emil warf zuweilen eine Frage dazwischen und bald wusste er alles, was in der kleinen Stadt vorging, bis zu den Bemühungen Klingemanns, von denen Bertha lachend, aber mit einer gewissen Befriedigung berichtete. Die Laternen brannten, auf dem feuchten Pflaster spiegelte das Licht. Liebes Kind, wir können ja nicht die ganze Nacht auf der Straße herumlaufen, sagte Emil plötzlich. Ja, ich kann doch nicht mit dir in ein Restaurant. Denke nur, wenn ich zufällig meine Cousine treffe oder sonst wen. Sei unbesorgt, es wird uns niemand sehen. Rasch trat er in einen Torweg und schloss den Schirm. Was willst du denn? Sie sahen einen großen Garten. Nahe den Mauern, von denen aus Schützen der Segelleinwand gespannt war, saßen Leute an gedeckten Tischen. Da? Meinst du? Nein, komm nur. Gleich rechts vom Tor befand sich eine kleine Tür, die angelehnt war. Hier herein. Sie befanden sich in einem schmalen, beleuchteten Gang, an dessen beiden Seiten je eine Reihe von Türen lief. Ein Kellner grüßte, schritt voraus, an allen Türen vorbei, die letzte öffnete er, ließ die Gäste eintreten und schloss hinter ihnen wieder zu. In der Mitte des kleinen Zimmers stand ein Tischchen mit drei Gedecken, an der Wand ein blauesamtenes Sofa, gegenüber hing ein goldgerahmter ovaler Spiegel, vor welchem Bertha ihren Hut abnahm und auf dessen Glas sie die Namen Irma und Rudi eingekritzelt sah. Zugleich sah sie im Spiegel, dass Emil hinter sie trat. Er legte seine Hände auf ihre Wangen, beugte ihren Kopf nach rückwärts zu sich und küsste sie auf die Lippen. Dann wandte er sich ab, ohne zu reden und klingelte. Ein sehr junger Kellner trat sofort ein, als wenn er vor der Türe gewartet. Nachdem der seinen Auftrag entgegengenommen hatte, ging er und Emil setzte sich. Nun, Bertha, sie warnte sich ihm zu, erfasste leicht ihre Hand und ließ sie auch noch nicht los, als Bertha schon in der Sofaecke neben ihm Platz genommen. Unwillkürlich berührte sie mit ihrer anderen Hand seine Haare. Ein älterer Kellner trat ein und Emil stellte das Menü zusammen. Bertha war mit allem einverstanden. Als der Kellner verschwunden war, sagte Emil, muss man da nicht fragen, warum erst heute? Wie meinst du das? Warum hast du mir nicht längst geschrieben? Ja, hättest du früher deinen Orden bekommen? Er hielt ihre Hand in der Seinen und küsste sie. Du kommst ja so oft nach Wien. Oh nein, er sah auf. Du hast mir doch so was ähnliches geschrieben. Sie erinnerte sich jetzt und wurde rot. Nun ja, manchmal. Erst am Montag bin ich da gewesen. Der Kellner brachte Sardinen und Kaviar und ging. Nun, sagte Emil, es ist wahrscheinlich gerade die rechte Zeit. Inwiefern, dass wir einander wieder begegnet sind? Oh, ich habe mich oft nach dir gesehnt. Er schien nachzusinnen. Dann sagte er, und dass es damals so war und nicht anders ist vielleicht auch gut. Gerade deswegen ist die Erinnerung so wunderschön. Ja, wunderschön. Sie schwiegen beide. Dann sagte sie, erinnerst du dich? Und nun begann sie von der fernen Zeit zu reden, von den Spaziergängen im Stadtpark und von seinem ersten Auftreten im Konservatorium. Er nickte zu alledem, hielt seinen Arm auf der Lehne des Sofa und berührte leicht die Haare, die sich in ihrem Nacken kräuselten. Zuweilen warf er ein Wort dazwischen. Auch er erinnerte sich, er wusste sogar noch von einem Ausflug an einem Sonntagvormittag in den Praterauen, den sie selbst vergessen hatte. Und weißt du noch, sagte Bertha, wie wir uns, sie zögerte es auszusprechen. Einmal beinahe verlobt haben? Ja, sagte er, und wer weiß. Er wollte vielleicht sagen, es wäre das Beste für mich gewesen, wenn ich dich geheiratet hätte, aber er sagte es nicht. Emil bestellte Champagner. Es ist noch nicht lang, sagte Bertha, dass ich das letzte Mal Champagner getrunken, vor einem halben Jahr, als der 50. Geburtstag meines Schwagers gefeiert wurde. Sie dachte an die Gesellschaften bei ihrem Schwager und es schien ihr wunderbar, wie weit das alles war, die ganze kleine Stadt und alle, die dort lebten. Der junge Kellner brachte den Eiskübel mit dem Wein. In diesem Augenblick fiel es Bertha ein, dass Emil gewiss hier schon manchmal mit anderen Frauen gewesen war, aber es war ihr ziemlich gleichgültig. Sie stießen mit den Gleisern an und tranken. Emil umschlang Bertha und küsste sie. Dieser Kuss erinnerte sie an etwas. Woran denn nur? An die Küsse von eins, da sie ein junges Mädchen war? An die Küsse ihres Mannes? Nein. Und plötzlich fiel es ihr ein. Gerade so hatte ihr kleiner Neffe sie neulich geküsst. Der Kellner brachte Obst und Backwerk. Emil legte für Bertha einige Datteln und Trauben auf den Teller. Warum sprichst du nichts? fragte Bertha. Warum lässt du immer nur mich reden? Und du könntest doch so viel erzählen. Ich? Er schlürfte langsam den Bein. Nun ja, von deinen Reisen. Ach Gott, es ist eine Stadt wie die andere. Du darfst ja nicht vergessen, dass ich nur selten zu meinem Vergnügen reise. Ja, natürlich. Sie hatte die ganze Zeit nicht daran gedacht, dass es der berühmte Geigenvirtuse Emil Lindbach war, mit dem sie hier saß, und sie fühlte sich verpflichtet zu sagen, nächsten spielst du ja hier. Ich möchte dich gern wieder hören. Er erwiderte trocken, wird dich daran hindern. Es ging ihr durch den Sinn, dass es ihr eigentlich viel lieber wäre, ihn nicht im Konzert, sondern für sich allein zu hören. Fast hätte sie es ausgesprochen, da fiel ihr aber ein, dass das nichts anderes hieße, als ich will zu dir. Und wer weiß, vielleicht ist sie sehr bald bei ihm. Ihr wird so leicht wie immer, wenn sie etwas Wein getrunken hat. Doch nein, es ist anders als sonst. Nicht der sanfte Rausch, in dem sie nur ein wenig heiter wird, es ist besser, schöner. Und nicht die paar Tropfen Wein machen das, das macht die Berührung dieser lieben Hand, die ihr über Stirn und Haare streicht. Er hat sich neben sie gesetzt und zieht ihren Kopf an seine Schultern. So möchte sie einmal schlummern. Schatz. Sie zittert leise. Warum erst heute? Hätte sie das nicht alles früher haben können? Was hatte das überhaupt für einen Sinn, so zu leben wie sie? Das, was sie jetzt tat, war doch nichts Böses. Und wie süß war es, den Atem eines jungen Mannes über den Augenlidern zu fühlen. Nein, nein, nicht eines jungen Mannes, eines Geliebten. Sie hatte die wo sie war, mit wem sie war. Wer ist denn nur Richard? Nein, schläft sie denn ein? Sie ist hier mit Emil. Mit wem? Wer ist denn dieser Emil? Wie schwer es ist, sich darüber klar zu werden. Dieser Hauch über ihren Liedern ist der Atem ihres Jugendgeliebten und zugleich der eines berühmten Künstlers, der nächstens ein Konzert gibt. Und zugleich eines Menschen, den sie viele tausend Tage nicht gesehen hat. Und zugleich der eines Herrn, mit dem sie allein im Restaurant sitzt und der jetzt mit ihr machen kann, was er will. Sie fühlt seinen Kuss auf den Augen. Wie zärtlich er ist. Wie schön. Wie sieht er denn nur aus? Sie braucht nur die Augen zu öffnen und sehe ihn ganz genau. Aber sie will ihn sich lieber vorstellen, ohne ihn zu sehen. Nein, wie komisch. Das ist ja gar nicht sein Gesicht. Das ist ja das des jungen Kellners, der eben hinaus gegangen. Wie sieht denn nur Emil aus? So? Nein, nein, das ist ja Richard. Aber fort, fort, ist sie denn so gemein, dass sie an lauter andere Männer denkt, während sie mit ihm, wenn sie nur die Augen öffnen könnte. Ah, sie bewegt sich heftig, so dass sie Emil beinahe fortstößt. Jetzt reißt sie die Augen weit auf. Emil sieht sie lächelnd an und fragt, hast du mich lieb? Sie zieht ihn an sich und küsst ihn selbst. Zum ersten Mal heute küsst sie ihn selbst und sogleich fühlt sie, dass sie jetzt etwas tut, was einem Vorsatz von heut morgen widerspricht. Was wollte sie nur? Sich nichts vergeben, sich versagen. Ja, gewiss war irgendein Moment, in dem sie das wollte, aber warum? Sie hatte ihn ja lieb und der Augenblick ist da, den sie seit Tagen erwartet, nein, seit Jahren. Noch immer ruhen ihre Lippen aufeinander. Ah, sie möchte in seinen Armen, sie möchte ganz diese eine sein. Er soll nichts mehr reden, er soll sie lieben kann, wie sie. Emil steht auf, geht in dem kleinen Zimmer ein paar Mal hin und her, sie setzt das Glas wieder an den Mund, Emil sagt leise, nicht mehr Bertha. Ja, er hat recht, was tut sie denn? Will sie sich denn berauschen? Braucht es das? Sie ist ja niemandem Rechenschaft schuldig, sie ist frei, sie ist jung, sie will auch endlich einmal glücklich haben, sagt Emil. Bertha nickt. Er hilft ihr beim Anlegen der Jacke, sie steht beim Spiegel und steckt die Nadel durch den Hut. Sie gehen. Vor der Tür steht der junge Kellner und grüßt. Ein Wagen hält vor dem Tor, Bertha steigt ein, sie hört nicht, was Emil dem Kutscher sagt. Emil setzt sich zu ihr, beide schweigen, eng aneinander gedrängt. Der Wagen rollt fort, lang, lang, wo mag denn Emil nur wohnen? Vielleicht auch lässt er den Kutscher absichtlich einen Umweg machen, weil er weiß, wie angenehm es ist, so zusammen durch die Nacht zu fahren. Der Wagen hält. Emil steigt aus. Gib mir deinen Schirm, sagt er. Sie reicht ihn aus dem Wagen, er spannt ihn auf. Sie steigt aus, sie stehen beide unter dem Schirm, auf den der Regen niederprasselt. Ist das die Gasse, in der er wohnt? Das Tor öffnet sich, sie treten in den Flur, Emil nimmt dem Poitier die Kerze aus der Hand. Eine schöne, breite Stiege. Im ersten Stock schließt Emil eine Tür auf. Sie treten ein, durch einen Vorraum, in einen Salon. Emil entzündet mit der Kerze, die er in der Hand hält, zwei andere auf dem Tisch. Dann tritt er zu Bertha, führt sie, die noch an der Tür wie wartend stand, weiter herein, nimmt er die Nadel aus dem Hut und legt den Hut auf den Tisch. Im unbestimmten Licht der zwei schwach brennenden Kerzen sieht Bertha nur, dass an den Wänden ein paar kolorierte Bilder hängen. Die Porträts der Majestäten, wie erscheint. Dass an der einen Wand ein breiter Divan mit einem persischen Teppich steht und nahe dem Fenster ein kleines Pianino mit einer Anzahl eingerahmter Fotografien auf dem Deckel. Darüber hängt ein Bild, das sie aber nicht zu erkennen vermag. Dort drüben fallen rote Portieren herab, zu Seiten einer Tür, die halb offen steht. Irgendetwas Weißes leuchtet durch die breite Spalte herein. Sie kann die Frage nicht länger zurückhalten. Wohnst du hier? Wie du siehst? Sie blickt vor sich hin. Auf dem Tisch steht eine Karaffe mit Likör und zwei Gläschen. Ein kleiner Aufsatz mit Obst und Backwerk. Ist das dein Studierzimmer? Ihre Augen suchen unwillkürlich nach einem Pult, wie es Geigenspieler brauchen. Er führt sie, den Arm um ihre Taille, vor das Pianino. Dort setzt er sich hin, zieht sie auf seine Knie. Ich will's dir nur lieber gestehen, sagt er dann, einfach und beinahe trocken. Ich wohne eigentlich nicht hier. Nur unsretwegen hab ich für einige Zeit. Ich habe es für vernünftig gehalten. Wien ist nämlich eine Kleinstadt und ich wollte dich nicht nachts in meine Wohnung bringen. Sie sieht es ein und doch ist es ihr nicht ganz recht. Sie blickt auf. Jetzt kann sie die Konturen des Bildes über dem Pianino wahrnehmen. Es ist eine nackte Frauengestalt. Bertha hat eine merkwürdige Lust, das Bild ganz genau zu sehen. Was ist das? fragt sie. Kein Kunstwerk, antwortet Emil. Er brennt ein Zündhölzchen an und leuchtet damit in die Höhe. Sie merkt, dass es ein ganz miserables Bild ist. Aber es ist ihr zugleich, als sähe das gemalte Weib mit lachenden, frechen Augen auf sie herab. Und sie ist froh, wie das Zündhölzchen verlischt. Du könntest mir jetzt eigentlich, sagt Emil, auf dem Klavier etwas vorspielen. Sie wundert sich, dass er so kühl ist. Weiß er denn nicht, dass sie bei ihm ist? Aber fühlt er denn sie selbst etwas Besonderes? Nein. Eine sonderbare Traurigkeit scheint ihr aus allen Ecken zu quälen. Warum hat er sie nicht lieber in seine Wohnung genommen? Was mag das für ein Haus sein? Sie bedauert jetzt, dass sie nicht mehr Wein getrunken hat. Sie möchte nicht so nüchtern sein. Nun, willst du mir nicht vorspielen? sagt Emil. Denke, wie lange ich dich nicht gehört habe. Sie setzt sich und greift einen Akkord. Ich hab ja alles verlernt. Versuch's nur. Sie spielt ganz leise das Albumblatt von Schumann und sie erinnert sich, wie sie vor wenigen Tagen daheim spätabends fantasiert hat und Klingemann vor dem Fenster auf- und abspaziert ist. Auch an das Gerücht von dem lastiven Bild in seinem Zimmer muss sie denken. Und unwillkürlich blickt sie wieder zu der nackten Frau über dem Pianino auf, die jetzt ins Leere schaut. Emil hat sich einen Stuhl neben den Irren gerückt. Er zieht sie an sich und küsst sie, während ihre Finger immer weiterspielen und endlich ruhig auf den Tasten liegen bleiben. Bertha hört, wie der Regen an die Fensterscheiben schlägt und ein Gefühl von Zuhause sein kommt über sie. Jetzt ist ihr, als wenn Emil sie in die Höhe trüge. Ohne sie aus den Armen zu lassen, war er aufgestanden und führt sie langsam. Sie fühlt, wie ihr rechter Arm an der Portiere streift. Die Augen hält sie geschlossen. Über ihren Haaren fühlt sie Emils kühlen Atem. Kapitel 12 Als sie auf die Straße traten, hatte der Regen aufgehört. Aber in der Luft war eine wunderbare Milde und Feuchtigkeit. Die meisten Laternen waren schon ausgelöscht. Erst dort an der Straßenecke brannte wieder eine. Da auch der Himmel noch mit Wolken bedeckt war, lag eine tiefe Dunkelheit auf dem Weg. Emil hat Bertha den Arm gereicht. Sie gingen schweigend. Eine Turmuhr schlug. Eins. Bertha wunderte sich. Sie hatte den Morgen nahe geglaubt. Aber sie freute sich nun, in der weichen, stillen Luft an seinen Arm gelehnt, stumm durch die Nacht zu wandeln. Denn sie liebte ihn sehr. Sie traten auf einen freien Platz. Vor ihnen lag die Karlskirche. Emil rief einen Kutscher an, der auf dem Trittbrett seines offenen Wagens sitzend eingeschlafen war. Es ist so schön, sagte Emil. Wir können ja noch ein bisschen spazieren fahren, ehe ich dich in dein Hotel bringe, ja? Der Wagen setzte sich in Bewegung. Emil hatte den Hut abgenommen. Sie legte ihn auf ihren Schoß. Auch das tat ihr wohl. Sie betrachtete Emil von der Seite. Seine Augen schienen ins Weite zu schauen. Woran denkst du? Ich, um die Wahrheit zu sagen, denke ich an eine Melodie aus der Oper, die mir dieser Mensch Nachmittag vorgespielt hat. Aber es wird eine andere daraus. An Melodien denkst du jetzt, sagte Bertha lächelnd, aber mit einem leichten Vorwurf. Wieder ein Schweigen. Der Wagen fuhr langsam über die Menschenlehrerigen Straße, vorbei an Oper, Museum, Volksgarten. Emil, was willst du, mein Schatz? Wann werde ich dich endlich wieder spielen hören? Ich spiele ja dieser Tage in einem Konzert. Er sagte es, als wenn es ein Spaß wäre. Nein, Emil, du, für mich allein. Das wirst du doch einmal tun, ja? Ich bitte dich. Ja, ja. Es läge mir so viel daran. Ich möchte, dass du weißt, es ist niemand da als ich, die dich hört. Nun ja, aber lassen wir das doch jetzt. Er sagte es so bestimmt, als nehme er irgendetwas vor ihr in Schutz. Sie verstand nicht, weshalb ihm das, worum sie in Gebeten, unangenehm sein könnte und fuhr fort. Es bleibt doch dabei, morgen Nachmittag um fünf bei dir? Ja. Ich bin neugierig, ob es dir bei mir gefallen wird. Oh, gewiss. Sicher ist es bei dir schöner als da, wo wir waren. Und bleiben wir den Abend zusammen? Weißt du, ich meine nur, ob ich nicht für meine Cousine, aber lieber Schatz, machen wir doch lieber kein Programm. Dabei legte er den Arm um ihren Nacken, als wollte er ihr so die Zärtlichkeit geben, die nicht im Ton seiner Worte lag. Emil. Nun? Wollen wir die Kreuzersonate zusammenspielen? Das andamte wenigstens. Aber liebes Kind, lassen wir doch endlich die Musik. Ich glaube schon, dass du dich riesig dafür interessierst. Er sagte es wieder in jeder unbestimmten Art, von der sie nicht wusste, ob sie spöttisch oder ehrlich gemeint war. Aber sie wagte nicht zu fragen. Dabei sehnte sie sich, in diesem Augenblick so sehr in Jolinespielen zu hören, dass es beinahe wie ein Schmerz war. Ah, da sind wir ja in deiner Nähe, rief Emil. Und als ob er ganz vergessen hätte, dass er noch eine Spazierfahrt mit ihr machen wollte, rief er dem Kutscher die Adresse des Hotels zu. Emil, nun, Liebste. Hast du mich noch lieb? Statt jeder Antwort drückte er sie an sich und küsste sie auf die Lippen. Sag mir, Emil. Was denn? Aber du hast ja nicht gern, wenn man dich viel fragt. Frag nur, mein Kind. Was pflegst du denn vormittags zu tun? Oh, das ist höchst verschieden. Morgen zum Beispiel spiele ich in der Lerchenfelderkirche ein Violinsolo in einer Messe von Heiden. Wirklich? Da kann ich dich ja schon morgen früh hören. Wenn's dir Spaß macht. Aber es ist wirklich nicht der Mühe wert. Das heißt, die Messe ist natürlich sehr schön. Wie kommst du eigentlich dazu, in der Lerchenfelderkirche zu spielen? Es ist eine Gefälligkeit von mir. Für wen? Für... Nun, für Heiden selbstverständlich. In Bertha zuckte irgendetwas schmerzlich zusammen. In diesem Augenblick fühlte sie, dass es mit dieser Mitwirkung in der Lerchenfelderkirche eine besondere Bewandtnis haben müsste. Vielleicht sang irgendeine mit, die... Ja, was wusste sie schließlich? Aber sie wird hingehen, ganz bestimmt. Sie kann ihn keiner anderen lassen. Er gehört ihr. Ihr allein. Er hat es ihr auch gesagt. Und sie wird verstehen, ihn festzuhalten. Sie hat ja so unendlich viel Zärtlichkeit. Sie hat ja alle aufgespart für ihn allein. Sie wird ihn ganz damit umhüllen. Er wird sich nach keiner anderen mehr sehnen. Sie wird nach Wien übersiedeln, jeden Tag bei ihm sein, immer bei ihm sein. Emil, was hast du denn, Schatz? Er wandte sich zu ihr, sah sie wie besorgt an. Hast du mich lieb? Oh Gott, da sind wir schon. So? fragte Emil verwundert. Ja, dort, siehst du? Dort wohne ich. Also bitte, Emil, sag mir noch einmal. Ja, morgen um fünf, mein Schatz. Ich freue mich sehr. Nein, nicht, ob du... Der Wagen hielt. Emil wartete an Berthas Seite, bis der Portier aufsperren kam, dann küßte er ihr ganz förmlich die Hand, sagte, Auf Wiedersehen, gnädige Frau, und fuhr davon. In dieser Nacht schlief sie fest und tief. Das Licht des Morgens war um sie, als sie erwachte. Der gestrige Abend fiel ihr ein, und sie war sehr froh, dass irgendetwas, das sie sich so schwer, beinahe düster vorgestellt hatte, als etwas ganz Leichtes und Heiteres hinter ihr lag. Und dann war sie stolz, in der Erinnerung an ihre Küsse, die gar nichts von der Schüchternheit eines ersten Abenteuers an sich gehabt hatten. Von Reue verspürte sie nicht das Geringste, obwohl ihr einfiel, dass es üblich ist, nach Dingen, wie sie sie erlebt, Reue zu empfinden. Auch Worte wie Sünde, Liebesverhältnis fuhren ihr durch den Kopf, ohne verweilen zu können, da ihnen aller Sinn zu fehlen schien. Sie glaubte sicher zu sein, dass sie Emys Zärtlichkeit ganz wie eine liebesgewohnte Frau erwidert hatte, und war sehr glücklich, dass alles, was bei anderen Frauen aus der Erfahrung trunkener Nächte bei ihr nur aus der Tiefe ihrer Empfindungen gekommen war. Es schien ihr, als hätte sie gestern Abend eine Gabe an sich entdeckt, von der sie bisher nichts geahnt und ganz leise regte sich das Bedauern, sie früher nicht ausgenutzt zu haben. Sie erinnerte sich einer Frage Emils nach ihrer Vergangenheit, durch die sie nicht so verletzt war, als sie es hätte sein müssen, und jetzt, in der Erinnerung, kam ihr das gleiche Lächeln auf die Lippen, mit dem sie ihm die Wahrheit geschworen, an die er nicht hatte glauben wollen. Dann dachte sie an das nächste Wiedersehen mit ihm, stellte sich vor, wie er sie empfangen und durch die Zimmer geleiten würde. Der Einfall kam ihr, dass sie sich ganz so benehmen wollte, als wäre noch gar nichts geschehen. Nicht einmal in ihren Augen dürfte er die Erinnerung an den gestrigen Abend lesen. Er sollte sie ganz von Neuem erobern, um sie werben müssen. Nicht allein mit Worten, nein, auch mit seiner Musik. Ja, wollte sie ihn nicht schon heute Vormittag hören? Natürlich, in der Kirche. Und sie besann sich der plötzlichen Eifersucht, die sie gestern Abend erfasst hatte. Ja, warum nur? Das kam ihr jetzt so komisch vor. Eifersucht auf eine Sängerin, die vielleicht in der Messe mitsang oder auf eine andere Unbekannte. Aber hingehen wollte sie jedenfalls. Ah, wie schön wird es sein, in Dämmer der Kirche zu stehen, ungesehen von ihm, ihn nicht sehend und nur sein Spiegel zu hören, das vom Chor herunterschwebt. Und es ist ihr, als freue sie sich einer neuen Zärtlichkeit entgegen, die ihr von ihm werden soll, ohne dass er es ahnt. Langsam steht sie auf, kleidet sich an. Ein leiser Gedanke an Zuhause schwebt in ihr auf, aber er ist ganz ohne Kraft. Es macht ihr sogar Mühe, ihn zu denken. Auch darüber fühlt sie keine Reue, auch darauf ist sie ihr Stolz. Sie fühlt sich ganz als Emils Geschöpf. Alles, was vor ihm da war, scheint ausgelöscht. Wenn er von ihr verlangen möchte, lebe ein Jahr, lebe diesen Sommer mit mir, dann aber musst du sterben. Sie würde es tun. Die aufgelösten Haare fallen ihr über die Schultern. Erinnerungen kommen ihr, die sie beinahe Taumeln machen. Oh Gott, warum alles das so spät, so spät? Aber noch ist eine lange Zeit vor ihr. Noch fünf, noch zehn Jahre kann sie schön bleiben. Oh, auch noch länger für ihn, wenn sie zusammenbleiben, denn er würde ja mit ihr zusammenaltern. Und wieder fliegt ihr jene Hoffnung durch den Sinn, wenn er sie zu seiner Frau machte, wenn sie zusammen wohnten, zusammen reisten, zusammen schliefen, Nacht für Nacht. Aber jetzt beginnt sie sich ein wenig zu schämen. Warum denn immer und immer diese Gedanken? Zusammenleben heißt doch auch anderes. Gemeinschaftliche Sorgen haben, über alle Dinge miteinander reden können. Ja, seine Freundin will sie sein vor allem. Und das, vor allem das will sie ihm heute sagen. Heute muss er endlich erzählen, über sich erzählen, sein ganzes Leben vor ihr ausbreiten, von dem Augenblick, dass sie sich vor zwölf Jahren getrennt, bis und mit Staunen muss sie weiterdenken, bis gestern früh. Gestern früh hat sie ihn zum ersten Mal wiedergesehen und in diesem einen Tag ist sie so völlig sein geworden, dass sie nichts mehr anderes denken kann als ihn. Dass sie kaum mehr eine Mutter ist. Nein, nichts als seine Geliebte. Sie trat in den hellen Sommertag hinaus. Es fiel ihr auf, dass ihr mehr Menschen begegneten als sonst, dass die meisten Geschäfte geschlossen waren. Richtig, Sonntag. Sie hatte gar nicht daran gedacht. Nun machte sie auch das froh. Bald begegnete ihr ein sehr schlanker Herr, der den Überzieher offen trug und an dessen Seite ein junges Mädchen mit sehr dunklen, lachenden Augen ging. Bertha musste denken, ein paar wie dieses sind wohl auch wir. Und sie stellte es sich schön vor, nicht nur im Dunkel der Nacht, sondern auch so wie diese beiden auf heller Straße, Arm in Arm, mit lachenden, glücklichen Augen umherzuwandeln. Manchmal, wenn ein Herr ihr im Vorbeigehen ins Gesicht sah, war ihr, als verstünde sie wie etwas Neues die Sprache der Blicke. Einer, der sie mit einem gewissen Ernst betrachtete, schien zu sagen, Na, du bist auch gerade so wie die anderen. Dann kamen zwei junge Leute, die zu reden aufhörten, als sie sie sahen. Ihr war, als wüssten die ganz gewiss, was heute Nacht geschehen war. Wieder ein anderer schien große Eile zu haben, sah sie flüchtig von der Seite an und seine Augen sagten, Was gehst du da großartig herum wie eine brave Frau? Gestern Abend bist du mit einem von uns im Bett gelegen. Dieses Einer von uns hörte sie innerlich ganz deutlich und sie musste das erste Mal in ihrem Leben bei allen Männern, die vorübergingen, denken, dass sie Männer, bei allen Frauen, dass sie Frauen waren, dass sie einander begehrten und dass sie einander fanden, wenn sie wollten. Und sie hatte das Gefühl, als ob sie noch gestern um diese Zeit eine Ausgeschlossene gewesen wäre, vor der alle anderen Geheimnisse hatten, während sie jetzt mit zu ihnen gehörte, und mitreden durfte. Sie versuchte sich auf die erste Zeit nach ihrer Hochzeit zu besinnen und sie erinnerte sich, dass sie nichts empfunden hatte als einige Enttäuschung und Beschämung. Ganz dunkel tauchte etwas in ihr auf, wovon sie nicht wusste, ob sie es einmal gelesen oder gehört, nämlich der Satz Es ist ja doch immer dasselbe. Und sie kam sich viel klüger vor als die oder der, der das gesagt gesagt oder geschrieben. Jetzt merkte sie, dass sie den gleichen Weg ging wie gestern. Ihr Auge fiel auf eine Plakatsäule mit der Ankündigung des Konzertes, bei dem auch Emil mitwirken sollte. Mit Behagen blieb sie davor stehen. Ein Herr stand neben ihm. Sie lächelte und dachte, wenn er wüsste, dass jetzt meine Augen gerade auf dem Namen desjenigen Menschen ruhen, der gestern Nacht mein Geliebter war. Sie war plötzlich sehr stolz. Was sie getan hatte, düngte sie etwas Besonderes. Sie konnte sich kaum vorstellen, dass andere Frauen den gleichen Mut besäßen. Sie ging wieder durch den Volksgarten, in dem heute mehr Menschen waren als gestern. Wieder sah sie Kinder, die spielten, Gouvernanten und Kindermädchen, die plauderten, lasen, stricken. Ein sehr alter Herr fiel ihr auf, der sich auf eine Bank in der Sonne gesetzt hatte. Sie ansah, den Kopf schüttelte und sie mit harten und unerbittlichen Augen verfolgte. Sie war sehr unangenehm berührt und hatte ein dunkles Gefühl von Unrecht gegenüber diesem alten Herrn. Als sie aber unwillkürlich wieder zurücksah, bemerkte sie, wie er auf den sonnenbeleuchteten Sand schaute und noch immer den Kopf schüttelte. Sie wusste jetzt, dass das mit seinem Alter zusammenhing und sie fragte sich, ob auch Emil einmal ein so uralter Herr sein würde, der sich in die Sonne setzte und den Kopf schüttelt. Und mit einem Mal sah sie sich neben ihm einhergehen, in der Kastanienallee daheim, aber sie war noch jung wie jetzt und er fuhr im Rollstuhl. Sie behebte leise, wenn Herr Rubius es wüsste, nein, nie und nimmer würde er das von ihr glauben. Hätte er das von ihr vorausgesetzt, so hätte er sie nicht zu sich auf den Balkon gerufen und ihr erzählt, dass seine Frau ihn verlassen wollte. Sie staunte in diesem Augenblick über das, was ihr wie eine große Fülle ihres Lebens vorkam. Sie hatte den Eindruck, innerhalb so verwickelter Verhältnisse zu existieren wie keine andere Frau. Und auch diese Empfindung trug zu ihrem Stolz bei, während sie an einer Gruppe von Kindern vorbeiging, von denen vier ganz gleich gekleidet waren, dachte sie, wie sonderbar es wäre, dass sie keinen Moment an mögliche Folgen ihres gestrigen Abenteuers gedacht. Aber ein Zusammenhang zwischen dem, was gestern geschehen, zwischen diesen wilden Umarmungen in einem fremden Bett und einem Wesen, das einmal zu ihr Mutter sagen sollte, schien außerhalb jeder Möglichkeit zu liegen. Sie verließ den Garten und nahm den Weg zur Lerchenfelder Straße. Ob er jetzt daran dachte, dass sie auf dem Weg zu ihm wäre? Ob sie sein erster Gedanke heute früh gewesen? Und es schien ihr nun, dass sie sich früher den Morgen nach einer Liebesnacht ganz anders vorgestellt hatte. Ja, als ein gemeinsames Erwachen, Brust an Brust, Mund an Munde. Soldaten kamen ihr entgegen, Offiziere schritten zur Seite auf dem Trottoir. Einer streifte sie und sagte höflich, bitte entschuldigen, es war ein sehr hübscher Mensch und er kümmerte sich weiter nicht um sie, was sie ein wenig ärgerte. Und unwillkürlich dachte sie, ob der auch eine Geliebte hat? Und plötzlich wusste sie, dass er sicher heute Nacht mit ihr zusammen war und auch nur sie allein liebt und sich so wenig um andere Frauen kümmert als Emil. Kapitel 13 Sie war vor der Kirche. Orgel klang bis auf die Straße. Eine Ekipage stand da mit einem Lakaien auf dem Bock. Wie kam die da her? Es war Bertha mit einem Mal ganz klar, dass dieser Wagen in einer bestimmten Beziehung zu Emil stehen müsste und sie nahm sich vor, vor dem Schluss der Messe die Kirche zu verlassen, um zu sehen, wer hier einstiege. Sie trat in die menschenerfüllte Kirche. Sie schritt zwischen den Bankreihen nach vorwärts bis zum Hochaltar, an dem der Priester stand. Die Orgeltöne verklangen, das Streichorchester setzte ein. Sie wandte den Kopf nach der Richtung des Chors. Es war doch sonderbar, dass Emil hier in der Lachenfelder Kirche sozusagen inkognito das Solo in einer heidenschen Sie betrachtete die weiblichen Gestalten in den vorderen Bänken. Sie bemerkte zwei, drei, vier junge Frauen und mehrere alte Damen. Zwei saßen in der vordersten Reihe, die eine war sehr vornehmen und in schwarze Seide gekleidet, die andere schien ihre Kammerfrau zu sein. Bertha dachte, dass die Equipage jedenfalls dieser vornehmen alten Dame gehörte, was sie sehr beruhigte. Sie ging wieder nach rückwärts und hielt überall halb unbewusst nach schönen Frauen Ausschau. Es gab noch einige leidlich hübsche, alle schienen ihr in Andacht versunken und sie schämte sich, dass sie allein hier ohne jeden heiligen Gedanken umherwandelte. Jetzt merkte sie, dass das Violinsolo schon begonnen hatte. Er spielte jetzt, er, er und in diesem Augenblick hörte sie ihn seit mehr als zehn Jahren zum ersten Mal und es schien ihr, als wäre es der gleiche süße Ton von damals, so wie man Menschenstimmen erkennt, die man jahrelang nicht vernommen. Der Sopran setzte ein, wenn sie die Sängerin nur sehen könnte. Es war eine helle, frische, nicht sehr geschulte Stimme und Bertha fühlte etwas wie einen persönlichen Zusammenhang zwischen dem Geigenspiel und dem Gesang. Dass Emil das Mädchen kannte, welches jetzt sang, war natürlich, aber verbarg sich da nicht noch irgendetwas anderes? Der Gesang verstummte, die Geige klang weiter und nun sprach sie zu ihr allein, als wollte sie sie beruhigen. Das Orchester fiel ein, das Geigensohle schwebte über den anderen Instrumenten und schien nur den einen Wunsch zu haben, sich mit ihr zu verständigen. Er sagte, ich weiß, dass du da bist und ich spiele nur für dich. Die Orgel setzte ein, aber noch behielt das Geigensolo die Führung. Bertha war so ergriffen, dass sie Tränen im Auge hatte. Endlich war das Solo zu Ende, wie verschlungen von dem Schwall der Instrumente und tauchte nicht wieder auf. Bertha hörte kaum zu, aber die Musik umklang sie mit wunderbarem Trost. Manchmal glaubte sie, die Geige Emils im Orchester mitspielen zu hören, aber da war es ganz sonderbar, beinahe märchenhaft, dass sie da unten an einer Säule stand und er oben im Chor an einem Pulte saß und sie hatten einander heut Nacht in den Armen gehalten und alle die hunderte hier in der Kirche wussten nichts davon. Sie musste ihn gleich sehen. Ja, sie wollte unten an der Stiege warten. Sie wollte nichts zu ihm sprechen, nein, aber sehen wollte sie ihn und auch die anderen, die kamen, auch die Sängerin, auf die sie eifersüchtig gewesen war. Aber das war nun ganz vorüber. Sie wusste es, dass er sie nicht belügen konnte. Die Musik war verstummt. Bertha fühlte sich vorwärts geschoben, dem Ausgang zu. Sie wollte die Stiege finden, aber sie wurde von ihr entfernt. Denn es war gut so. Nein, das durfte sie nicht, sich hinstellen, ihn erwarten. Was würde er denken? Es wäre ihm gewiss nicht recht. Nein, sie wollte mit den anderen sie hatte nun geradezu Angst davor, von ihm bemerkt zu werden. Sie stand am Ausgang, schritt die Stufen hinab und kam gerade an der Ekipage vorbei, als die alte Dame mit ihrer Kammerfrau einstieg. Sie musste lächeln, als sie sich erinnerte, in welche Besorgnisse sie der Anblick dieses Wagens versetzt hatte, und es schien ihr, als müssten mit diesem Verdacht auch alle anderen zerflattern. Es war ihr, als hätte sie ein merkwürdiges Abenteuer hinter sich und stünde am Anfang eines ganz neuen Daseins. Zum ersten Mal schien es ihr einen Sinn zu haben, alles andere war eingebildet gewesen und wurde zu nichts gegenüber dem Glück, das durch ihre Pulse strömte, während sie von der Kirche durch die Straßen der Vorstadt langsam nach Hause schlenderte. Erst wie sie schon nah dem Hotel war, merkte sie, dass sie den ganzen Weg wie im Traum zurückgelegt und konnte sich kaum erinnern, welchen Weg sie gegangen und ob sie Leuten begegnet war oder nicht. Als sie den Schlüssel zu ihrem Zimmer nahm, übergab ihr der Portier ein Billet und einen Strauß von Pfeilchen und Flieder. Oh, warum hatte sie nicht auch daran gedacht, ihm Blumen zu schicken? Aber was hatte er ihr zu schreiben? Sie öffnete den Brief mit einer leisen Furcht und las. Liebste, ich musste noch einmal für den schönen Abend danken. Heute können wir uns leider nicht sehen. Sei nicht böse, meine liebe Bertha, und vergiss nicht, mich rechtzeitig zu verständigen, wenn du das nächste Mal nach Wien kommst. Ich bin ganz der Deine, Emil. Sie ging, sie lief die Treppe hinauf in ihr Zimmer. Warum konnte er sie heute nicht wenigstens die Ursache an? Nun ja, was wusste sie schließlich von seinen Verpflichtungen aller Art künstlerischer gesellschaftlicher Natur? Es wäre gewiss zu weitläufig gewesen und hätte wie nach einer Ausrede ausgesehen, wenn er seine Verhinderung ausführlich entschuldigt. Aber trotzdem. Und warum schrieb er denn, wenn du das nächste Mal nach Wien kommst? Hatte sie ihm nicht gesagt, dass sie noch einige Tage da gleich setzte sie sich hin und schrieb Mein liebster Emil, ich bedauere sehr, dass du mir heute absagen musstest, aber glücklicherweise reise ich noch nicht ab. Bitte sehr Liebster, schreib mir doch gleich, wann du morgen oder übermorgen für mich Zeit hast. Mit tausend Küssen deine Bertha. PS Es ist höchst ungewiss, wann ich wieder nach Wien komme und ich möchte keinesfalls fortreisen, ohne dich noch einmal zu sehen. Sie überlas den Brief, dann schrieb sie noch dazu, ich muss dich noch einmal sehen. Sie eilte auf die Straße, übergab den Brief einem Dienstmann und schärfte ihm ein, nicht ohne Antwort wiederzukommen. Dann ging sie wieder hinauf und stellte sich zum Fenster. Sie wollte nichts denken, sie wollte nur auf die Straße hinunter sehen. Sie heftete ihre Aufmerksamkeit gewaltsam auf die Vorübergehenden und ein Spiel aus ihrer Kinderzeit kam ihr wieder in den Sinn, wo sie und ihre Brüder vom Fenster aus sich darüber unterhielten, welchem Bekannten der oder jener Vorübergehende ähnlich sähe. Solche Ähnlichkeiten zu entdecken, war für sie jetzt mit Schwierigkeiten verbunden, weil ihr Zimmer im dritten Stock gelegen war, aber andererseits erleichterte die Entfernung die Willkürlichkeit der Deutung. Zuerst kam eine Frau, die der Cousine Agathe ähnlich sah, später jemand, der an ihren Klavierlehrer aus dem Konservatorium erinnerte, Arm in Arm mit einer, die aussah wie die Köchin ihrer Schwägerin. Ein junger Bursch sah ihren Bruder dem Schauspieler ähnlich, gleich hinter ihm und zwar in Hauptmannsuniform kam ihr verstorbener Vater des Weges, der blieb eine Weile vor dem Hotel stehen, blickte auf, gerade als wenn er sie suchte und verschwand dann im Tor. Sie erschrak einen Augenblick so, als wenn es wirklich ihr Vater wäre, der als Gespenst aus dem Grab gekommen war. Dann lachte sie absichtlich, laut und versuchte das Spiel fortzusetzen, aber es gelang ihr nicht mehr. Sie blickte nur nach dem Dienstmann aus. Endlich beschloss sie, nur um die Zeit hinzubringen, ihr Mittagmal einzunehmen. Nachdem sie es bestellt, trat sie wieder ans Fenster. Aber nun blickte sie nicht mehr in die Richtung, aus welcher der Dienstmann kommen musste, sondern folgte den Omnibus und Pferdebahnwagen, die alle Menschen überfüllt in Vororten zufuhren. Jetzt sah sie wieder den Hauptmann von früher, wie er eben auf eine Tramway aufsprang, eine Virginia im Mund. Er sah ihrem verstorbenen Vater gar nicht mehr ähnlich. Sie hörte ein Geräusch hinter sich. Der Kellner war eingetreten. Bertha aß wenig und trank den Wein sehr rasch. Sie wurde schläfrig und lehnte sich in die Ecke des Divans. Die Gedanken verschwammen ihr. In ihren Ohren tönte es wie Nachklänge von der Orgel, die sie in der Kirche vernommen hatte. Sie schloss die Augen und mit einem Mal wie hervorgezaubert sah sie das Zimmer von gestern und hinter den roten Vorhängen leuchtete das weiße Bett. Sie selbst saß wieder vor dem Pianino, aber ein anderer hielt sie um fast, ihr Neffe Richard. Sie riss gewaltsam die Augen auf, erschien sich über alle Maßen verworfen und eine jähe Furcht überkam sie, als hätte sie für diese traumhaften Vorstellungen eine Sühne zu erwarten. Wieder ging sie zum Fenster, eine Ewigkeit schien ihr verflossen, seit sie den Dienstmann ausgeschickt. Sie überlas noch einmal den Brief Emils. Ihr Blick haftete auf den letzten Worten Ich bin ganz der Deine und sie sprach sie aus, laut, mit Zärtlichkeit und dachte ähnlicher Worte von heute Nacht. Sie erfand sich einen Brief, der jetzt gleich da sein und erlauten musste Meine liebste Bertha, Gott sei Dank, dass du morgen noch da bist. Ich erwarte dich bestimmt um drei bei mir. Oder Wir wollen morgen den ganzen Tag miteinander verbringen. Oder gar Ich habe meine Verabredung rückgängig gemacht. Wir sehen uns heute noch. Komme gleich zu mir. Ich erwarte dich mit Sehnsucht. Nun wie es immer sei, wenn auch nicht heute, wird sie ihn wiedersehen. Es ist ja gar nicht anders denkbar. Wozu also diese entsetzliche Aufregung, als wenn alles vorüber wäre? Warum nur bleibt die Antwort so lange aus? Er hat jedenfalls außer Haus gegessen. Natürlich, er führt ja keine Wirtschaft. So kann er frühestens um drei wieder daheim sein. Aber wenn er vor Abend nicht nach Hause kommt? Der Dienstmann hat zwar den Auftrag jedenfalls zu warten, auch bis in die Nacht hinein. Aber was soll sie tun? Sie kann doch hier nicht die ganze Zeit am Fenster stehen und ausblicken. Die Stunden sind ja endlos. Sie könnte weinen vor Ungeduld, vor Verzweiflung. Sie geht im Zimmer auf und ab, dann steht sie wieder eine Weile am Fenster, dann setzt sie sich nieder. Für kurze Zeit nimmt sie ihren Roman zur Hand, den sie in der Reisetasche mitgeführt. Auch zu schlummern versucht sie, aber es gelingt ihr nicht. Endlich wird es vier, bald drei Stunden sind vergangen, seit sie wartet. Da klopft es an die Tür. Der Dienstmann tritt ein und übergibt ihr einen Brief. Sie reißt das Kuvert auf und mit einer unwillkürlichen Bewegung, um dem fremden Menschen den Ausdruck ihrer Miene zu verbergen, wendet sie sich zum Fenster. Sie liest Meine liebe Bertha, du bist sehr freundlich, dass du mir noch die Auswahl zwischen den nächsten Tagen freistellst, aber, wie übrigens auch in meinem ersten Brief schon angedeutet war, ich kann leider über die nächsten Tage absolut nicht verfügen. Dass ich es mindestens so bedauere wie du, kannst du mir Als sie diesen Brief gelesen, war sie ganz ruhig, bezahlte dem Dienstmann, was er forderte und fand, dass es für ihre Verhältnisse gar nicht wenig sei. Dann setzte sie sich an den Tisch und versuchte nachzudenken. Sie wusste sofort, dass sie nicht länger hier bleiben könnte und bedauerte nur, dass nicht gleich ein Zug nach Hause ging. Auf dem Tisch stand die halbgeleerte Flasche Wein, Brotkrumen waren neben auf dem Bett lag ihre Frühjahrsjacke, daneben die Blumen, die ihr noch heute morgen geschickt. Was sollte das alles bedeuten? War es zu Ende? Undeutlich, aber so, als müsste es zu dem, was sie eben erlebt, eine Beziehung haben, fällt ihr ein Satz ein, den sie einmal gelesen, von Männern, die nichts anderes wollen, als ihr Ziel erreichen. Aber das hat sie immer für eine Romanphrase gehalten. Im Übrigen, das ist doch kein Abschiedsbrief, den sie da in der Hand hält. Ist es auch wirklich keiner? Können diese freundlichen Worte nicht auch Lüge sein? Auch Lüge? Das ist es. Zum ersten Mal drängt sich das entschiedene Wort in ihre Gedanken. Lüge. Denn es ist gewiss, schon heute Nacht, als er sie nach Hause brachte, war sein Entschluss gefasst, sie nicht wiederzusehen. Und die Verabredung wegen des heutigen Tags, sein Wunsch, sie heute bei sich zu sehen, war Lüge. Sie ruft sich den gestrigen Abend ins Gedächtnis zurück und sie fragt sich, wodurch sie ihn verstimmt, enttäuscht haben konnte. Es war doch alles so schön und erschien so glücklich, gerade so glücklich als sie. Sollte das auch Lüge gewesen sein? Was konnte sie wissen? Vielleicht hatte sie ihn doch verstimmt, verletzt, ohne es zu ahnen. Sie ist ja nichts als eine brave Frau gewesen ihr Leben lang. Wer weiß, was für eine Ungeschicklichkeit oder Dummheit sie begangen, ob sie nicht in irgendeinem Moment, wo sie hingebend zärtlich, beseeligt und beseeligend zu sein glaubte, lächerlich und abstoßend gewesen ist? Was weiß sie denn von allen diesen Dingen? Und mit einem Mal fühlt sie beinahe etwas wie Reue, dass sie sich gestern in dieses Abenteuer so unvorbereitet eingelassen, dass sie bis gestern so keusch und brav gewesen ist, dass sie nicht andere Liebhaber vor ihm gehabt hat. Jetzt besinnt sie sich auch, wie er ihre schüchternen Fragen und Bitten abgewehrt, die sein Violinspiel betrafen, als wollte er sie diesen Kreis nicht betreten lassen. So war ihr ihr gerade in dem, was ihm tiefster Lebensinhalt war, fremd, mit Absicht fremd geblieben. Sie wusste mit einem Mal, dass sie nichts mit ihm gemeinsam gehabt, als das Vergnügen einer Nacht und dass der heutige Morgen sie beide so fern voneinander gefunden, als all die Jahre, die hinter ihnen lagen. Und nun glüht die Eifersucht wieder in ihr auf. Aber er ist, als wäre sie immer, als wäre überhaupt alles immer in ihr gewesen. Liebe und Misstrauen und Hoffnung und Reue und Sehnsucht und Eifersucht und zum ersten Mal in ihrem Leben ist sie so bis ins Innerste aufgewühlt, dass sie die Menschen begreift, die sich aus Verzweiflung zum Fenster hinunter stürzen. Und sie sieht ein, dass sie es nicht ertragen, dass nur die Gewissheit ihr helfen kann. Sie muss hin zu ihm, ihn fragen, aber so fragen, wie man einem ein Messer an die Brust setzt. Sie eilt davon, auf die Straßen, die beinahe leer sind, als wäre ganz Wien aufs Land gewandert. Wird sie ihn nur nicht vielleicht ahnen, dass sie auf den Einfall kommen kann, ihn aufzusuchen, ihn zur Rede zu stellen? Und wird er nicht dieser Möglichkeit aus dem Weg gegangen sein? Sie schämt sich, dass sie auch daran denken muss. Und wenn er zu Hause ist, wird er allein sein? Und wenn er nicht allein ist, wird man sie vorlassen? Und wenn sie ihn selbst in den Armen einer anderen fände, was dürfte sie sagen? Hat er ihr etwas versprochen? Hat er ihr Treue geschworen? Hat sie sie auch nur von ihm verlangt? Durfte sie sich einbilden, dass er hier in Wien gewartet hat, bis sie ihm zu seinem spanischen Orden gratuliert? Ja, durfte er ihr nicht sagen, du hast dich mir an den Hals geworfen und hast nichts Besseres gewünscht, als dass ich dich nehme, wie du bist? Und wenn sie sich selbst fragte, hatte er nicht Recht? Ist sie nicht hierher gekommen, um seine Geliebte zu werden? Nur darum? Ohne jede Rücksicht auf früher, ohne jede Sicherheit für später? Ja, nur darum? Alle anderen Wünsche und Hoffnungen hatten ihre Begierde nur flüchtig umschwebt und sie war nichts Besseres wert als das, was ihr geschehen und wenn sie ehrlich gegen sich selbst ist, muss sie auch sagen, von allem, was sie erlebt hat, ist das noch immer das Beste gewesen. Sie ist an einer Ecke stehen geblieben, es ist ganz still um sie, die Sommerluft über ihr wird dunstig und schwül, sie nimmt den Weg zurück ins Hotel, sie ist sehr müde und ein neuer Gedanke zuckt in ihr auf, ob er ihr nicht nur deshalb abgeschrieben hat, weil auch er müde ist, sie kommt sich sehr erfahren vor, wie ihr das einfällt und noch eins geht ihr durch den Sinn, er kann auch eine andere nicht auf andere Art lieben als sie und plötzlich fragt sie sich, ob denn die heutige Nacht ihr einziges Erlebnis bleiben, ob sie selbst keinem anderen mehr angehören wird als ihm und sie freut sich dieses zweifels als nehme sie damit an seinem mitleidigen Blick und seinen spöttischen Lippen eine Art von Rache nun ist sie wieder oben im dritten Stock des Hotels in dem ungemütlichen Zimmer noch immer sind die Reste des Mittagessens nicht abgeräumt noch immer liegen Jacke und Blumen auf dem Bett sie nimmt die Blumen in die Hand führt sie an die Lippen als wollte sie sie küssen plötzlich aber als breiche ihr ganzer Zorn wieder hervor schleuderte sie heftig auf die Erde dann wirft sie sich aufs Bett die Hände überm Gesicht als sie eine Weile so gelegen war wurde sie sehr ruhig immer ruhiger es war vielleicht ganz gut dass sie noch heute nach Hause fahren konnte sie dachte an ihren und mit dem ganzen Gesicht zu lachen pflegte wenn die Mutter sich über das Gitter beugte sie sehnte sich nach ihm sie sehnte sich auch ein wenig nach Elli und nach Frau Rupius ja richtig die wollte ja von ihrem Manne fortgehen was da dahinter stecken mochte eine Liebesgeschichte aber sonderbar jetzt konnte sie sich das noch weniger vorstellen als früher es wird spät es ist wird sie also schon Sonntagabend wieder zu Hause sein sie sitzt im Coupé auf ihrem Schoß liegen die Blumen die sie wieder vom Boden aufgehoben ja nun fährt sie nach Hause verlässt die Stadt wo sie etwas erlebt hat so nennt man es doch wohl Worte schwirren ihr durch den Sinn die sie in solchem Zusammenhang gelesen oder gehört hat Worte wie Seligkeit Liebesrausch Taumel und ein leiser Stolz regt sich dass sie das erfahren hat was diese Worte bedeuten und noch ein anderer Gedanke kommt ihr der sie seltsam beruhigt wenn er auch vielleicht jetzt ein Verhältnis mit einer anderen Frau hat der hat sie ihn genommen nicht für lang freilich aber doch so vollkommen wie man einer Frau einen Mann nur nehmen kann sie wurde immer ruhiger beinahe hater das war ja klar dass sie Bertha die unerfahrene Frau sich nicht mit einem Ansturm völlig in den Besitz des Geliebten setzen konnte aber ob es ein anderes Mal nicht gelänge sie freute sich sehr dass sie nicht ihrem Entschluss gefolgt war gleich zu ihm zu laufen ja sie fasste sogar die Absicht ihm einen so kühlen Brief zu schreiben dass er in einen gelinden Ärger geraten müsste sie wollte kokett verschlagen sein aber sie musste ihn wieder haben das wusste sie bald und womöglich für immer und so gingen ihre Träume weiter während der Zug sie nach Hause führte immer kühner je tiefer das sausende Räder sie in den Schlummer sang die kleine Stadt lag schon im Schlaf als sie ankam zu Hause gab Bertha dem Dienstmädchen den Auftrag ihren Kleinen in aller Früh von ihrer Schwägerin abzuholen dann kleidete sie sich langsam aus ihre Augen fielen auf das Bild ihres verstorbenen Gemahls über ihrem Bett sie fragte sich ob es weiter da hängen dürfe als sie jetzt daran dachte dass es Frauen gibt welche von ihrem geliebten kommen und dann an der Seite ihres Gatten schlafen können schauderte sie nie hätte sie so etwas zu Lebzeiten ihres Gatten getan und hätte sie es doch getan sie wäre nie wieder nach Hause zurückgekehrt Kapitel 14 Am nächsten Morgen weckte sie ihr Pupp er war auf ihr Bett gesprungen und hatte ihr leise auf die Augenlider gehaucht Bertha setzte sich auf umarmte und küßte den Kleinen der nun gleich zu erzählen begann wie gut es ihm bei Onkel und Tante ergangen wie Elli mit ihm gespielt und wie Richard einmal mit ihm gerauft hatte ohne ihn besiegen zu können und gestern hatte ihm nur immer zu sie dachte wenn Emil jetzt das süßige Plauder hören könnte und überlegte ob sie das nächste Mal nicht den Kleinen nach Wien zu Emil mitnehmen könnte wodurch diesem Besuch gleich alles Verdächtige genommen würde sie dachte nur an das Schöne das sie in Wien erlebt und von den Absagebriefen war ihr kaum anderes im Sinn geblieben als die Worte die sich auf ein Wiedersehen bezogen sie stand beinahe in vergnügter Stimmung auf und während sie sich ankleidete fühlte sie eine ganz neue Zärtlichkeit für ihren eigenen Leib der ihr noch von den Küssen des Geliebten zu duften schien noch am frühen Vormittag ging sie zu ihren Verwandten als sie am Hause der Rupius vorbeikam besann sie sich einen Augenblick ob sie nicht gleich hinaufgehen sollte aber sie hatte eine unbestimmte Angst gleich wieder in die erregte Stimmung des Hauses hineingezogen zu werden und verschob den Besuch auf Nachmittag im Hause des Schwagers kam ihr Elli zuerst entgegen und empfing sie so stürmisch als wenn sie von einer langen Reise wiederkehrte der Schwager eben im Fortgehen drohte Bertha scherzhaft mit dem Finger und sagte na gut unterhalten dunkelrot wurde ja setzte er fort das sind schöne Geschichten die man von dir hört er merkte aber nicht ihre Verlegenheit und grüßte Bertha noch von der Tür aus mit einem Blick der deutlich sagte von mir gibt es keine Geheimnisse Papa macht immer solche Witze sagte Elli das gefällt mir gar nicht von ihm Bertha wusste dass ihr Schwager nur ins Blaue geredet wie es seine Art war und wenn sie selbst ihm die Wahrheit sagte würde er sie gar nicht glauben die Schwägerin trat ein und Bertha musste von ihrem Wiener Aufenthalt erzählen zu ihrem eigenen Erstaunen gelang es ihr sehr gut wahres und erfundenes geschickt zu verbinden mit ihrer Cousine war sie im Volksgarten und in der Bildergalerie gewesen Sonntag hatte sie eine Messe in der Stephanskirche gehört auf der Straße hatte sie einen Lehrer aus dem Konservatorium getroffen und schließlich erfand sie sogar ein komisches Ehepaar das einmal bei der Cousine zu Abend gegessen je mehr sie ins Lügen kam umso größer wurde ihre Lust auch von Emil zu erzählen und mitzuteilen dass sie den berühmten Violinvirtuosen Lindbach der im Konservatorium ihr Kollege gewesen auf der Straße getroffen und gesprochen hätte aber eine unbestimmte Furcht nicht rechtzeitig innehalten zu können hielt sie davon zurück Frau Albertine Garlan saß in schwerer Müdigkeit auf dem Sofa und nickte mit dem Kopf und Elli stand wie gewöhnlich am Klavier den Kopf auf die Hände gestützt und schaute die Tante mit großen Augen an von der Schwägerin ging Bertha zu Mahlmanns und gab den Zwillingen die Klavier Lektionen die Fingerübungen und Skalen bekam waren ihr anfangs unerträglich endlich hörte sie nicht mehr zu und ließ ihre Gedanken ins Freie schweifen die vergnügte Stimmung des Morgens war verflogen Wien erschien ihr unendlich fern eine sonderbare Unruhe überkam sie und plötzlich überfiel sie die Angst dass Emil gleich nach seinem Konzert abreisen könnte das wäre ja entsetzlich mit einem Mal wäre er fort ohne dass sie ihn noch einmal gesehen und wer weiß wann er wieder käme ob sie es nicht jedenfalls so einrichten sollte am Tag des Konzerts in Wien zu sein sie musste sich gestehen ihn spielen zu hören sehnte sie sich gar nicht ja es kam ihr vor als wäre es ihr ganz lieb wenn er gar kein violin virtuos wenn er überhaupt kein Künstler wenn er ein einfacher Mensch wäre Buchhalter oder was auch immer wenn sie nur für sich für sich allein haben könnte indes spielten die Zwillinge ihre Skalen herunter es war doch ein schreckliches Los dasitzen und diesen talentlosen Fratzen Klavierlektionen geben müssen warum war sie noch heute früh so gut gelaunt gewesen ach die schönen Tage in Wien ganz abgesehen von Emil diese vollkommene Freiheit dieses herumflanieren in den Straßen dieses spazieren gehen im Volksgarten allerdings Geld hatte sie während dieser Zeit mehr ausgegeben als ihr erlaubt war das brachten zwei Dutzend Lektionen bei den malmannischen Zwillingen nicht herein und jetzt hieß es wieder zurück zu den Verwandten Stunde geben und eigentlich wäre es sogar notwendig sich noch nach neuen Lektionen umzuschauen denn in diesem Jahr wollte die Rechnung gar nicht stimmen was für ein Leben auf der Straße begegnete Berta der Frau Martin diese fragte Berta wie sie sich in Wien unterhalten habe mit einem Blick der deutlich ausdrückte so gut wie ich mit meinem Mann unterhältst du dich ja doch nicht Berta hatte eine unsägliche Lust dieser Person ins Gesicht zu schreien mir ist es viel besser gegangen als du ahnst ich bin in einem schönen weichen Bett gelegen mit einem entzückenden jungen Mann der tausendmal liebenswürdiger ist als dein Herr Gemahl und ich verstehe das alles gerade so gut wie du du hast nur einen Gatten ich habe aber einen geliebten 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 doch sie sagte natürlich nichts von alledem sondern erzählte dass sie mit ihrer Cousine und deren Kindern im Volksgarten spazieren gegangen sei es begegneten ihr noch andere Frauen mit denen sie oberflächlich bekannt war diesen gegenüber fühlte sie sich ganz anders als früher freier überlegener sie war die einzige in der Stadt die etwas erlebt hatte und es tat ihr beinahe leid dass niemand etwas davon wusste denn wenn man sie auch öffentlich verachtet im Inneren hätten sie alle diese Frauen unsäglich beneidet und wenn sie nun gar gewusst hätten wer obzwar in diesem Nest kannten sicher viele nicht einmal seinen Namen wenn es doch irgendjemanden auf der Welt gäbe mit dem sie sich aussprechen könnte Frau Rupius ja Frau Rupius aber die geht ja fort auf Reisen eigentlich ist ihr das auch gleichgültig sie möchte nur wissen wie das endlich mit Emil werden wird sie möchte wissen was es eigentlich war das ist die fürchterliche Unruhe in ihr hat sie denn nur ein Liebesverhältnis mit ihm warum ist sie nicht doch noch einmal zu ihm gegangen aber sie konnte ja nicht dieser Brief er wollte sie ja nicht sehen aber Blumen hatte er jedoch geschickt nun ist sie wieder bei den Verwandten Richard will ihr entgegen sie in seiner scherzhaften Manier umarmen sie stößt ihn weg frecher bub denkt sie sich ich weiß schon wie er das meint wenn er es auch selbst nicht weiß ich verstehe diese Dinge ich habe einen Geliebten in Wien die Stunde nimmt ihren Gang am Schluss spielen Ellie und Richard vierhändig die Festufertüre von Beethoven was eine Überraschung zum Geburtstag des Vaters werden soll Werther dachte nur an Emil sie war nahe dran verrückt zu werden über diesen elenden Geklimper nein es war nicht möglich so weiter zu existieren in keiner Hinsicht sie ist auch noch so jung ja das ist es besonders das sie wird so nicht weiterleben können und das geht doch nicht dass sie irgendeinen anderen wie kann sie nur an sowas denken sie ist doch eine ganz schlechte Person wer weiß ob es nicht das war was Emil mit seiner großen Erfahrung an ihr heraus gespürt hat und warum er sie nicht mehr sehen will ach die Frauen sind doch am besten dran die alles leicht nehmen die es fertig bringen gleich nachdem sie einer sitzen gelassen aber was sind das denn wieder für Ideen hat er sie denn sitzen lassen in drei vier Tagen ist sie wieder in Wien bei ihm in seinen Armen und drei Jahre hat sie so leben können drei sechs Jahre ihr ganzes Leben wenn er das nur wüsste wenn er das nur glaubte die Schwägerin tritt ein sie fordert Bertha auf heute Abend bei ihnen zu Nacht malen ja das ist die einzige Zerstreuung einmal an einem anderen Tisch als dem häuslichen eine Mahlzeit einnehmen wenn es doch einen Menschen hier gäbe mit dem man reden könnte und Frau Rupius reißt ab verlässt ihren Mann ob nicht doch eine Liebesgeschichte damit spielt die Stunde ist zu Ende Bertha empfiehlt sich auch ihrer Schwägerin gegenüber hat sie das Gefühl der Überlegenheit beinah des Mitleids ja das weiß sie nicht für ein ganzes Leben wie diese Frau es führt möchte sie jene eine Stunde hergeben dabei so denkt sie während sie wieder nach Hause spaziert ist sie gar nicht so recht zum Bewusstsein ihres Glückes gekommen das war ja alles so rasch vorbei und dann dieses Zimmer diese ganze Wohnung dieses schreckliche Bild nein nein es war eigentlich alles eher hässlich wirklich schön war doch nur wie er sie nachher im Wagen nach Hause begleitet und ihr Kopf an seiner Brust geruht hat ach er hat sie schon lieb freilich nicht so wie sie ihn aber war das auch möglich was für ein Leben lag hinter ihm sie dachte jetzt daran ohne Eifersucht eher mit einem leichten Bedauern für ihn der so viel in seinem Gedächtnis mitzutragen hatte denn dass er das Leben nicht leicht nahm sah man ihm an ein heiterer Mensch war alle die Stunden die sie mit ihm verbracht waren in ihrer Erinnerung wie von einer unbegreiflichen Wehmut umflossen wenn sie nur alles von ihm wüsste er hatte er so wenig nichts nichts hatte er von sich erzählt aber wie sollte er das auch am ersten Tag ach wenn er sie nur wirklich kennte wenn sie nur nicht so schüchtern so unfähig wäre sich auszudrücken sie musste ihm noch heute wird sie das tun der Brief den sie ihm gestern geschickt hat wie war der dumm er konnte auf den wahrhaftig nichts anderes antworten als er getan sie durfte weder herausfordern schreiben noch demütig nein sie war ja doch seine geliebte sie die hier durch die straßen ging von all den leuten die ihr begegneten wie ihres gleichen angesehen sie war die geliebte dieses herrlichen menschen den sie seit ihrer jugend angebetet und wie rückhaltlos wie ohne ziererei hatte sie sich ihm hingegeben keine von allen frauen die sie kannte hätte das getan ach und sie täte noch mehr oh ja sie würde auch bei ihm leben ohne seine Frau zu sein und es wäre ihr sehr gleichgültig was die Leute sagten sie wäre sogar stolz darauf und später würde er sie ja doch heiraten ganz gewiss sie war auch eine so vortreffliche Hausfrau und wie wohl musste ihm das tun nach so viel ungeordneten Wanderjahren in einem wohlbestellten Hauswiesen zu leben ein braves Weib an seiner Seite das nie einen anderen geliebt hatte als ihn sie war wieder zu hause und richtete sich noch bevor das Mittagessen aufgetragen wurde alles zum Schreiben her sie sie aß in fieberhafter Ungeduld sie nahm sich kaum Zeit ihren Buben vorzuteilen und vorzuschneiden dann ließ sie ihn durch das Dienstmädchen auskleiden und zum Nachmittagsschlaf ins Bett legen was sie sonst immer selbst tat setzte sich zum Schreibtisch und die Worte flossen ihr mühelos aus der Feder als sei der ganze Brief in ihrem Kopf längst fertig gewesen mein Emil mein geliebter mein alles seit ich wieder zurück bin habe ich eine unbezwingbare Lust dir zu schreiben und möchte dir nur immer und immer sagen wie glücklich wie unendlich glücklich du mich gemacht hast ich war dir am Anfang böse dass du mir für den Sonntag abgeschrieben hast auch das muss ich dir gestehen weil ich das Bedürfnis habe dir alles zu sagen was in mir vorgeht leider konnte ich dies nicht solange ich mit dir zusammen war es ist mir nicht gegeben aber jetzt finde ich die Worte und du musst es schon ertragen dass ich dich mit meinem Geschreibsel langweile liebster einziger ja das bist du wenn du auch wie es scheint anderes als diese Worte um es dir zu sagen Emil ich habe nie nie jemand anderen geliebt als dich und werde nie einen anderen lieben mach mit mir was du willst nichts bindet mich an die kleine Stadt in der ich lebe ja vielmehr ist es mir öfter schrecklich hier existieren zu müssen ich will nach Wien ziehen um in deiner Nähe zu sein oh hab keine Angst ich werde dich nicht stören ich bin ja nicht allein aber mein Kind welches ich abgöttisch liebe ich werde mich einschränken und schließlich warum soll es mir nicht gelingen gerade so wie hier auch in einer großen Stadt wie Wien ja vielleicht noch eher Lektionen zu finden durch die ich meine Lage aufbessern kann doch ist dies Nebensache da es ja längst meine Absicht war schon wegen meines angebeteten Kindes wenn es größer wird nach Wien zu übersiedeln du kannst dir nicht vorstellen wie dumm hier die Menschen sind und ich kann überhaupt niemand anderen ansehen seit ich wieder das Glück hatte mit dir beisammen zu sein gib mir einen Rat mein Liebster doch du brauchst dich nicht zu bemühen mir einen ausführlichen Brief zu schreiben ich komme jedenfalls noch diese Woche nach Wien ich müsste es jedenfalls wegen einiger dringenden Besorgungen und du kannst mir dann alles sagen wie du es dir denkst und wie du es am besten hältst du musst mir nur versprechen dass du mich dann wenn ich in Wien lebe manchmal besuchen wirst wenn es dir unangenehm ist braucht es ja niemand zu wissen aber du kannst mir glauben dass jeder Tag an dem ich dich sehen darf ein Fest Tag für Wesen gibt das dich treuer und so bis in den Tod liebt wie ich lebe wohl mein Geliebter deine Bertha sie wagte nicht den Brief zu überlesen sie verließ gleich das Haus um ihn selbst zum Bahnhof zu bringen dort sah sie Frau Rupius einige Schritte vor ihr von einem Dienstmädchen begleitet das eine kleine Handtasche trug was sollte das bedeuten sie erreichte Frau Rupius da sie in den Wartesaal trat das Dienstmädchen legte die Tasche auf den großen Tisch in der Mitte küßte ihrer Herrin die Hand und ging Frau Rupius rief Bertha wie fragend aus Frau Rupius reichte ihr freundlich die Hand ich hörte dass sie schon wieder zurück sind nun wie ist es ihnen gegangen gut sehr gut aber sie sehen mich ja ganz erschrocken an nein Frau Bertha schon morgen aus der langen reise wird nichts ich habe mich zu etwas anderem entschließen müssen zu etwas anderem nun ja zum bleiben morgen bin ich wieder da nun wie ist es ihnen gegangen ich sagte schon sehr gut ja richtig sie sagten es schon aber sie wollen ja diesen Brief aufgeben nicht wahr jetzt erst bemerkte Bertha dass sie den Brief an Emil noch in der Hand hielt sie betrachtete ihn mit so entzückten Augen dass Frau Rupius lächelte soll ich ihn vielleicht mitnehmen er soll doch wohl nach Wien ja sagte Bertha und als wäre sie glücklich es endlich aussprechen zu können setzte sie entschlossen hinzu an ihn Frau Rupius nickte wie zufrieden mit dem Kopf sah Bertha aber gar nicht an und antwortete nicht wie froh ich bin sagte Bertha dass ich ihnen noch begegnet bin sie sind ja die einzige hier zu der ich vertrauen habe sie sind ja die einzige die so etwas verstehen kann ach nein sagte Frau Rupius wie im Traume vor sich hin ich beneide sie so dass sie heute schon in ein paar Stunden Wien wieder sehen wie glücklich sind sie Frau Rupius hatte sich auf einen der Leder Foteur am Tisch gesetzt das Kinn auf eine Hand gestützt blickte zu Bertha auf und sagte mir scheint doch eher dass sie es sind nein ich muss doch hier bleiben warum fragte Frau Rupius sie sind ja frei aber werfen sie den Brief doch jetzt in den Kasten sonst sehe ich die Adresse und weiß dann mehr als sie sagen dass der Brief noch mit diesem Zug sie eilte rasch in die Vorhalle warf den Brief ein war gleich wieder bei Anna die in derselben ruhigen Haltung dasaß und fuhr zu reden fort ihnen könnte ich nämlich alles sagen ja vielmehr ich wollte schon bevor ich hinein fuhr aber denken sie wie sonderbar da hab ich mich nicht getraut damals war wohl auch noch nichts zu erzählen sagte Frau Rupius ohne Bertha anzusehen Bertha staunte wie klug war diese Frau wie durchschaute sie die Menschen nein damals war noch nichts zu erzählen wiederholte sie indem sie Frau Rupius mit einer Art von Verehrung ansah denken sie nur es ist wohl unglaublich was ich ihnen jetzt sagen werde aber ich käme mir wie eine Lügnerin vor wenn ich es verschwiege nun Bertha hatte sich auf einen Sessel neben Frau Rupius gesetzt und sprach leiser da die Tür zur Vorhalle offen stand ich wollte ihnen nämlich sagen Anna dass mir gar nicht so ist als wenn ich etwas böses getan hätte nicht einmal etwas unerlaubtes das wäre auch nicht sehr klug ja sie haben schon recht ich meinte auch noch mehr es ist mir als wenn ich etwas ganz Gutes als wenn ich etwas besonderes getan hätte ja Frau Rupius es ist nun einmal so ich bin stolz seitdem nun dazu liegt wohl auch kein Grund vor sagte Frau Rupius indem sie wüssten wenn sie ihn kennten es ist eine so seltsame Geschichte sie dürfen nämlich nicht glauben dass das eine Bekanntschaft ist die ich kürzlich gemacht habe ganz im Gegenteil sie müssen wissen ich bin in ihn verliebt seit ich ein ganz junges Mädel war zwölf Jahre ist das schon her und lange Zeit hatten wir uns gar nicht gesehen und jetzt ist es nicht wunderbar jetzt ist er mein 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 Geliebter endlich hatte sie es gesagt ihr ganzes Gesicht strahlte Frau Rupius sah sie mit einem Blick an in dem etwas Spott und sehr viel Freundlichkeit lag sie sagte ich freue mich dass sie glücklich sind sie sind ja so gut aber sehen sie es ist doch andererseits wieder schrecklich dass wir so fern voreinander sind er lebt in Wien ich hier ich glaube ich werde das gar nicht aushalten ich habe auch nicht mehr das Gefühl wie wenn ich hier her gehörte insbesondere zu meinen Verwandten wenn die es wüssten nein wenn die es wüssten sie würden es übrigens gar nicht glauben eine Frau wie meine Schwägerin zum Beispiel nun ich bin überzeugt die denkt gar nicht daran dass so etwas überhaupt möglich ist aber sie sind wirklich sehr naiv sagte Frau Rupius plötzlich beinahe aufgebracht sie lauschte mir war als hörte ich den Zug schon pfeifen sie stand auf ging zu der großen Glastür die auf den Perron führte und sah hinaus der Portier kam und er suchte um die Fahrkarten die er markieren wollte zugleich sagte er der Zug nach Wien hat 20 Minuten Verspätung Bertha war aufgestanden und zu Frau Rupius getreten warum haben sie gemeint dass ich naiv bin fragte sie schüchtern aber sie kennen ja die Menschen gar nicht erwiderte Frau Rupius wie ärgerlich sie haben ja gar keine Ahnung unter was für Leuten sie existieren ich versichere sie sie brauchen gar nicht stolz zu sein ich weiß ja dass es sehr dumm von mir ist ihre Schwägerin das ist köstlich ihre Schwägerin was meinen sie denn ich meine dass ihre Schwägerin auch einen geliebten gehabt hat aber wie kommen sie auf diese Idee nun sie ist nicht die einzige in dieser Stadt ja es gibt gewisse Frauen die aber Albertine und wissen sie wer es war das ist sehr amüsant Herr Klingemann nein das ist nicht möglich allerdings ist es schon sehr lang her etwa zehn jahre oder elf aber zu der Zeit waren sie ja selbst noch nicht hier Frau Rupius oh ich habe es aus der besten Quelle Herr Klingemann selbst hat es mir erzählt Herr Klingemann selbst ist es denn möglich dass ein Mensch so gemein das ist sogar ganz gewiss sie setzte sich nieder auf einen Sessel neben der Tür Bertha blieb neben ihr stehen und hörte ihr staunend zu ja Herr Klingemann er hat mir nämlich die Ehre erwiesen gleich als ich in die Stadt kam mir sehr lebhaft den Hof zu machen auf Tod und Leben wie man so sagt sie wissen ja selbst was für ein widerwärtiger Kerl er ist ich habe ihn ausgelacht das hat ihn wahrscheinlich sehr gereizt und offenbar hat er geglaubt mich durch die Erzählung seiner Eroberungen von seiner Unwiderstehlichkeit zu überzeugen aber vielleicht hat er ihnen Dinge erzählt die nicht wahr sind manches wohl aber diese Geschichte ist zufällig wahr ah was sind die Männer für ein Gesindel sie sprach es mit dem Ausdruck tiefsten Hasses Bertha war ganz erschrocken nie hatte sie es für möglich gehalten dass Frau Rupius solche Worte sprechen könnte ja warum sollen sie nicht wissen unter was für Menschen sie existieren nein das hätte ich nie für möglich gehalten wenn das mein Schwager wüsste wenn er es wüsste er weiß es so gut wie sie wie ich wie nein nein er hat sie ja erwischt verstehen sie mich Herr Klingemann und Albertine so dass beim besten Willen kein Zweifel möglich war ja um Gottes Willen was hat er denn da getan nun sie sehen ja er hat sie nicht hinaus geworfen nun ja die Kinder freilich ach was die Kinder aus Bequemlichkeit hat er ihr verziehen und hauptsächlich weil er dann selber tun konnte was er wollte sie sehen ja wie er sie behandelt sie ist doch nichts viel besseres als sein Dienstmädchen sie sehen ja wie gedrückt und elend sie immer herum schleicht er hat es dahin gebracht dass sie sich von dem moment an wie eine begnadigte vorkommen musste und ich glaube sie hat sogar eine ewige Angst dass er die Bestrafung einmal nachholen könnte aber das ist eine dumme Angst er würde sich um keinen Preis um eine andere Wirtschafterin umsehen meine Liebe Frau Bertha wir sind ja gewiss keine Engel wie sie nun aus eigener Erfahrung wissen aber die Männer sind infam so lang es war als zögerte sie den Satz zu enden solange sie Männer sind Bertha war wie vernichtet weniger wegen der Dinge die Frau Rupius erzählte als wegen der Art in der sie es getan sie schien eine ganz andere geworden zu sein und Bertha war es ganz weh die Perrontür wurde geöffnet man hörte das leise ununterbrochene klingeln des Telegrafen Frau Rupius stand langsam auf ihr Gesicht nahm einen milden Ausdruck an sie reichte Bertha die Hand und sagte verzeihen sie mir ich war nur ein bisschen ärgerlich es kann ja auch sehr schön sein es gibt sicher auch anständige Menschen oh gewiss es kann sehr schön sein sie blickte auf Seite dann sagte sie wieder ganz mit der sanften wohltönenden Stimme die Bertha so sehr an ihr liebte morgen Abend bin ich wieder zu hause ja richtig mein necessaire sie eilte zum Tisch und nahm ihre Tasche das wäre nämlich furchtbar gewesen ohne meine zehn Flaschen kann ich nicht reisen also lieben sie wohl und vergessen sie doch nicht dass das alles seit zehn Jahren vorbei ist und nickte Bertha noch vom Fenster aus freundlich zu Bertha versuchte ebenso heiter zu erwidern aber sie fühlte dass das Händewinken mit dem sie der scheidenden nachgrüßte steif und gekünstelt war Kapitel 15 Langsam ging sie wieder nach Hause vergeblich suchte sie sich zu überreden dass sie all das gar nichts anging weder das längst vergangene Verhältnis ihrer Schwägerin noch die Niedrigkeit ihres Schwagers noch die Gemeinheit Klingemanns noch die sonderbaren Launen dieser unbegreiflichen Frau Rupius sie konnte sich's nicht erklären aber es war ihr als hätte alles das was sie gehört auch irgendeine geheimnisvolle Beziehung zu ihrem Abenteuer plötzlich waren die nagenden Zweifel wieder da warum hatte er sie nicht einmal sehen wollen nicht am Tag darauf nicht zwei nicht drei Tage später warum er hatte sein Ziel erreicht das war ihm genug wie hatte sie ihm nur diesen tollen schamlosen Brief schreiben können und eine Angst tauchte in ihr auf wenn er ihn am Ende einer anderen Frau zeigte mit ihr zusammen sich darüber lustig machte nein was fiel ihr denn nur ein an sowas nur zu denken es war ja möglich dass er den Brief nicht beantwortete in den Papierkorb warf aber sonst nichts nein im übrigen nur Geduld in zwei drei Tagen ist alles entschieden sie wusste nicht recht was aber sie fühlte dass diese unerträgliche Verwirrung in ihr nicht lange mehr dauern konnte irgendwie musste sie sich lösen am späten Nachmittag machte sie wieder einmal mit ihrem Buben einen Gang in den Weingeländen aber sie betrat den Friedhof nicht dann wandelte sie langsam hinunter und spazierte unter den Kastanien sie plauderte mit Fritz fragte ihn über allerlei aus ließ sich Geschichten von ihm erzählen unterrichtete ihn über manches wie sie es so oft zu tun pflegte versuchte ihm zu erklären wie weit die Sonne von der Erde entfernt sei wie aus den Wolken der Regen komme und wie die Trauben wachsen aus denen der Wein gemacht wird sie ärgerte sich nicht wie sonst manchmal wenn der Bub nicht recht aufmerkte weil sie ganz gut fühlte dass sie nur sprach um sich selbst zu zerstreuen dann wandelte sie zu den Hügeln hinab und unter den Kastanien wieder der Stadt zu bald sah sie Klingemann kommen aber er machte nicht den geringsten Eindruck auf sie er sprach sie mit erzwungener Höflichkeit an hielt immer den Strohhut in der Hand und affektierte einen großen beinahe düsteren Ernst er schien sehr gealtert sondern geradezu vernachlässigt sei sie musste sich ihn plötzlich in einer zärtlichen Umarmung mit ihrer Schwägerin vorstellen und war sehr angewidert später setzte sie sich auf eine Bank und sah zu wie Fritz mit anderen Kindern spielte immer mit gespannter Aufmerksamkeit um nicht an anderes denken zu müssen am Abend war sie bei den Verwandten sie hatte die Empfindung als hätte sie alles längst geahnt denn wie wäre ihr sonst die Art der Beziehungen zwischen Schwager und Schwägerin nicht früher aufgefallen der Schwager machte wieder seine Scherze über Berthas Reise nach Wien er fragte wann sie wieder hineinfahren und ob man nicht bald von ihrer Verlobung hören würde Bertha ging auf die Scherze ein und erzählte dass sich mindestens ein Dutzend um ihre Hand bewirben darunter ein Minister aber sie fühlte dass nur ihre Lippen sprachen und lächelten während ihre Seele ernst und schweigend blieb Richard saß neben ihr und berührte zufällig mit seinem Knie das ihre und als er ihr ein Glas Wein einschenkte und sie ab während seiner Hand ergriff fühlte sie eine wohlige Wärme an ihrem Arme bis in die Schulter gleiten sie war darüber zufrieden es schien ihr als beginge sie jetzt eine Untreue und das war ganz recht sie wollte Emil wüsste dass ihre Sinne wach wären dass sie gerade so war wie andere Weiber und dass sie sich von dem jungen Neffen gerade so umarmen lassen konnte wie von ihm ah ja wüsste er es nur das hätte sie ihm schreiben sollen nicht jenen demütig lüsternden Brief aber auch unter dem Wellengang dieser Gedanken blieb der Grund ihrer Seele ernst und ein Gefühl von Verlassenheit kam über sie weil sie wusste dass niemand ahnen konnte was in ihr vor ging als sie dann allein durch die leeren Straßen nach Hause ging begegnete sie einem Offizier den sie vom Sehen kannte mit einer hübschen Frau und Person die sie noch nie gesehen sie dachte offenbar eine aus Wien denn es war ja bekannt dass die Offiziere manchmal derartige Besucher erhielten sie hatte ein Gefühl des Neides gegen diese Frau sie wünschte dass auch sie jetzt von einem hübschen jungen Offizier nach Hause begleitet werden könnte warum auch nicht alle sind schließlich so und sie ist jetzt auch keine anständige Frau mehr Emil glaubte es ja auch nicht und es ist alles so egal sie kommt nach aber es ist zu schwül sie steht noch einmal auf geht zum Fenster öffnet es draußen ist es ganz dunkel vielleicht sieht sie jetzt jemand am Fenster stehen sieht ihre Haut durch dunkle leuchten ja wenn sie nur einer so sehe es wäre ihr ganz recht dann legte sie sich wieder ins Bett ach ja sie ist nicht besser als die anderen und es ist auch gar nicht notwendig dass sie sie ist die Gedanken verschwimmen ihr ja er ist dran schuld er hat sie dazu gemacht er hat sie einmal genommen wie eine von der Straße und dann fort mit dir sind die Männer infam und doch es war schön sie schläft am nächsten Morgen fiel ein langsamer warmer Regen so konnte Bertha ihre ungeheure Ungeduld leichter ertragen als wenn die Sonne herunter brannte es war ihr als hätte sich während des Schlafes manches in ihr geglättet in der grauen Milde dieses Morgens erschien alles so einfach und durchaus nicht merkwürdig morgen wird der Brief da sein den sie erwartet und heute ist ein Tag wie hundert andere sie gab ihre Lektionen mit ihrem Neffen war sie heute sehr streng und klopfte ihm auf die Finger als er gar zu schlecht spielte er war ein fauler Schüler nichts weiter Nachmittag kam sie auf eine Idee die ihr selbst höchst lobenswürdig vorkam schon lange hatte sie sich vorgenommen ihren Buben lesen zu lehren heute sollte der Anfang gemacht werden und sie plagte sich richtig eine gute Stunde damit ihm einige Buchstaben beizubringen es regnete noch immer schade dass man nicht spazieren gehen konnte der Nachmittag wird lang sehr lang werden sie sollte doch endlich zu Rupius gehen es ist hässlich dass sie noch nicht bei ihm war seit sie zurück ist es ist wohl möglich dass er sich ein wenig vor ihr schämt weil er neulich so große Worte gebraucht hat und nun bleibt Anna doch bei ihm sie verließ das Haus trotz des Regens ging sie vorerst hinaus ins Freie so ruhig wie heute war sie lang nicht gewesen sie freute sich dieses Tages ohne Aufregung ohne Angst ohne Erwartung könnte es doch immer so sein es war wunderbar mit welcher Gleichgültigkeit sie an Emil dachte am liebsten hätte sie gar nichts mehr von ihm hören und diese Ruhe für alle Zeit bewahren es war schön und gut in der kleinen Stadt leben die paar Lektionen geben die doch keine große Anstrengung verursachten den Buben aufziehen in lesen schreiben rechnen lehren war denn das was sie in den letzten Tagen erlebt so viel Kummer so viel Demütigung wert nein sie war zu solchen Dingen nicht geschaffen es war ihr als Klänge ihr der Lärm der großen Stadt der sie das letzte mal nicht gestört jetzt erst in den Ohren und sie freute sich der schönen Stille die sie hier umgab so erschien ihr die tiefe Ermattung da rein ihre Seele nach der ungewohnten Erregung versunken war wie eine endgültige Beruhigung und doch schon nach kurzer Zeit als sie sich der Stadt wieder zuwandte schwand diese innere Ruhe allmählich und unbestimmte Ahnungen von neuen Aufregungen und Leiden erwachten der Anblick eines jungen Paares das an ihr vorüber ging eng aneinander gepresst unter aufgespanntem Regenschirm jagte die Sehnsucht nach Emil in ihr auf sie wehrte sich nicht dagegen denn sie wusste schon in ihr war alles so ungewühlt dass jeder Hauch anderes und meist das Unvermutete an die Oberfläche ihrer Seele brachte es dämmerte er als Bertha zu Herrn Rupius ins Zimmer trat er saß am Tisch eine Mappe mit Bildern vor sich die Hängelampe war angezündet er sah auf und erwiderte ihren Gruß dann sagte er sie sind ja schon seit vorgestern Abend wieder zurück es klang wie ein Vorwurf und Bertha fühlte sich schuldig nun setzen sie sich fuhr er fort und erzählen sie mir was sie in der Stadt erlebt haben erlebt habe ich nichts im Museum bin ich gewesen habe auch manche von ihren Bildern wieder erkannt Rupius antwortete nichts ihre Frau kommt noch heute Abend zurück ich glaube nicht er schwieg dann sagte er mit absichtlicher Trockenheit ich muss Sie um Entschuldigung bitten dass ich Ihnen neulich Dinge gesagt die sie unmöglich interessieren können im übrigen glaube ich nicht dass meine Frau heute wiederkommen wird aber sie sagte mir ja selbst ja auch mir sie wollte mir einfach den Abschied ersparen vielmehr die Komödie des Abschieds damit meine ich gar nicht etwas Verlogenes sondern nur die Dinge die das Abschied nehmen zu begleiten pflegen gerührte Worte Tränen nun genug davon werden sie mir zu beiden Gesellschaft leisten ich werde nämlich ziemlich allein sein wenn meine Frau nicht mehr bei mir ist der Ton in dem er das alles sagte stimmte in seiner Schärfe so wenig zu dem Inhalt der Rede dass Bertha vergeblich nach einer Erwiderung suchte aber Rupius sprach gleich weiter nun und außer dem Museum was haben sie noch gesehen Bertha begann mit großer Geschäftigkeit allerlei von ihrer Wiener Reise zu erzählen auch von einem Jugendfreund berichtete sie den sie nach langer Zeit wieder getroffen und zwar wie sonderbar gerade vor dem falkenborgischen Bild während sie so von Emil sprach ohne seinen Namen zu nennen buch sie ihre Sehnsucht ins Ungemessene und sie dachte daran ihm heute noch einmal zu schreiben da sah sie wie Rupius die Augen starr auf die Türe geheftet hielt seine Frau war eingetreten kam lächelnd auf ihn zu sagte da bin ich wieder küsste ihn auf die Stirn und reichte Bertha ihre Hand zum Gruß Guten Abend Frau Rupius sagte Bertha höchst erfreut Herr Rupius sprach kein Wort doch sein Antlitz schien heftiger Bewegung Frau Rupius die noch den Hut nicht abgelegt hatte wandte sich einen Augenblick ab da bemerkte Bertha wie Rupius sein Gesicht auf beide Hände stützte und in sich hinein zu schluchzen begann Bertha ging sie war froh dass Frau Rupius wiedergekommen war es schien ihr wie eine gute Vorbedeutung morgen früh schon konnte der Brief da sein der vielleicht ihr Schicksal entschied mit ihrer Ruhe war es wieder ganz vorbei doch war ihr Wesen von einer anderen Sehnsucht erfüllt als früher sie wollte ihn nur da haben in ihrer Nähe sie hätte sie ihn nur sehen an seiner Seite gehen wollen am Abend nachdem sie ihren Buben zu Bett gebracht blieb sie noch lang allein im Speisezimmer sie spielte auch ein paar Akkorde auf dem Klavier dann trat sie ans Fenster und sah ins Dunkle hinaus der Regen hatte aufgehört die Erde trank die Feuchtigkeit ein noch hingen die Wolken schwer über dem Land Bertas ganzes Wesen wurde Sehnsucht alles in ihr rief nach ihm ihre Augen suchten ihn aus der Dunkelheit hervor zu schauen ihre Lippen hauchten einen Kuss in die Luft als könnte er die Seinen erreichen und unbewusst von allem anderen was sie umgab flüsterte sie indem sie zum Himmel aufschaute gib ihn mir wieder nie war sie so sein gewesen als in diesem Augenblick ihr war als liebte sie ihn jetzt zum ersten Male nichts von allem war beigemischt was sonst ihre Gefühle trübte keine Angst keine Sorge kein Zweifel alles in ihr war die reinste Zärtlichkeit und als jetzt ein leichter Wind herangeweht kam und ihre Stirnhaare bewegte war ihr als käme der Hauch von ihm am nächsten Morgen kam kein Brief Bertha war ein wenig enttäuscht aber nicht beunruhigt bald erschien Elli die plötzlich eine große Lust bekommen hatte mit dem Buben zu spielen das Dienstmädchen brachte vom Markt die Nachricht dass man von Rupius aus sehr eilig zum Arzt geschickt hätte doch wusste sie nicht ob Herr oder Frau Rupius erkrankt sei Bertha beschloss noch vor Tisch selbst anzufragen sie gab ihre Lektion bei Mahlmanns zerstreut 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 und nervös dann ging sie zu Rupius das Dienstmädchen sagte ihr die gnädige Frau wäre erkrankt und läge zu Bett es sei nichts gefährliches aber Dr. Friedrich habe Besuch streng verboten Bertha erschrak sie hätte gern Herrn Rupius gesprochen aber sie wollte nicht zudringlich sein Nachmittags versuchte sie den Unterricht ihres Buben fortzusetzen aber es wollte ihr nicht gelingen wieder war ihr als würde durch die Erkrankung Annas ihre eigenen Hoffnungen beeinflusst wenn Anna gesund wäre müsste auch der Brief schon da sein sie wusste dass das ganz unsinnig war aber sie konnte sich nicht dagegen wehren Kapitel 16 nach 5 Uhr begab sie sich wieder zu Rupius das Mädchen ließ sie ein Herr Rupius wollte sie selbst sprechen er sah sie in seinem Sessel am Tische nun fragte Bertha eben ist der Doktor drin wenn sie ein paar Minuten warten wollen Bertha getraute sich nicht zu fragen beide schwiegen nach ein paar Sekunden trat Doktor Friedrich heraus Nun es lässt sich noch nichts mit Bestimmtheit sagen sagte er langsam und setzte mit einem plötzlichen Entschluss hinzu entschuldigen Sie gnädige Frau es ist durchaus notwendig dass ich mit Herrn Rupius allein rede Rupius zuckte zusammen Bertha sagte mechanisch so will ich nicht stören und entfernte sich aber in ihrer Erregung war es ihr unmöglich nach Hause zu gehen und sie nahm den Weg zwischen den Rebengeländen dem Friedhofe zu sie fühlte dass irgendetwas geheimnisvolles in jedem Hause vorging es kam ihr der Gedanke ob Anna nicht einen Selbstmordversuch gemacht haben könnte wenn sie nur nicht stirbt dachte sie und zugleich war der Gedanke da wenn nur ein lieber Brief von Emil kommt sie schien sich von lauter Gefahren umgeben sie betrat den Friedhof es war heute ein schöner warmer Sommertag und die Blüten und Blumen dufteten neu nach dem gestrigen Regen Bertha ging den gewohnten Weg zum Grab ihres Mannes aber sie fühlte dass sie hier gar nichts zu suchen hatte es es war ihr beinahe peinlich die Worte auf dem Grabstein zu lesen die ihr nicht das geringste mehr bedeuteten Viktor Matthias Garland gestorben am 6. Juni 1895 hier schien ihr irgendein Spaziergang mit Emil vor zehn Jahren näher zu liegen als die Jahre die sie an der Seite ihres Mannes verbracht das war überhaupt gar nichts mehr sie hätte gar nicht daran geglaubt wenn Fritz nicht auf der Welt gewesen wäre plötzlich fuhr ihr durch den Sinn Fritz ist gar nicht sein Sohn am Ende ist er Emils Sohn sind solche Dinge nicht möglich und es war ihr in diesem Augenblick als könnte sie die Lehre vom Heiligen Geist verstehen dann erschrak sie selbst über das Unsinnige ihrer Gedanken sie blickte auf den breiten Weg der von dem Tor des Kirchhofs geradlinig bis zur gegenüberliegenden Mauer zog und mit einem Mal wusste sie ganz bestimmt dass man in wenigen Tagen den Sarg mit der Leiche der Frau Rupius diesen Weg tragen würde sie sie diesen Gedanken verscheuchen aber er war in völliger Bildhaftigkeit da der Leichenwagen stand vor dem Tor dort dieses Grab das zwei Männer eben aufschaufelten war für Frau Rupius bestimmt und Herr Rupius wartete am offenen Grab er saß in seinem Rollstuhl dem Plate auf den Knien und starrte dem Sarg entgegen den die schwarzen Männer langsam herantrugen das war mehr als eine Ahnung das war ein Wissen aber woher kam ihr das jetzt hörte sie Leute hinter sich reden zwei Frauen kamen an ihr vorüber die eine war Witwe eines Oberstleutnants der vor kurzem gestorben war die andere die Tochter beide grüßten sie und schritten langsam weiter Bertha dachte dass diese beiden Frauen sie für eine treue Witwe halten würden die noch sie kam sich wie eine Lügnerin vor und entfernte sich eilig vielleicht war irgendeine Nachricht da am Ende ein Telegramm von Emil das wäre ja nichts merkwürdiges sie standen einander doch nah genug ob Frau Rupius noch daran denkt was Bertha ihr auf dem Bahnhof gesagt hat ob sie vielleicht im Fieber davon redet übrigens ist das ja so gleich gültig wichtig ist nur dass Emil schreibt und dass Frau Rupius gesund wird sie muss noch einmal hin sie muss Herrn Rupius sprechen er wird ihr schon sagen was der Arzt von ihm wollte und sie eilt zwischen den Rebengeländen den Hügel hinab nach Hause nichts ist gekommen kein Brief kein Telegramm Fritz ist mit dem Mädchen ausgegangen ach wie allein ist sie sie eilt wieder zu Rupius das Mädchen öffnet ihr es geht sehr schlecht Herr Rupius ist nicht zu sprechen was fehlt ihr denn wissen sie nicht was der Doktor gesagt hat eine Entzündung hat der Doktor gesagt was für eine Entzündung oder er hat gar gesagt eine Blutvergiftung es wird gleich eine Wärterin vom Spital kommen Bertha ging auf dem Platz vor dem Kaffee Haus saßen einige Leute an einem Tisch ganz vorn Offiziere wie gewöhnlich um diese Zeit sie wissen nicht was da oben vorgeht dachte Bertha sonst könnten sie nicht da sitzen und lachen Blutvergiftung ja was hatte das zu bedeuten gewiss es war ein Selbstmordversuch aber warum weil sie nicht vortreisen durfte oder wollte aber sie wird nicht sterben nein sie darf nicht sterben um die Zeit hinzubringen besucht Bertha ihre Verwandten nur die Schwägerin ist zu Hause sie weiß schon von der Erkrankung der Frau Rupius aber das berührt sie nicht sehr und sie spricht bald von anderen Dingen Bertha erträgt es nicht und entfernt sich am Abend versucht sie ihrem Buben Geschichten zu erzählen dann liest sie die Zeitung wo sie unter anderem auch wieder eine Ankündigung des Konzerts unter Mitwirkung Emils findet es kommt ihr ganz sonderbar vor dass das Konzert noch immer bevor steht und nicht schon längst vorüber ist sie kann nicht schlafen gehen ohne noch einmal bei Rupius angefragt zu haben sie trifft die Wärterin im Vorzimmer es ist die jenige die Dr. Friedrich immer zu seinen Privatpatienten schickt sie hat ein heiteres Antlitz und tröstliche Augen unser Doktor wird die Frau Rupius schon herausreißen sagt sie und ob zwar Bertha weiß dass diese Wärterin immer Bemerkungen solcher Art macht fühlt sie sich doch beruhigter sie geht nach Hause legt sich zu Bett und schlummert ruhig ein am nächsten Morgen wacht sie spät auf sie ist ausgeschlafen und frisch auf dem Nachtkästchen liegt ein Brief jetzt erst besinnt sie sich Frau Rupius ist schwer krank und das ist ein Brief von Emil sie greift so eilig nach ihm dass der kleine Leuchter heftig schwankt reißt das Kuvert herunter und liest meine liebe Bertha vielen Dank für deinen schönen Brief er hat mich sehr gefreut aber deine Idee für immer nach Wien zu kommen musst du dir doch noch sehr wohl überlegen die Verhältnisse hier liegen ganz anders als du dir vorstellen scheinst es ist selbst für den einheimischen gut akkreditierten Musiker mit der größten Mühe verbunden halbwegs anständig bezahlte Lektionen zu bekommen für dich wäre es wenigstens im Beginn fast ein Ding der Unmöglichkeit zu Hause hast du deine gesicherte Existenz deinen Kreis von Verwandten und Freunden dein Heim und schließlich es ist der Ort an dem du mit deinem Gatten gelebt hast wo dein Kind auf die Welt gekommen ist und dort ist dein Platz alles das aufzugeben um dich in den aufreibenden Konkurrenzkampf der Großstadt zu stürzen hieße sehr törlich handeln ich rede absichtlich nicht von der Rolle welche deine Sympathie für mich du weißt ich erwidere sie von ganzem Herzen in deinen Erwägungen zu spielen scheint aber das würde die ganze Frage auf ein anderes Gebiet hinüberspielen und das soll nicht geschehen ich nehme kein Opfer von dir an unter keiner Bedingung dass ich dich gern und zwar bald wiedersehen möchte braucht wohl keiner Versicherung denn ich wünsche nicht sehnlicher als wieder eine solche Stunde mit dir zu verlieben wie die welche du mir neulich geschenkt hast und für die ich dir sehr dankbar bin richte es dir doch ich grüße dich und küsse die süße Stelle hinter deinem Ohr die ich am meisten liebe dein Emil als Bertha diesen Brief zu Ende gelesen saß sie noch eine Weile aufrecht im Bett es ging ihr wie ein Schauer durch ihren Leib sie war nicht überrascht sie wusste dass sie keinen anderen Brief erwartet hatte sie schüttelte sich alle vier bis sechs Wochen vortrefflich ja für einen Tag und eine Nacht pfui pfui und was für eine Angst er hatte dass sie nach Wien käme und nun gar zum Schluss diese Bemerkung als hätte er es darauf abgesehen sozusagen noch aus der Ferne ihre Sinne zu reizen weil ja das seine einzige Art war mit ihr zu verkehren pfui pfui was für eine war sie gewesen es ekelte sie ekelte sie es weiter es war aus 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 er hatte keine Zeit für sie gar keine Zeit von Herbst an alle sechs Wochen eine Nacht ja sofort mein Herr ich gehe auf ihren ehrenvollen Antrag mit Vergnügen ein ich wünsche mir ja nichts besseres ich werde hier weiter versauern Lektionen geben verblöden in diesem Nest sie werden weiter Geige spielen den Weibern den Kopf verdrehen reisen reich und berühmt und glücklich sein und alle vier bis sechs Wochen darf ich auf eine Nacht in irgendeinem schäbigen Zimmer wo sie ihre Frauenzimmer von der Straße hin führen in einem Bett wo so und so viele vor mir gelegen sind rasch fertig gemacht zu Frau Rupius Anna ist krank schwer krank was geht mich alles andere an bevor sie fortging herzte sie ihren Buben und ich stelle aus dem Brief hier ein hier wo dein Kind zur Welt gekommen ist bist du zu Hause ja so war es auch aber er hat es nicht gesagt weil es wahr ist sondern nur um nicht in die Gefahr zu kommen sie öfter sehen zu müssen als alle sechs Wochen einmal fort fort warum zitterte sie denn gar nicht für Frau Rupius sie wusste schon es war ihr ja gestern Abend besser gegangen wo war nur der Brief sie hatte ihn wieder ganz mechanisch ins Mieder gesteckt die offiziere saßen vor dem kaffeehaus und frühstückten ganz bestaubt waren sie sie kamen schon von der Feldübung zurück einer sah Berta nach ein ganz junger er musste erst vor kurzem eingerückt sein bitte sehr ich bin ganz zu ihrer Vergnügung in Wien bin ich nur alle vier bis sechs Wochen beschäftigt bitte sagen sie nur wann sie es wünschen die Balkontür war offen über dem Geländer hing die rotsamtene Klavierdecke nun offenbar alles wieder in Ordnung würde sonst die Decke auf dem Balkon hängen freilich also vorwärts hinauf ohne Angst das Mädchen öffnet Werther braucht sie nicht zu fragen in ihren aufgerissenen Augen ist der Ausdruck von entsetztem Staunen wie ihn nur die Nähe eines grauenvollen Sterbens hervorbringt Werther tritt ein zuerst in den Salon die Tür zum Schlafzimmer ist flügelweit geöffnet von der Wand fortgerückt in der Mitte des Zimmers steht das Bett frei von allen Seiten am Fuß Ende sitzt die Wärterin sehr müde mit auf die Brust gesunken im Kopf zu Häupten in seinem Rollsessel Herupius Das Zimmer ist so dunkel dass Bertha erst wie sie ganz nahe tritt das Gesicht von Anna deutlich sehen kann Sie scheint zu schlafen Bertha tritt näher Sie hört den Atem Annas Er ist gleichmäßig aber unbegreiflich rasch Nie hat sie ein menschliches Wesen so atmen gehört Jetzt fühlt Bertha die Blicke der beiden anderen auf sich gerichtet Nur einen Augenblick wundert sie sich dass man sie so ohne weiteres hereingelassen Dann begreift sie dass jetzt alle Vorsichtsmaßregeln überflüssig geworden sind Diese Sache ist entschieden Noch zwei Augen richten sich plötzlich auf Bertha Frau Rupius selbst hatte ihren aufgeschlagen und betrachtet die Freundin mit Aufmerksamkeit Die Wärterin machte Bertha Platz und ging ins Nebenzimmer Bertha setzte sich und rückte näher heran Sie sah wie Anna ihr eine Hand langsam entgegen hielt und ergriff sie Liebe Frau Rupius sagte sie Nicht wahr es geht Ihnen jetzt schon viel besser Sie fühlte dass sie wieder etwas ungeschicktes sagte aber sie fand sich da rein Es war nun einmal ihr los dieser Frau gegenüber noch in der letzten Stunde Anna lächelte sie sah so blass und jung aus wie ein Mädchen ich danke Ihnen liebe Bertha sprach sie aber liebe liebe Anna wofür denn sie hatte die größte Mühe ihre Tränen zurück zu halten zugleich aber war sie sehr neugierig zu erfahren was denn eigentlich geschehen war ein langes schweigen entstand Anna schloss die Augen wieder und schien zu schlafen Herr Rupius saß reglos da Bertha sah bald auf die Kranke bald auf ihn sie dachte jedenfalls muss ich warten was Emil sagen würde wenn ich plötzlich tot wäre das täte ihm doch ein wenig leid wenn er denken müsste die ich vor ein paar tagen in meinen armen hielt jetzt verwächst sie er würde sogar weinen ja in diesem fall würde er weinen ein so elender egoist er sonst ist wohin flogen denn wieder ihre gedanken hielt sie nicht immer noch die hand der freundin in der ihren oh wenn sie sie retten könnte wer war nun übler dran diese die sterben musste oder sie die man so schmählich betrogen hatte war denn das notwendig wegen einer nacht es klang noch viel zu schön wegen einer stunde sie so zu erniedrigen sie zu ruinieren war das nicht gewissenlos frech wie hasste sie ihn wie hasste sie ihn wenn er nur in seinem nächsten konzert stecken bliebe dass ihn alle Leute auslachten und er sich schämen müsste und in allen zeitungen stände herr emil lindbach ist fertig vollkommen fertig und alle seine geliebten würden sagen ah fällt mir gar nicht ein ein gegenspieler der stecken bleibt ja dann würde er sich wohl ihrer erinnern der einzigen die ihn seit ihrer kindheit die ihn wahrhaft geliebt hat und die er nun so niederträchtig behandelte dann müsste er doch zurück und sie um Verzeihung bitten und sie würde ihm sagen siehst du Emil siehst du denn etwas gescheites fiel ihr natürlich nicht ein da denkt sie nun schon wieder an ihn immer an ihn und hier stirbt eine und sie sitzt am Bett und dieser schweigende dort ist der Gatte so still ist es nur von der Straße her über den Balkon durch die offene Tür wie hereingetragen verwirrtes Geräusch Menschenstimmen Räderrollen das Glockensignal eines Radfahrers ein Säbel der übers Pflaster scheppert dazwischen gezwitscher von Vögeln aber alles das ist zu fern gehört gar nicht dazu Anna wird unruhig sie wirft den Kopf hin und her oft rasch immer rascher Berta Vorstellung und sie erinnerte sich daran dass einmal auch an ihrem Bett dieselben Worte gesprochen wurden damals als ihre Wehen begannen Anna öffnete plötzlich die Augen sehr weit sehr groß heftete sie auf ihren Mann und sagte ganz vernehmlich indem sie sich vergeblich aufzurichten trachtete nur dich nur dich glaub mir nur dich hab ich das letzte Wort war nicht zu verstehen aber Berta erriet es ich weiß sagte Rupius dann beugte er sich herab und küßte die Sterbende auf die Stirn Anna schlang die Arme um ihn seine Lippen weilten lange auf ihren Augen die Wärterin war wieder hinaus gegangen plötzlich stieß Anna ihren Mann von sich sie kannte ihn nicht mehr ihr Bewusstsein war dahin Berta stand sehr erschrocken auf blieb aber am Bette stehen Herr Rupius sagte zu Berta gehen sie jetzt sie zögerte gehen sie sagte er noch einmal unstreng Berta sah ein dass sie gehen musste auf den zehn spitzen entfernte sie sich aus dem Zimmer als könnte das Geräusch von Schritten Anna noch stören als sie ins Vorzimmer kam sah sie eben Dr. Friedrich der den Überzieher ablegte und während dieser Zeit mit einem jungen Arzt dem Sekundarius des Spitals sprach er bemerkte Berta nicht und sie hörte ihn folgendes sagen in jedem anderen Falle hätte ich die Anzeige erstattet aber da die Sache so ausgeht über dies wäre es ein entsetzlicher Skandal und der arme Rupius litt am meisten darunter jetzt sah Berta guten Tag Frau Garland ja Herr Doktor was ist denn eigentlich Herr Doktor Friedrich sah den Sekundararzt mit einem raschen Blick an dann erwiderte er Blutvergiftung Sie wissen ja gnädige Frau manchmal schneit man sich in den Finger und stirbt daran die Verletzung ist nicht immer zu entdecken es ist ein großes Unglück ja ja er ging ins Zimmer der Assistent folgte ihm Berta war wie betäubt als sie auf die Straße trat was für eine Bedeutung hatten die Worte die sie gehört Anzeige Skandal ja hatte am Ende Rupius selbst eine Frau umgebracht nein was für ein Unsinn aber irgendetwas war an Anna verübt worden ganz gewiss und und musste irgendwie mit der Reise nach Wien zusammen hängen denn in der Nacht nachher war sie erkrankt und die Worte der Sterbenden fielen ihr ein nur dich nur dich habe ich geliebt hatte das nicht geklungen wie eine Bitte um Verzeihung nur dich geliebt aber einen anderen gewiss sie hatte einen Liebhaber in der Stadt nun ja aber was weiter ja sie hatte fortreisen wollen und es doch nicht getan wie hatte sie nur damals auf dem Bahnhof gesagt ich habe mich zu etwas anderem entschlossen ja gewiss sie hatte von dem Liebhaber in Wien Abschied genommen und sich hier vergiftet aber warum denn wenn sie nur ihren Gatten liebte und das war keine Lüge gewiss nicht Bertha konnte es nicht verstehen warum war sie denn nur fort gegangen was sollte sie denn jetzt tun sie hatte zu nichts Ruhe sie konnte weder nach Hause noch zu ihren Verwandten sie musste wieder zurück ob Anna auch hätte sterben müssen wenn heute ein anderer Brief von Emil gekommen wäre wahrhaftig sie verlor den Verstand das waren ja dinge die gar nicht zusammen hingen und doch warum konnte sie sie nicht voneinander trennen wieder eilte sie die Stiege hinauf es war noch keine viertel stunde dass sie das Haus verlassen die Tür zur Wohnung stand offen die Wärterin war im Vorzimmer schon vorbei sagte sie Bertha ging weiter Herr Rupius saß ganz allein am Tisch die Tür zum Sterbezimmer war geschlossen er ließ Bertha ganz nah an sich herankommen ergriff ihre Hand die sich ihm entgegen streckte dann sagte er warum nur hat sie's getan hat sie das getan Bertha schwieg Rupius sprach weiter es war nicht notwendig heiliger himmel es war nicht notwendig was gehen mich die anderen Menschen an nicht wahr auf das lebendig sein kommt es an das ist es warum hat sie das getan es klang wie ein verhaltenes jammern obzwar er ganz ruhig zu reden schien bertha 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 weinte Sie hatte nichts anderes wollen als die Lust eines Augenblicks, sie war nicht besser gewesen als eine von der Straße, und es wäre nur eine gerechte Strafe des Himmels, wenn auch sie an ihrer Schande zugrunde ginge, wie die Arme, die da drin lag. »Ich möchte sie noch einmal sehen«, sagte sie. Rupius wies auf die Türe. Bertha öffnete sie, näherte sich langsam dem Bett, auf dem die Tote ruhte, betrachtete sie lange und küsste sie auf beide Augen. Da überkam sie eine Ruhe ohne Gleichen. Sie wäre am liebsten stundenlang bei der Leiche geblieben, in deren Nähe ihre eigene Enttäuschung und Leiden alle Wichtigkeit verlor. Sie kniete am Bette nieder und faltete die Hände, doch ohne zu beten. Plötzlich flimmerte es ihr vor den Augen, eine wohlbekannte plötzliche Schwäche kam über sie, ein Schwindel, der sich gleich verlor. Zuerst bebte sie leise, dann aber atmete sie tief und wie erlöst auf. Dann, mit dem Hereinbrechen dieser Ermattung, fühlte sie ja auch, dass in diesem Augenblick nicht nur ihre Befürchtungen von früher, sondern der ganze Wahn dieser wirren Tage, die letzten Schauer einer verlangenden Weiblichkeit, alles, was sie für Liebe gehalten, ins Nichts zu verströmen begannen. Und an diesem Totenbette knierend wusste sie, dass sie nicht von denen war, die mit leichtem Sinn beschenkt die Freuden des Lebens ohne Zagen trinken dürfen. Mit Ekel dachte sie an die eine Stunde der Lust, die ihr vergönnt gewesen, und wie eine ungeheure Lüge erschienen ihr die schamlosen Wonnen, die sie damals gekostet, gegenüber der Unschuld jenes sehnsüchtigen Kusses, dessen Erinnerung ihr ganzes Dasein verschönt hatte. Klar, hingebreitet, in wundervoller Reinheit erschienen ihr jetzt die Beziehungen, die zwischen dem Gelähmten da draußen und dieser Frau bestanden hatten, die an ihrem Betrug sterben musste. Und während sie die blasse Stirn der Toten betrachtete, musste sie an den Unbekannten denken, für den sie hatte sterben müssen, und der straflos und wohl auch reuelos draußen in der großen Stadt herumgehen und weiterleben durfte. Wie ein anderer auch. Nein, wie tausend und tausend anderer, die neulich ihr Kleid gestreift und sie begehrlich angestarrt hatten, und sie ahnte das ungeheure Unrecht in der Welt, dass die Sehnsucht nach Wonne ebenso in die Frau gelegt ward als in den Mann, und dass es bei den Frauen Sünde wird und Sühne fordert, wenn die Sehnsucht nach Wonne nicht zugleich die Sehnsucht nach dem Kinde ist. Sie erhob sich, warf einen letzten Blick des Abschieds auf die geliebte Freundin und verließ das Sterbegemach. Herr Rupius saß im Nebenzimmer, gerade so, wie sie ihn verlassen. Ein tiefes Verlangen überkam sie, ihm Worte des Trostes zu sagen. Es war ihr ein Augenblick, als hätte ihr eigenes Schicksal nur den einen Sinn gehabt, sie das Elend dieses Mannes ganz verstehen zu machen. Sie hätte gewünscht, ihm das sagen zu können, aber sie fühlte, dass er zu denen gehörte, die mit ihrem Schmerz allein sein wollen. So setzte sie sich schweigend ihm gegenüber.